Alles nicht so. Hatte ich schon gesagt, hatte ich schon gesagt, hallo auf YouTube? Hatte ich schon? Jetzt soll ich noch ein Knopf gedruckt? Hallöchen? Miri Ariane. Haare müssen wir mal wieder öffnen jetzt. Und dann wegen dem Kleid auch noch... Ah, ich weiß nicht, ob wir das heute alles unterkriegen, aber ich versuch's. Tada! Da sind wir. So. Könnte ab jetzt... Hey, ich bin noch zu Hause und würde auch direkt ins BPD gleich. Muss mich noch anziehen. Oh. Nochmal gleich... Maria hat ein Bier angerufen. Das war auch das noch zu spät, ey, die Arme. Beim Aphrodonis-Arbeiten, diese kurze Überlegung, ist sonst keine gute Idee. Das ist einfach Eigenschutz. Eigenschutz. So, ich würde sie heute sehr positiv anziehen. Also nicht dunkel, sondern auch wieder ein bisschen heller. Aber da muss ich jetzt mal gucken, was genau ich ihr anziehe. Gucken wir mal, ob Max da ist. Vielleicht die Haare öffnen kann. Vielleicht die Haare öffnen kann. Okay. Ariane, guckt da... Seht ihr, wie böse die schon wieder guckt, ey? Die Augen... Ich sag euch, was ist. Die Augenbronn sind, glaube ich, zu tief bei ihr. Die müssen ein Stück höher und dann halt ein Stück netter, ne? Ähm... Was Positives, ja? Das ist jetzt ein bisschen Feuer. Und dann mit Jacke, ne? Schwarzer Pullover. Der hier, ne? Also wir können ja eine Sache mal ganz kurz ausprobieren. Obwohl, da weiß ich eigentlich, was wir mitnehmen. Wir nehmen das Hemd mit. Wir nehmen den schwarzen Smoking mit. Also da weiß ich tatsächlich schon, was wir hier mitnehmen. Was wir da lassen. Hm. Ach, Mist. Das ist hier vielleicht. Oh, guckt es euch an, Leute. Ich kann es immer noch nicht fassen, ne? Was für ein nice Kleid einfach. Oh, schön. Ich hätte gern ein bestimmtes Kleid. Das müsste ich wiederholen und das wäre halt nicht gut, ne? Ist echt so. Ist wirklich voll traumhaft, ne? Mein Magen meldet sich ein bisschen. Warte. Oh, der ist ja viel auf. Oh. Oh nein, die Kerze. Mountain Hand Style. Aber es ist so weit weg immer. La Catriona hat auch auf, aber La Catriona ist da auch in Vespucci ist auch ein kleines Problem. Zwift Shop. Ja, nice. Oh, wie süß. Schön. Adventskalender, unsere Winterland-Produkte. Oh, schön. Oh, man, das ist immer so süß gemacht, ne? Die haben geöffnet. Natürlich in Ruhstoffen. Ihr findet uns wie immer am Leuchtturm. Ja, heute nicht. Heute nicht. So. Ich wollte eigentlich dieses Latzkleid irgendwie wiederholen für Ariane, weil es irgendwie gerade voll mit ihrem Klamottenstil passt. Ah, Zwift Shop, ne? So, da kann man eigentlich theoretisch so, ich meine nicht auf dem Weg, aber nicht voll auf dem Weg. Warte. In letzter Zeit finde ich die Sachen einfach nicht schnell genug. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Und ich habe meinen ganzen Mate jetzt ausgetrunken. Ich werde heute eine Million mal auf Toilette müssen. Ich sehe schon kommen. Probiere ich mal ganz kurz was, ja? Ne, kann ich gar nicht probieren. Okay, kann ich nicht probieren. Ich wollte darunter nämlich dann jetzt die Strümpfe anziehen. Ah, ja, haha. Let's go, Leute. Ne, ist das noch ein bisschen too much? Oh, da! Ne, da wollten wir ja... Ja, hier war das, glaube ich, ne? Ne, ne, die hatte den Beigen an. Also, die sind braun hier. Die hat eine Thermostromfose an, ne? Aber ich glaube, da zieht die immer die... Obwohl... Schauen wir jetzt mal das hier. Ne, stimmt, die hat ja jetzt diese Schülchen hier. Nuni. Werde die grau oder halt die weiße, ne? Die hier zu schlimm? Ja, also das ist wirklich zu schlimm. Jetzt wisst ihr was? Die Puddingmütze wird jetzt voll gut dazu passen. Ja, das ist... Ich finde, das sieht winterlich aus, weil die hat eine Thermostromfose an, ne? Das werden wir immer wieder so machen. Die hat verdammt nochmal eine Thermostromfose an. Und wisst ihr wieso? Weil ich habe so eine durchsichtige Thermostromfose und die hält halt wirklich warm. Die sind ja extra dafür gemacht. Also bitte. Bitte. So, dein Ohrring muss aber wechseln, weil schwarz passt da nicht zu. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Ähm, hallo? Hast du die? Ja, hat sie. Und wir können aber vielleicht auch mal andere da nehmen. Kriolen werden meistens nicht angezeigt. Ja, haben wir schon gedacht. Vielleicht auch mal gar keine. Die Herzenohrringen, die nehmen wir irgendwie nie wirklich. Da ist das Rot nämlich so auch so ein bisschen pink. Die sind was ja süßes, die Würfelohrringe. Die fallen am meisten auf, finde ich. Ich meine, es hat was. Es bricht ein bisschen das Outfit, aber auch nicht ganz. Ich finde schon, das hat irgendwie was. Ich finde das süß. Wisst ihr was? Das passt nämlich zu den Lippen von ihr. Wunderschön, Ariane. Jetzt guckt man ganz normal für den Moment. Na? So einfach mal geradeaus. Nicht bekifft. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich kann das kontrollieren. Jetzt zum Beispiel. Kann ich das kontrollieren? Nein, ich kann es leider nicht kontrollieren. Ja. Oh mein Gott, Prinzess. What? What? Fantastisch. So. Wollen wir mal? Okay, die muss auch wieder einkaufen. Aber natürlich so. Gut, den kann sie mitnehmen. Das lassen wir mal hier. Dann kann sie die. Aber wieso sind die jetzt schon leer? Trinken. Oh Gott, ja, die muss wirklich einkaufen. Und wir müssen den Troutan noch machen. Ja, wir gehen gleich einkaufen. Ja. Ich reizte mich ja schon, die Teelichter zu holen, aber nein. Nein, nein, nein. Boah, das sieht fantastisch aus. Hallöchen. Hi, bist du schon im Dienst? Ich gehe gerade zum Auto. Möchtest du Ortskunde mitmachen? Ach so, du weißt es noch gar nicht. Was denn? Ich fahre keine Streife mehr. Ich bin jetzt die Z19. Zumindest abgleich. Wie jetzt? Du bist jetzt Psychologin oder was? Ich werde nicht Psychologin, aber Seelsorgerin, Assistentin von Garfield und wechsle auch ins der Pierropädie für die Öffentlichkeitsarbeit. Geil, du machst das, was du machen wolltest. Ist ja wirklich gut. Ja, ich freue mich auch voll. Da gibt es auch schon bei der Öffentlichkeitsarbeit direkt ein Projekt, auf das ich mich gerade voll freue und ja, wird cool. Jetzt bist du ganz unten bei meiner Telefonliste, weil du wegen der Z19. Ach so. Ja, da gehöre ich auch hin. Alles gut. Hallo. Nee, ich wollte kurz zum Schriftjob fahren. Mega geil. Genau, ich wollte kurz zum Schriftjob fahren und dann fahre ich zum VPD. Soll ich dich dann nochmal anrufen? Du könntest dann ja kurz treffen. Nee, du weißt, wo ich wohne, gell? Ja. Schriftjob ist in der Nähe. Komm mal am besten kurz zu meiner Wohnung. Obwohl, das Schriftjob ist überhaupt gar nicht in der Nähe. Ja, ich weiß, aber es ist mir auch aufgefallen. Nein, ich komme, ich komme zu deiner, ich bin in Weinwood, ja, ich komme zu, ich komme zu deiner Wohnung, wenn du magst. Kann ich jetzt machen. Ja, das ist aber ein bisschen blöd. Sollen wir dich nicht lieber irgendwie abholen und dass du dann zu meiner Wohnung gebracht wirst und danach das Auto wenigstens mitnehmen kannst? Oh, das wäre sogar noch besser. Dann machen wir das so. Ja. Wo war das? Das war der Standort hier. Bei Weinwood, ja? Genau, Pegasus Apartments. Pegasus Apartments. Kollege, wissen Sie, wo die Pegasus Apartments sind? Weißt du, wir fahren schon los. Bis gleich. Okay, bis gleich, 404 aktiv. Bevor ich es vergesse und ich will das Drehbuch immer noch lesen. Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Oh mein Gott, ich wollte dir gerade schreiben. Hab ich mich jetzt erschrocken? Oh, da musst du jetzt mal ein XD mal hinpacken. Was war das denn jetzt? Entschuldigung. Ich glaube, das ist ja klar. Willst du heute mal schauen? Ja, genau, das wollte ich auch. Packe gleich Blazer etc. B-Mack ein und bringe es zum BPD. Dann kümmere ich mich direkt um Beste und Co. Da gibt es eh noch ein Problem, aber das machen wir dann. Umzug etc. mache ich dann mit Lamesa. da. Das ist dann schieb ein. Oh. Hallo, super, danke, hola, hola, gerne, gerne, so, dann aber bitte hier hin, ja, mega nice, Ariane Mann, freut mich für dich, wirklich, ja, danke, danke, aber hey, jetzt haben wir die Lincoln Streife nicht machen können, das ist echt geschissen, naja, theoretisch ist das sogar jetzt erst recht möglich, denn wenn ich mich daran erinnere, richtig, hat der Piero ja Lincoln da stehen und ich kann auch Community Policing und sowas alles machen, ach, dann darfst du mit einem Streifenwagen rausfahren, oder wie, ja, ich kann auch bei einer 10.90 zur Not raus, also das, ähm, das muss alles noch so hundertprozentig geregelt werden, aber das ist jetzt so die Absprache gewesen, ich, also, beziehungsweise ich würde auch bei einer 10.90 raus, weil desto mehr, desto besser, ne? Hast du auch eine Schusswaffe dann noch? Äh, ja, ja, aktuell, ja, jetzt ist nur, äh, gibt noch ein paar Probleme gleich, wir müssen, ähm, wegen einer Weste gucken, weil ich dann jetzt eher so blazermäßig unterwegs bin und ich kann ja keine zwei Taser haben, hätte dann aber im VPD ein Schließfach und, äh, in der Piero PD, da müsste ich, da frag ich mich noch. Von der Sachen von VPD zu der Piero PD. Äh, nee, ich, äh, werde ja die Meistzeit im VPD sein, aber, ja, schwierig, ich, ich werde das gleich, äh, mit Herrn Larsen alles mal klären und dann, äh, fragen wir uns mal ein bisschen rum und regeln das heute. Ja, gut. Ja, bitte, Geschichte, Alter, sag ich dir, was ist, guck mal, ähm, freut mich wirklich für dich, muss ich sagen, was ist das? Danke. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, ne? Ja, Dankeschön. Auf jeden Fall, äh, eine ganz interessante Sache, ich freue mich da schon drauf und freue mich auch schon aussehern. Miss Fincher, 10, 20. Äh, 10, 20, östlich, ne, westlich. Ne, östlich, Genkis. Nein, falsch, wir sind tot. Ahn. Das war nordwestlich, wo ich gefragt hab. Okay. Aber Genkis war ich nicht wenigstens. Na ja, die, na ja, ich hätte auch erst nicht gesagt. Ne, und sonst, wie geht's so? Hey, alles entspannt. Besser, super. Und dir? Ja, eigentlich, eigentlich ganz gut. Ein bisschen aufgeregt jetzt. Wegen der neuen Arbeitsstelle? Ja, ja, definitiv. Äh, aber auch wegen dem, wegen dem anderen Projekt, wo ich, äh, dass ich ein bisschen begleiten kann. Ich, äh, sag dazu mal noch nichts. Äh, aber wird sehr, sehr cool werden. Da bin ich gerade richtig aufgeregt, deswegen. Eine weitere Arbe, ich hätte dann. Ja, also, na, das, lass dich überraschen. Ähm, Barthas hat jetzt geschlossen, ne? Äh, das weiß ich nicht. Ich war doch nie in Einkaufen. Oh, oh mein Gott, du wohnst aber direkt da. Ich wohne schon seit fast einem, ich wohne über einem Jahr schon, die eineinhalb Jahre schon. Nach links, 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 verdammt. Im anderen. Genau. Und dann ist es dieser schöner Declay mit Zazwa. Ja, der Zazwa. Zazwa war das. Zazwa war das, der schöne. Zazwa, genau, richtig. Ich packe einfach mal, ne? Genau, was sind hier die 1020 eigentlich? Äh, Yachthafen? Ja, es geht besser, Yachthafen ist groß. Ähm, boah, gute Frage. Links von uns. Äh. Gebäude da. Und auf welcher Seite sind wir denn von links? Ich helfe uns nicht. Boah, absolut gar keine Ahnung. Zum Glück bin ich kein Officer richtig mehr. Wir sind südwestlich. Eher südöstlich von dem Gebäude, aber Lasbada. Proben sie mal durch. Ach so, Lasbada, okay, ja. Super. Wo ist dein neues Auto? Das ist beim MAPD. Kannst du dir anschauen, wenn du möchtest. Das ist, wenn du bei der Einwand... Alles gut, ne? Hm? Mr. Weiss hat wieder gefunkt. Ähm. Kuckum. Besserung, was ist hier mit Kuckum? Mr. Weiss funkt, ähm, dass er jetzt in seinem Büro ist. Kuckum erstmal. Sind auf dem Weg. Ja. Oh Gott. Die ersten direkt. Nein, ähm. Wenn du bei der Einbahnstraße Richtung MAPD fährst, ist auf der rechten Seite noch aktuell grau. Ähm. Sultan RS Custom, wenn du dir angucken möchtest, was es ist. Okay, oder du zeigst mir das einfach die Tage mal. Ich bin echt gespannt. Ich guck mir das gerne an, wenn Leute sich neue Autos kaufen. Und was die dann daraus machen. Ja, können wir machen. Okay. Super, dann. Ja, das wird schön, glaub mir. Ja. Pass auf euch auf, ne? Stay safe. Verbandsgasten müsste im, äh, Handschuhfach sein. Okay, danke. Zadzweiß wieder da. Den wir nicht verkaufen können, weil er viel zu günstig sein würde. Oh Gott, wir müssen nochmal vernünftig fahren. Da ist er. Im Endeffekt, ich würde auch so heute mit den Amnisten rumfahren. Ariane drifte ich gleich mit dem Zadzweiß. Ach ja, hier sind aber Stopp-Dinger. Alter, was ist denn hier los, ne? Hört ihr die Musik im Hintergrund noch? Die ist gerade sehr leise, ne? La, Katrina, die haben offen, ja, da können wir eigentlich, die haben. Aber das dauert, glaub ich, dann doch ein bisschen zu lange. Oh, da sind sie gar nicht da vorne. Ja, sehr leise. Ja, es liegt immer an den Liedern, ne? Ich hab jetzt mal zwei Hör gemacht. Ich frag mich immer, ob man hier oben auch irgendwie hin kann. Also hier so über diese Brücke. Bestimmt auch ganz nice. Wie bescheuert fahr ich gerade eigentlich? Nicht so bescheuert, ne? Ist alles in Ordnung so. Es ist, äh, ich wollt sowieso mal ein bisschen die Umgebung angucken noch mal. Dann schwein da Davis noch mal. Dann geh ich noch mal pinkeln und dann geht's los. Was war denn Uwe? Ich wusste... Uwe? Ich konnte das mal besser. Ich konnte das mal besser. Was Ariane irgendwann macht, ist dann... Äh, das geht voll gut mit der Stimme eigentlich, oder? Ich find mit der... Das war doch die Ariane-Stimme, oder? Ich find, das geht eigentlich. Das kann die nur nicht machen, weil die kennt das nicht. Aber eigentlich passte das jetzt richtig gut, finde ich. Also von der... Ach mein Gott, wo fahr ich denn jetzt hin, ey? Das geht. Ja, es wäre schon weird, wenn ich das machen würde. So, jetzt reißt es mir aber. Hier. Weinwood. Ich muss sagen, ich fahr den Zotz war voll gerne. Da war Eliza, glaube ich. Aber Ariane hat es nur für hinten gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob es Eliza war. Aber es war Eliza. Eliza Woods. Ari, ich stimme nach 20 Kippen. Auf das Handy. Hört auf! Es ist mir doch nur einmal passiert. Ich weiß nicht, was denn da los war. Wieso bin ich auf das Handy schon ausgefallen? Vor allem, wir kamen ja gar nicht weg. Wir mussten durchfahren, ne? Das war wirklich... Boah, war ich müde. Scheiße. Ich war so hart müde einfach. Die Musik passt voll zu Ariane, das Auto fast hier. Tüt, 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 tüt. Tüt, tüt, tüt. Tüt, 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 tüt. Ich würde immer mit Kimiko eine bestimmte Sachen sagen, eine bestimmte Stimme machen. Und ich hoffe, ich habe irgendwann nochmal die Chance dazu. Das wird auch nicht zu Ariane passen. Da muss man aber für in Stimmung sein. 121. Ey, Schnauze! Schnauze! Diese verfluchte Zahl hat hier nichts im Chat zu suchen, ja? Das ist eine heile, eine holy verfluchte Zahl, die 121, okay? Das ist eine verfluchte Zahl, wirklich. Weg mit dem Dreck, weg damit. So, ist immer gut. So, jetzt guck mal, jetzt weiß ich wieder, wie ich fahren muss. Oh Gott, ist das alles unangenehm. So, das billigste Auto... Also ich muss nur sagen, Ariane bricht gerade Rekord. Das ist das billigste Auto auf dem Parkplatz. Und ich wollte ohne Scheiß jetzt kurz zur Arianes Vodo gleich fahren. Also wirklich, das war nur so ein kleiner Gedankenblitz irgendwie. Aber ich mag das Auto. Ich will es sowieso nicht verkaufen. Ich mag das. Das ist halt chillig. Das ist ein chilliges Auto. Das kann sie immer mal wieder verleihen ihren Freunden. Und ja, jetzt nehmen wir erstmal Sachen mit. Oh, ich weiß nicht, warum der Mubot das jetzt... Hä? Hä? Also irgendwas war jetzt gerade komisch. Ihr muss... Creative Moon, sorry. Hallöchen. Hallöchen. Hallöchen ist Barbara, ne? So viele Sachen von so vielen Charakteren angeeignet. Ja, der Tulip steht da. Jetzt ist der Dilltante der Billigste. Was machst du denn da? So, und da ich die Schuhe zweitmal habe, kann ich sie nämlich auch mitnehmen. Wir haben einmal hier Sneaker schwarz und Sneaker schwarz. Wunderbar. Und was die noch hat, ist eine Krawatte, aber die lassen wir, glaube ich, erstmal hier. Das ist zu komisch irgendwie. Dann geht Ariane mal auf Toilette, weil Pankwurst auf Toilette geht. Und dann hole ich mir einen Eistee und dann muss ich sowieso gleich wieder auf Toilette. Ich habe nämlich hier nur einen Mate. Dann hole ich mir noch einen Fuse-Tee, aber ich werde nicht von denen gesponsert. Aber Fuse-Tee, hey, sag Bescheid, ich bin ready. So, Moment. Ah, Las Vegas Live. Freue ich mich. Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr überhaupt alle hier zuguckt. Ne, weiß ja. Beruht immer auf Gegenseitigkeit. Eigentlich ist es sogar sehr einseitig, weil ich glaube mir, ich bin diejenige, die wirklich dankbar sein sollte. Deswegen vielen, vielen Dank. 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 Okay. 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 Was? Okay. 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 fantastisch. Okay. 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 Lass uns erst mal das hier machen. Ach, das ist das? Oh Gott, was soll man denn dazu sagen? Hm. Ah. Boah, ey, geil. Okay, ist wieder Wendung passiert. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ja. Ja. Ich weiß, dass man das hier einfügen kann. Das habe ich ja schon gehört. Das habe ich natürlich alles wieder vergessen. Hallo, ich würde gerne ... Warte mal. Ja, das kriege ich gar nicht so hin. Ähm ... System einfach ... Oh, warte mal. Ich glaube, hier ist sowas, oder? Ja, okay. Eigentlich ist es schon egal, weil das ist viel ... Nee, es ist doch nicht die anderen haben das auch später als gemacht. Das ist bekannt in PD. Ich fand ihn das ... Gut. Weißt du was? Das ist scheinbar auch schön aus. Der tägliche Wall-Call. Wall-Call. Äh ... Das war der tägliche Wall-Call. Wall-Call. Stadt. Als. Und ... Ich musste ja mal gucken, weil ich kann mich voll nicht mehr daran erinnern. als ... Als uns ... Herr Weiß ... Ähm ... Als ... Herr Weiß einen ... Punkt ... Herr Weiß ... Wie war das denn? das Gebäude zu verlassen. Wir versammelten uns daraus hin, auf die gegenüberliegende Strafen zur Seite des IPBs. Ich bin so schlecht in solchen Sachen, vor allem wenn ich mich gar nicht mehr erinnern kann, weil ich mich immer an den anderen Texten orientiere. Hat das irgendjemand geschrieben? Ich bin jetzt trotzdem ins Gebäude geschickt. Meine Erinnerung ist in manchen Sachen so over the top gut. Es ist so over the top gut einfach. Und in manchen Sachen ist die einfach so hart schlecht. So richtig grottisch schlecht. Ich weiß nicht, ob das für mich spricht oder gegen mich spricht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin hochbegabt. Nein, ich habe keine Ahnung. Wirklich. Ich weiß nicht, wieso das in manchen Sachen so schlecht ist. Tanja Hatzuse. Hatzuse. Vielen, vielen Dank für acht Monate. Dankeschön. Und vielen Dank fürs Kaufen der Mangas. Dankeschön. Sie wissen, im Moment welche. Einmal... Es ist ein bisschen aus dem Gebäude geschrieben, das Gebäude zu durchsuchen. Um dieses... Um dieses zu durchsuchen. Ich glaube, dieses wird groß geschrieben, aber drauf gescheißen. Ich sicherte zusammen mit Frau Cunningham und später zusätzlich mit der 571. So machen wir das. So, ich sicherte zusammen mit der 571 die... Ich muss mal selber auf die Karte gucken. Nordwesten. Jo. Die nordwestliche Seite. Die Richtung des EPGs Richtung... Okay, das brauche ich nun auch nicht machen. Nach einiger Zeit gab es Entwarnung. Und es wurde ein Zettel mit der Aufschrift gefunden. Wie ich teilte und ich weiß nicht mehr, wer das mitgeteilt hat, keine Ahnung. Ich sage ja, das ist absolut nicht meins gewesen. Überhaupt gar nicht. Ich glaube aber, es wird besser, wenn wir solche Sachen schreiben, wenn es wirklich um Personen geht und um Einschätzungen und so. Aber da ich jetzt auch nicht unbedingt die Erfahrung damit gemacht habe, kann ich... Also wir müssen erst mal gucken, aber ich habe tatsächlich Bock drauf. So. So. Aber es wird so geschehen, die ich durchsuchen. Ich hatte zusammen mit der... So, jetzt will ich nochmal eine Sache ganz kurz gucken. Woher ich hier jetzt gucke... Ach. Das CP, die hat sowas überhaupt gar nicht. Oh krass. Dann schreiben wir die SMS mal an Herr Davis. Und ich will immer noch ins Drehbuch gucken. Und ich will jetzt einmal gute, gute Besserung und schnelle Gemäserung. Ich bin heute ein bisschen beschränkt intelligent, muss ich sagen. Gut. Ich wollte sie nur schon einmal informieren. Dass ich mir die Department wechsle und sie bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen soll. Meine Hauptaufgabe wird die Ausbildung zur Seelsorgerin in BPD sein. Ich würde mit ihnen dazu gerne einmal sprechen, sobald sie wieder fit sind. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Das heißt, dass... Ach, was machen wir? Also... Danke. 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 Ich muss nur dringend den Umzug machen vom Nameser-Peddy zum, ähm, der Kehrhofen, weil ich meine Mark noch ändern lassen muss. Unten im Hof, ähm, auf einem der Behindertenparkplätze steht, ähm, ein Anmarktvektor. Das ist unserer. Mhm, okay. Die U01, das heißt, den kannst du besetzen, du kannst rüberfahren und dein Zeug nehmen. Gut, das kann ich ja nicht, äh, das Problem ist, das kann ich nicht alleine machen. Ach so, wegen, okay. Da muss, äh, ja, das, ich glaub, Hermida ist nicht im Dienst, da muss ich das mit Kurayame machen und das ein bisschen... Ja, dann mach das so. Ja, komm, es geht um das Rumfahren vom Dienstequipment, solange ich nicht im Auto rummacht, ist doch scheißegal. Also, ähm, ich muss nur gucken, ich muss jetzt mit Foley reden, äh, Cortez ist jetzt wieder wach. Oh. Ähm, und wir müssen mit ihr eine Sache machen, da kannst du leider nicht mitkommen, weil wir nur vier Plätze im Auto haben. Mhm. Ähm, was heute bestimmen könnte, ob sie im Zeugenschutz kommt oder nicht, also im Zeugenschutz bleibt oder nicht. Ähm. Ähm, okay, gut. Ich hatte gestern nochmal mit, äh, Creamer und Foley geredet, als du außer Dienst warst. Ähm, es gibt halt ein paar Ungereimheiten in dem, was sie so da macht und zeigt. Und wir wollen heute sicher gehen, dass sie uns nicht einfach anflunkert. Ja. Ähm, das heißt, wir werden heute ein bisschen Konfrontation machen. Wir werden an einen Ort fahren, wo sie beinahe umgebracht wurde. Okay, was, ähm, also gibt es irgendwelche Anzeichen, dass sie lügt? Weil, was für einen Grund hätte sie zu lügen? Äh, das Ding ist, es kommt genau in einem schlechten Moment, wir haben keine Zeit. Hm. Okay. Ähm, heute hätte entschieden werden müssen, oder heute wird entschieden. Oh, Herr Hoppkins, ruf mal an. Geh mal dran. Ja, geh mal ran. Ja, hallo, Barnes. Ja, hallo, Hoppkins hier. Ähm, ich habe Ihnen einen Zusatzvertrag rausgeschickt, äh, per Venture-Mail, damit Sie dann in der Tätigkeit, wo Sie dann Herrn, äh, Larsen, Dr. Larsen unterstützen, ähm, quasi Zusatzvereinbarungen eintreffen müssen, quasi wegen Verschwiegenheit, Patientverschwiegenheit, etc. Okay, den schicke ich Ihnen sofort zurück. Genau, wenn Sie mir den gleich zurückschicken, dann kann ich es Herrn Larsen gleich sagen, dann können Sie auch gleich mit ihm anfangen. Wollte ich nur damit sagen. Okay, super. Dankeschön, Herr Hoppkins. Ja, ich darf's. Ähm, ich soll Sie fragen von Herrn Larsen, ob Sie noch im Vipidi sind? Ich komm rüber. Okay, er kommt rüber, sagt er. Ah, super. Okay, super. Okay, so, das geht nicht schnell. Warte, dann mach ich das kurz mit den Arbeitsplatz. Stimmt. Ich bin mir bei Ihnen gerade nicht sicher, ob Sie die Büros schon nutzen. Nee, 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 nee. Ich hab's über Ihr Büro schon genutzt. Ah ja, das war über Zeit. Ähm, genau. Es gibt nur eine Frage, weil wir ja natürlich nichts falsch machen wollen. Ähm, das Angestelltenverhältnis bei der Frau Barnes ändert sich ja durch den Fritz-Frag eigentlich gar nicht. Das heißt, wir müssen dann quasi das jetzt nicht nochmal neu anmelden, dass Sie... Sie bleibt ganz normal, bitte. Deswegen hab ich ja diesen einen nicht genommen, dass sie zivil angestellt ist. Ja. Das war ja der Paragraf 16 jetzt bei Ihnen. Mhm. Ähm, die Frau Barnes bleibt ganz normal, ähm, Polizeofficerin. Und, äh, hat eine Zusatzverschwiegenheitserklärung und die betrifft rein den Rahmen, wo sie mit Ihnen zusammenarbeitet. Okay, gut. Hab ich auch in die Mail reingeschrieben, ne? Äh, dass der Zusatzvertrag die Tätigkeiten mit Herrn Dr. Larsen betreffen. Okay, super. Okay, okay. Äh, wie ist das denn? Ich bin ja für den Streifendienst quasi gesperrt. Muss man das auch noch in den Arbeitsvertrag irgendwie mit reinschauen? Also bei einer 1099 kann ich mit raus. Soll ich auch mit raus? Ähm, aber zum einen Teil bin ich, stehe ich halt nicht mehr zur Verfügung. Ja, das ist nicht Arbeitsvertrag, das ist dann Dienstanweisung. Okay, okay. Das ist dann Dienstanweisung, genau. Dann geht es um alle, nicht nur um Sie. Genau. Gut, dann mach ich das kurz hier. Ja, das war meine wichtigste Frage. Okay, ähm, ich, ach, ich hab's nicht hier. Äh, ich hab, äh, ich hab den extra so geschrieben, dass ich quasi eine Zusatzvereinbarung im Rahmen der Tätigkeit in der Zusammenarbeit mit Ihnen jetzt, äh, namentlich zwar genannt, aber falls Sie jetzt theoretisch mal, äh, gehen sollten und wer anderes ablöst, dann wäre es natürlich in dem Fall von der anderen psychologischen Betreuung im Rahmen der Hilfe. Verstehe, okay. Ja, ja, okay, super. So, Vertrag ist raus. Gut, dann können Sie ab, ab dann jetzt, oder mit, äh, anfangen mit was auch immer, ne? Ähm, ich, äh, da gibt's nur so ein kleines Problem jetzt, weil das ja so ein Sonderfall ist. Ich hab meine, ähm, Sachen, ich soll meine Uniform und so auch noch behalten. Ich hab, äh, Waffenuniform und, äh, Marke. In der Melsa-Spind noch, zieh jetzt aber um nach der Piero. Äh, ich hab aber auch ein Spind hier im VPD. Halt, wenn ich mit Herrn Larsen unterwegs bin, dafür bräuchte ich noch eine Weste und theoretisch auch noch ein Funkgerät und noch ein Telsa. Das ist halt jetzt ein Problem. Ich könnte natürlich immer nach der Piero fahren, das von A nach B bringen. Und ne, äh, 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 also die Weste für uns, Sako, oder? Genau. So eine dünne Weste. Ja. Äh, warten wir kurz. It's the tail. The tail. Weiß ich auch was, das kann hierbleiben, aber du meinst jetzt das Funkgerät und der Chaser, weil du es ja für beide Funktionen brauchst. Genau. Äh, Weste, Sako, unterzieh. Sako, oder unterzieh. Weste. Äh, ähm. Äh, Funk, Taser. Genau, ich habe zwar Funkgerät und Taser, aber wenn ich jetzt die Uniform dort anziehe und zum Beispiel Funkgerät und Taser hier habe, würde ich im Uniform ohne, genau. Das ist kein Problem, dass sie das dann doppelt haben, ne, das ist kein Problem, dass wenn sie dann hier im Sprint nochmal zusätzlich Taser und so bekommen, äh, ich gehe kurz rüber zu Herrn Kuzkehler, lass mir absegnen, dass wir in den zweiten Taser aushändigen, äh, und dann, äh, und ein Funkgerät und, äh, Sack runterziehe Weste vorbei und dann, äh, hole ich sie gleich ab, dann gehen wir runter in die Waffenkammer. Okay, super, dankeschön, Herr Hauptmann. Ja, ich darf ja. Vielen Dank. Also, ähm, ja, das Ding bei ihr ist, ähm, am Telefon hatte sie eine Sache gesagt und mich hat irritiert, wo sie von Foley geredet hat und gesagt hat, der hat wieder keine Zeit. Wieder, ja. Kann natürlich auch so ein kleiner Verhaspler sein. Lass mich weiter erklären. Ah, ja. Ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist, Crema und Foley ist aufgefallen, als die in die Wohnung reinkamen, dass sie sofort wusste, wer die beiden sind und nicht davon irritiert war. Ach. Ja, und bei uns war es ja auch nicht unbedingt anders, ne? Ähm, es ist merkwürdig. Es spricht auf jeden Fall gegen eine Amnesie, ne? Im klassischen Sinne. Ähm, es wirkt für mich eher wie Verdrängung. Ja. Ähm, als will sie so die Erinnerung der letzten Monate ausmerzen, weil jetzt gestern ihr irgendwas klar geworden ist oder irgendwas passiert ist. Und wir müssen halt herausfinden, was es ist. Ähm, ein bisschen steht halt die Sorge im Raum, dass sie jetzt kalte Füße bekommt. Mhm. Ne? Und jetzt versucht sie sich dadurch rauszureden, dass sie sagt, ja, ich erinnere mich an nichts mehr. Aber eigentlich widerspricht sich ihr das auch ein bisschen, weil gestern im Gespräch, vor allem bei der Übung, die du mit ihr gemacht hast, da hat man ja gemerkt, dass sie sich schon anfing an Sachen zu erinnern, weil wenn es nicht so wäre, dann, und sie das wirklich vortäuscht, würde ich zum Beispiel solche Sachen gar nicht erwähnen, weil da kamen ja immer mehr Erinnerungen zurück und auch Sachen, ja? Ja, ich weiß. Ne? Das Ding ist aber, würdest du einer fremden Person solche Sachen erzählen, vor allem, wenn sie von den Cops ist? Ah, ja, ich verstehe. Das heißt, irgendwie erinnert sie sich an uns, ja? Die Frage ist da, ist das sowas Unterbewusstes, dass ihr Unterbewusstsein sagt, okay, du kannst diesen Leuten vertrauen, oder weiß sie das bewusst? Und du hast recht, die Frage ist, warum würde sie das überhaupt machen? Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, nur ich will keine Empfehlungen geben, bevor ich nicht sicher gegangen bin, dass das nicht irgendwie ein Trick ist oder so, weißt du? Ja, sicher ist er, ich liebe es, wie du arbeitest, ich weiß es auch hier von den Jahren. Ne, weil das Ding ist, hier wird ja jetzt auch darauf vertraut, Tanaka ist krank und Herr Weiß soll die Entscheidung treffen und Herr Weiß will halt unsere Meinung mit reinziehen. Ich will nicht dafür zuständig sein, dort dann Ja oder Nein zu sagen und dafür dann zu sorgen, dass eine Person stirbt. Ja. Weil wenn sie den Zeugenschutz nicht bekommt und wenn sie fallen lassen, ist sie tot. Wenn sie den bekommt und missbraucht, dann keine Ahnung, weißt du? Das ist halt das Ding. Wenn man jetzt irgendwelche Leute hätte, die in dem Wahlhaus irgendwie da mit drin sind und Informationen rausgeben würden, dann ist natürlich gleich das rauszufinden, ob sie dann in Ungnade gefallen ist oder sich da gemeldet hat. Nein, 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 das ist alles klar, auf jeden Fall. Das ist nicht gelogen. Die Frage, die sich stellt für Foley, für Mella, für Tanaka und auch für Herrn Weiß, ist die Frage, wenn wir ihr jetzt den Zeugenschutz geben, wird sie auf Straftaten zu beginnen? Oder nimmt sie das als Freifahrtschein, wieder anzufallen? Weil dann hat der Zeugenschutz ja auch keinen Sinn, weil ab dem Moment, wo sie dann anfängt, wieder sich in diesem kriminellen Gefild zu bewegen, wird sie unweigerlich wieder auf die Wahlhaus dafür. Hallo Frau Cortez, Sie haben eine SMS geschrieben gerade eben, oder? Äh, Tanja, hä, vielen Dank für 20 verschenkte Subs, Dankeschön, vielen, vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke, danke. Tut mir leid, reagiert nicht so viel wirklich auf den Chat. Auf vielen, vielen Dank, Dankeschön. Oh, danke. Danke. Ich denke, es ist ja riesig. Ich verstehe es. Ich muss gerade mal ein, zwei Sachen organisieren. Ich würde mit Foley vorbeikommen. Und dann können wir nochmal drüber reden, ja? Danke. Also Taser und Funkgerät müsste sich leider immer darum kümmern, dass sie das hin und her bringen. Oh, okay. Oder sie direkt hierher ziehen, rüberziehen, wenn dann? Ja, das, äh, Herr Weiß hat mich zum DER PERO... Weil das können wir nicht machen, dass wir zwei Taser und die Person rausgeben. Ja, das war, das war, das war, das habe ich mir schon gedacht, Herr Weiß hat mich halt nach der PERO geschickt. Ich dachte auch eigentlich, ich wäre dann fest hier. Ähm, ich würde halt die Uniform an sich, ich bin gerade überlegen, ob ich meine Uniform, die in der PERO dann sein sollte, ob ich die lieber dann hier habe und dann mich hier umziehe und rüber fahre. Ja, das würde für mich mehr Sinn machen, als sie jedes Mal von dort hier hin zu bringen. Ja, ich glaube, das würde auch mehr Sinn machen, wenn sie hier einen Schritt haben, dass sie dann quasi wirklich dann immer sich hier umziehen, je nachdem, wo sie gerade gebraucht werden. Also jetzt, äh, bei Dr. Larsen oder im PD-Dance und sich dann abholen lassen oder halt, ja. Okay, dann packe ich, dann packe ich die Sachen, also dann nehme ich sie gleich vom Lamesa und packe sie erstmal hier hin. Äh, genau. Genau, die Marke, die neue Marke, äh, können Sie mir die auch ausstellen? Mit, äh, ne, die kann ich nicht, äh, aber da können wir gleich zum Herrn Koskela rüber. Ich bringe jetzt einmal von mir die, äh, Phil Untersacko. Ah, super, danke. Das ist die dünnere, ne? Ähm, und, äh, Sie haben dann die PD-Nummer, welche? Äh, Z19. Die Z19. Ja. Muss ich kurz gucken, ob der Herr Koskela da ist. Aber dass der Herr Koskela die dann auch ausstellt. Die bleiben aber auch ganz normal Polizeidienst, ne? Äh, ja, genau. Ja und nein. Ja, ja, wir halten dann beide Marken. Wenn sie im Polizeidienst sind, quasi dann die 319 und dann, wenn sie mit Dr. Lars unterwegs sind, Z19, oder? Äh, eigentlich wäre es generell die Z19, die Information, äh, Herr Lars, und korrigieren Sie mich da, frage ich, Ralsstieg, oder soll die Z19 allgemein jetzt werden, ne? Keine zwei Marken. Genau, also es hatte Herr Weiß so gesagt, dass sein, das hat irgendwelche rechtliche Implikationen, weshalb sie sich anders ausweisen muss. Ja, die Z19 heißt, Z haben wir damals ja nur vergeben, weil sie zivil sind, ne? Genau, das ist nämlich das Ding, Ariane, in dem Moment, wo du eine Uniform rausfährst, brauchst du rein theoretisch die andere Marke, auf jeden Fall. Ähm, weil sonst halt die Frage kommt, warum steht denn da einer mit so einer komischen Zeit davor und wenn das zivil heißt, warum hat die Person nur Uniform an? Okay, gut, also beide Marken dann einfach im Spind und je nachdem kann ich die richtige Marke ja mitnehmen. Genau. Ist mit dem Streifenblatt dann nur ein bisschen schwierig? Äh, ja, das ist ja egal, es geht ums Ausweis. Es geht nur viel außerhalb, genau, es geht nur ums Aus-, äh, um die Außenwirkung dann. Okay. Also auf dem Streifenblatt können wir dann gucken, ob dich Z19 nennen ist oder 319. Nein, bleiben wir bei einer Sache. Im Streifenblatt ist es ja den Leuten im Endeffekt egal, ob da jetzt 319, 419 oder Z19 steht. Solange es nur eine Sache ist, weil du du bleibst. Hm, okay, ich glaube im Streifenblatt wäre so früher die Z19 zu nehmen, auch gerade wenn jemand neu in der Leitstelle ist und nicht weiß, dass ich nicht eingeteilt werden kann, dass er sieht, aha, das ist jetzt jemand, den können wir nicht einteilen. Ich kann mal kurz den PC ran, ich kann mal gucken, ob wir das gegebenenfalls irgendwie ändern können. Man kann sich sonst selber auch, äh, glaube ich, äh, nennen. Der Anzeigename, glaube ich, war das jetzt. Genau, der Anzeigename. Also den könntest du, glaube ich, selber ändern, Arianna. Genau, ähm, dann einfach immer selbst, äh, selbst den Anzeigenamen ändern, ob man Z oder gerade 3 ist quasi, damit man das auch sehen kann, so quasi auch mit den Marken. Wenn man einteil, wenn man einteilbereit ist quasi als Officer, dann, äh, dann die 319 und wenn man einteilbereit ist oder wenn man gerade, äh, psychologische Sachen macht, dann Z. Ich glaube, das wäre leichter. Okay, das habe ich jetzt mal geändert in Z19. Ich hoffe nur, dass das alles, ist alles so korrekt. Aber es macht natürlich, äh, viel Sinn und ich darf das nur nicht vergessen, oh mein Gott. Gut. Ne. Ne, ne, das ist, äh, kein Problem. Okay, weiß ich Bescheid. Ja, ne, ne, und dann, äh, wenn dann Z19 steht, genau, passt. Aber der Zusatzvertrag bezieht sich eben dann rein, rein auf die Sachen, wenn jetzt, äh, mit Dr. Larsen unterwegs ist. Und wenn dann quasi normale PD-Ersachen sind, ist es ein normaler Arbeitsvertrag. Herr Dr. Larsen hat ja einen extra Vertrag, ähm, der hat quasi denselben Vertrag, ähm, der hat quasi denselben Vertrag, wie wir haben. Nur, dass bei, bei der Zusatzvereinbarung steht, dass er kein Exekutivbeamte ist, sondern als ziviler Mitarbeiter im Beamtengesetz, äh, angestellt ist. Und das trifft er hier nicht zu, ähm, weil, äh, trotzdem PD-Officerin und PD-Officerin ausgebildet, äh, und, äh, als Zusatzqualifikation eben dann diese psychologische Betreuung, äh, etc., macht. Gut, gut. Ja, genau. Genau, da bräuchte ich nur noch die Mark gleich. Die müssen wir bei Koskela dann holen, äh, ich kann die nicht aus. Ja, ja, genau. Äh, das, gehen Sie da jetzt mit, oder soll ich das, äh... Nee, Koskela ist, äh, wenn er, wenn er unterwegs ist, ist er gleich hier im Büro. Achso. Das hier ist unser Atmenbüro. Ah, gut, okay. Ja, dann, äh, werde ich mal noch... Hm? Ja, wenn er, wenn er, wenn er hier wieder vorbeikommt, äh, sage ich ihm das gleich. Okay, dann schaffe ich aber schon mal die Sachen von der Mesa hier rüber, dann am besten. Ja, genau. Okay, dann, äh, Dankeschön, Herr Hopkins. Ja, nicht dafür. Was ist denn mit der Weste? Ich check das gerade nicht. Warte mal, muss ich die unter dem Blazer anziehen? Ist das irgendwie so geregelt, dass man dann automatisch an die uns anhört? Oh mein Gott, das ist wirklich so, lol. Aber die ist ja dann immer da, ne? Das ist so richtig. Warum habe ich das hier mitgenommen? Hä? Okay, und dann, wenn man hier drin ist, zieht man dann aber... Oh, okay, das geht nicht. Okay. Ähm, gar viel. Telefon. Also. Hm. Hm. Ja, das können wir vielleicht heute schon ein bisschen machen. Ähm. Wir wissen, wo das angeblich passiert ist. Ähm, und wir haben überlegt, ob wir dort vielleicht hinfahren. Aber das schauen wir gleich mal. Ne? Aber vielleicht hilft das ein bisschen, so diese Erinnerung ein bisschen zurückzubringen. Und vielleicht hilft es, dass du generell die Erinnerung danach ein bisschen besser hast. Ne? Wir müssen einfach nur mal schauen, ne? Wir wollen uns genug Zeit dafür nehmen. Und wir wollen das halt auch, wir wollen dich da halt auch vorsichtig ranführen. Weil es kann halt immer sein, dass dann da auch Emotionen mit hochkommen, die dann natürlich für dich nicht gut sind. Ja? Ja? Keine Texte? Das heißt wie? Pequila heißt das? Keine. Hm. Ja, sehr cool. Wir wollen mal schauen. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann höre ich mich vielleicht auch mal an. Hm. Okay. Ein bisschen verwirrt. Hm, hab ich. Alles gut, hat seine Zeit. Na gut, ich weib mich dann noch mal, ja? Ihr Bruder ist aufgetaucht. Bis später, ciao. Okay. So, sorry, musst du gerade mal klar machen, dass wir bis 8 Uhr Zeit haben. Äh, alles gut. So, was war deine Frage? Die Weste, ähm, trägt man, also die trägst du auch nur draußen dann, ne? Ja. Du meinst wegen dem Umziehen? Ja. Ja, 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 ja. Also, ich mein wegen dem, ja, wegen der Weste. Sei froh, pass auf, das Problem ist, wenn du dann noch eine Krawatte trägst. Ja. Ja, okay, ja. Der. Naja. Um wie viel Uhr macht ihr das mit der, äh, Frau Cortez? Äh, nach dem Rollcall. Ich hab ihr jetzt mal 8 Uhr gesagt, da der Rollcall ja schon um halb anfangen soll. Ach, stimmt, das ist ja noch was. Äh, sowas hast du nicht, ne, den Stöpsel? Äh, nee. Oh, den brauch ich auch noch. Ja, du kannst auch so funken, ich kann auch so funken. Aber wenn du den haben willst, dann kannst du auch noch Bescheid sagen. Ich würde den Müll, den ich jetzt aber auch haben. Ähm, Herr Hopkins? Ja. Ich bräuchte noch diesen Ohrstöpsel. Ich hab den tatsächlich auch nie drin. Äh. Das hab ich auch gesagt, aber... Den Ohrstöpsel, den gibt's an sich gar nicht mehr, aber, äh, kann man gerne unten gucken, ob noch welche da sind. Weil der Ohrstöpsel einfach nur hässlich ist. Ach, ist das so? Ich find den gar nicht so hässlich. Ja, sie haben ja auch Haare, die drüber sind. Ah, ja, okay. Ja, okay, verstehe. Also bei Ihnen, sie haben ja auch schon sehr aufwendige Haare. Ähm, da macht das, das weiß, bricht das irgendwie alles? Das weiß, das Ohrstöpsel ist. Ja, nee, äh, gehen wir schnell, kommen Sie mit. Hm. Ja. Hatte schon abgeschlossen, aber kurz, lass es noch mal kurz. Mhm. Ist aber immer noch ein kleines Dabbelrind hier. Oh, das geht. Und hier warten wir dann, richtig? Ach so. Nicht, nicht hier. Du hättest zu Pillbox-Zeiten mal im MD sein müssen. Ja, das kann ich mir vorstellen, das muss, äh, aber ich muss sagen, das neue Gebäude... Herr Dr. Larsen, haben Sie auch eine Umhängemarke bekommen damals? Nein. Okay. Da hatte Tanaka gesagt, das sollte lieber nicht, dass man uns nicht für Detectives im Außeneinsatz verwechselt. Ja, so ein Kärtchen. Aber es wäre vielleicht interessant, mal so einen Umhänge-Ausweis zu haben, so eine Karte oder so. Genau, oder so ein Kärtchen am Blazer hier. Ich muss jetzt erst mal die Umhänge-Staffel öffnen. Ich hab da auch eine eigene Lösung für. Nachi hat sie damals gemocht, Dupo hat damals gesagt, es sieht scheiße aus. Hast du eine Lösung denn? Das sag ich dir gleich. Okay. Das ist kein offizieller Uniform, ich hab das Ding privat gekauft. Ach. Finde ich aber gut, dass du dich um so viele Sachen dann privat kümmerst, so auch mit dem Auto, dass du das hier spenden wolltest. Ah, das ist halt praktisch gedacht gewesen, ne? Ja, das Problem ist mit diesen Ausweisen, es ist wahrscheinlich wieder extra Bestellung. Nee, ich weiß, ich weiß alles. Das hat auch Zeit, ne? Dafür haben wir ja die Marken, die wir zeigen können, als es nötig wird. War der richtige, ne? Ja, war der richtige. Wir haben richtige Marken. Nein, der passt. Ja, ich hab mir meinen Inherstecker nicht mehr, äh, hab ich mir nicht geholt. Was klappt bei dir? Ja. Dem Stecker? Ja, sitzt. Ist super. Rutscht nicht. Gut. Jetzt sehen wir sehr viel seriös aus, als wir eigentlich sind. Ja, okay, lohnt sich jetzt dann hier runterzufahren. Und vielen lieben Dank. Ach, nicht dafür? Äh. Brauchst du da mit in den Umkleider? Dann muss ich das Ding nicht rumschleppen. Ach, diese Tür war noch offen. Ah, deswegen. Seit dieser Thematik rund um... Bauch, Sekunde. Mhm. Steht Zivilist drauf. Er hat sie nicht gemacht. Er kam nicht durch. Entschuldige, es steht Zivilist drauf. Ja. Und das kam nicht durch, das wundert mich aber wirklich. Was? Nein, 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 Korkunfander ist geil. Die Poffer, das finde ich so... Ja, das ist super. Also tragen kann ich, was ich will eigentlich. Also darfst du auch auf dem Kopf wirklich tragen, was du möchtest? Ja, okay, es muss halt passen, ne? Ja. Ich kann zum Beispiel auch, Sekunde, ich kann zum Beispiel auch das hier anziehen. Aber mal ganz im Ernst, als Psychologe fände ich das sogar wirklich gar nicht mal so scheiße. Je nachdem, mit wem du redest. Ich weiß, ich weiß. Ich habe generell gerne so bunte Sachen dabei. Nur kein Rot, was wir dann draußen. Ja, das sieht super seriös aus. Ist doch passend. Halt dich auch an, wenn ich gleich losfahren muss. So. Äh, du fährst jetzt gleich, wo fährst du jetzt gleich hin? Nein, 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 nicht gleich. Nach dem Rollcall. Ah, ja, ja. Aber du meintest, du hast ja sowieso Aktenzeug, was du erledigen willst. Das habe ich gerade schon gemacht. Oh, dann war es doch gar nicht so viel. Dann lasse ich mich gleich ins Lamy-Safi überführen. Ja. Also ich meine... Brauchst du denn jetzt noch was? Nee, nicht. Aber ich werde meine Sachen dann hier in Spind erst mal packen. Ich könnte mich... Der Rollcall ist im Viertel vor, oder? Ja, Sekunde. Heyo. Ja, hallo. Du hattest gestern noch versucht, mich anzurücken. Ja, aber viel zu spät. Meineleit. Ich hoffe, ich habe dich nicht gemerkt. Also war mir schon klar, das ist vergeben. Okay, das hatten wir mit mir auch abgesprochen. Dann mache ich das so. Warte. Leider sehr spät geworden gestern bei mir. Habt ihr heute regulär geöffnet? Ja, aber pass mir an, überhaupt in den Augen. Achso. Ich habe 20 Uhr. Ah, perfekt. Ja, dann komme ich wahrscheinlich da nochmal mit meinem Freund dabei. Dann schaut er sich mal die Fliege an. Ich hatte auch schon mit ihr jetzt telefoniert. Die weiß, dass wir so um 8 Uhr vorbeikommen. Dann bin ich klein. Und ich hatte bei ihr auch da schon angesprochen, dass wir vielleicht an diesen Ort ranfahren. Sie hat jetzt gesagt, das werde ich jetzt erstmal mit uns nochmal anbauen. Alles klar, bis dann. Ciao. Entschuldige. Alles gut. Roll Call für die vorne. Okay. Alles klar. Nein, nein. Frage ich dich gar nicht. Nein, nein, nein. Um halb sogar schon. Wir wurden nach vorne gezogen. Gut. Gut, das hat mich jetzt gar ein bisschen verwirrt, tatsächlich. Ah, okay. Du musst es gleich mal strecken. Kannst du dich einfach wieder runternehmen, ne? Äh, oh nein, hier, hier. Okay, sehr schön. Ja. Wann ist das Gespräch mit Frau Kater? Ähm, ähm, Mittwoch um 22 Uhr. Ah, so, okay. Also, genau, das wollte ich dir gerade eben sagen, da kam der Anruf. Ähm, ich habe 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr Mittwoch Termine. Ähm, da kannst du bei allen dabei sein, wenn du das möchtest, aber du musst dich nicht zu irgendwas zeigen, wenn du keine Zeit hast, ne? Nee, sehr, sehr gerne. Also, warte mal, 22 Uhr wäre Kater? Genau. Äh, was war, sag mir mal die anderen Zeiten. Ähm, um 21 Uhr, 21 Uhr wäre Friedrichsen. Und um 20 Uhr die 2, 91, der sich, der keinen Namen in die SMS geschrieben hat, deswegen wollte ich den Namen noch raussuchen. Okay. Gut, weil ich... Wir sind so, Mr. Kuriyame. Ich erzähl's auch niemals weiter. Ansonsten wollte ich jetzt eigentlich mit dir heute so ein bisschen die Basics durchgehen, aber das können wir dann vielleicht am Mittwoch machen. Mhm. Ähm, na, also was ist aktives Zuhören, was ist, ähm, DBT und so. Ähm, nein. Ich gesellschafte mich mal hierhin. Ja, klar. Und dann. Ähm, vielleicht haben wir da auch nachher Zeit für, aber ich denke, du musst jetzt nicht extra warten, sondern erstmal in den Streifendienst dann, ne? Bitte? Du wolltest ja sowieso in den Streifendienst dann gleich gehen. Äh, nein, ich wollte meine Sachen rüberholen. Ach so, entschuldige. Ach, ich bin heute... Ich glaube, ich bin heute noch nicht so, dass wir da auch schon fit bleiben, weil wir wollen ja nicht, dass sie sich irgendwelche Erkältungen oder Ähnliches holen. Des Weiteren, ähm, haben wir, ähm, ja, sehr gute Arbeit in letzter Zeit geleistet. Dafür möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken. Wir sind gerade dabei, einige Sachen bei der State Police noch ein bisschen anzupassen, Feintuning durchzuführen. Und da möchte ich auf eine Position ansprechen, die Frau Bahns nun begleitet. Frau Bahns ist keine feste Officerin der State Police mehr, also schon noch bei uns angestellt. Allerdings ist Frau Bahns jetzt mit dem Schwerpunkt, äh, unter Dr. Larsen. Und zwar, wenn Sie Probleme haben, zum Beispiel erleben Sie etwas, was nicht sonderlich förderlich ist, äh, für Ihre Psyche oder Sie erleben etwas, was, äh, Sie belastet. Oder Sie haben mitbekommen, dass Kollegen untereinander was tun, was Sie, äh, verwerklich finden oder da das Gespräch suchen möchten. Oder Sie müssen generell, äh, mal Ballast abladen vom Dienst. So können Sie sich jederzeit an Dr. Larsen und an Frau Ariane Bahns wenden. Des Weiteren wird Frau Bahns die State Police unterstützen, indem sie in der Öffentlichkeit, äh, bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, und zwar im Delpero Department. Ja, ähm, Frau Bahns wird allerdings bei der 1099, wenn eine vorhanden ist, äh, und alle Kräfte, wirklich alle, alle Kräfte benötigt werden, dort unterstützen. Gut, das dafür, meine Seite. Ich, äh, bitte einmal den Herrn, äh, hat, möchte jemand was loswerden? Haben wir jemanden? 44, wenn sonst keiner Beteiligung will. Ja, bitte kurz und bündig heute. Ganz kurz. Äh, einfach nur die Erinnerung, dass es jetzt noch eine zweite Nummer gegen Kummer gibt, nämlich die Nummer von der Frau Bahns. Das heißt, dort dürfen Sie auch aktiv anrufen, wenn irgendwas ist. Ansonsten, ne, melden Sie sich immer bitte bei Ihren Problemen. Wir beide unterliegen der Schweigepflicht. Das heißt, das wird auch nur weitergetragen, wenn das relevant ist. Vielen Dank, das war's schon. Gut, damit komme ich zum nächsten Punkt. Ich möchte darauf hinweisen, dass es jetzt bald eine kleine Änderung noch bei Ihrer Arbeit gibt. Und zwar werden wir in, äh, unregelmäßigen Abständen Sie rauspicken als Police Officer, egal welchen Rang, und werden, ähm, mit Ihnen einen Tauglichkeitstest machen, was Ihre Psyche betrifft. Das heißt, Sie werden zu unserem Haus internen zu schlugen, geschickt, der macht dann ein Gutachten über Sie fertig, wie und wie umfangreich Sie Ihrer Arbeit noch nachgehen können, weil Sie Dienst, äh, weil Sie Träger einer Dienstwaffe sind. Und dann müssen Sie schon in der Verfassung sein, auch von der Psyche her, äh, ja, damit umgehen zu können. Ja, auch mit dem, was Sie tagtäglich erleben und sehen. Aber dazu kommen wir dann nochmal, wenn es soweit ist. Gut, dann bitte ich erstmal, hat das Delpero-Department etwas? Ist jemand vom Delpero-Department anwesend? Ja, aber wir haben nichts. Ist jemand vom Lamesa-Department anwesend? Positiv. Lamesa bzw. Operations einmal nochmal hier der Hinweis, bei der Leitstelle gerade vor der Primetime, denken Sie bitte daran, sehe ich in einem gewissen Intervall, 15 bis 20 Minuten, bei den Streifen zu erkundigen, ob soweit alles okay ist. Dies wird aktuell deutlich zu wenig durchgeführt und liegt hier in Ihrer Verantwortung. Liebe, dass Gafi diese Psychologen-Pose macht. Okay, hat das Delpero-Department, hat mir leid, hat das Mission Road-Department etwas? Nicht, dass ich wüsste. Ich hätte etwas, eine Sekunde von Hedix, von der Academy. Bitte schauen Sie, dass Sie, wenn Sie mit Rekruten rausfahren, dass die Rekruten sehr viele Verkehrskontrollen machen. Die Rekruten, die ich frage, machen in vier Wochen zwei Verkehrskontrollen, das ist viel zu wenig. Hat er recht. Dann eine Nachfrage an die Kollegen von Davis-Department. Keine Anwesend. Er hat noch hier, vorne. Bitte? Aber keine Führungsetage. Aber keine Führungsetage. Egal, was haben Sie trotzdem? Haben Sie nichts, okay. Gut, Administration? Nein, soweit auch nicht. Ja, Norden? Ich glaube, es ist keiner da außer mir. Detectives? Was haben wir was? Eine kurze Anmerkung von den Detectives? Auch nochmal bezüglich der Leitstelle. Ich meine, Sie bekommen es wahrscheinlich alle mit, die Detectives, oder zumindest wenn man in den Anmarkts unterwegs ist und Ermittlungen annimmt, man funkt nicht immer unbedingt, ob man irgendwo 1020 ist, etc. Wenn wir dann aber Sie anrufen und Ihnen mitteilen, dass wir wohl sind, weil wir zum Beispiel dort zivil sind, eventuell das Leitstelle nicht mit dabei ist, etc., dann ist das super wichtig, dass Sie diese Information auch weitergeben an die nächste Leitstelle. Wir hatten gestern jetzt leider den Fall zweimal, dass dies nicht passiert ist und die neue Leitstelle keine Ahnung hatte, wo wir waren. Es ist zum Glück nichts passiert, aber einfach nur, dass Sie es wissen, wenn wir Ihnen das sagen, ist es meist wichtig. Deswegen geben Sie das bitte weiter. Haben die Kollegen von den... Achso, ich dachte, Sie sind fertig. Ich hätte noch einen kleinen Punkt, und zwar ist es jetzt vor kurzem bei Großevents aufgefallen, dass diverse Gangmitglieder freien Zutritt bekommen bei Großevents. Wenn Sie zivil oder im Dienst bei Großevents sind, dann achten Sie einmal darauf, ob gewisse Personen, wo auch ein gewisser Hintergrund, was Drogen von Drogen angeht, kontrolliert werden oder nicht. Wenn diese nicht kontrolliert werden, dann bitte einmal eine kurze Nachricht an einen Detektiv Ihrer Wahl. Da sind wir gerade dran, da was nachzuvollziehen. Wahrscheinlich mit dem Sinne von, dass gewisse Unternehmen das unterstützen, diesen Handel auf Großevents. Dankeschön. Gut. Marschalls? Super. Okay. Ich denke... Ich wollte gerade sagen, die Staatsanwaltschaft noch etwas? Nein, wir haben nichts, danke. Gut. Alles klar. Dann dürfen Sie jetzt gleich Ihren Dienst wieder durchführen. Ich habe tatsächlich noch zum Abschluss etwas sehr Interessantes, und zwar eine Heatmap. Für den aktuellen Drogendealen, für die Drogendealerei in unserem Staat. Ich kann Ihnen jetzt sagen, was unter anderem einer der kritischen Orte ist. Und zwar, wir haben aktuell folgende Sache. Warten Sie. Warten Sie. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen wie möglich. Besitz, Sumasch, Besitz, After Hours, Besitz, Sumasch, Süd und Sumasch, Nord, Besitz und nochmal das After Hours und das After Hours ist tatsächlich der Drogenumschlagort 01. Das heißt, wenn eine Veranstaltung beim After Hours stattfindet, wird die State Police dort vermehrt Kontrollen durchführen, um dort das Ganze in den Griff zu kriegen. 2.79 mit einer Frage. Bitte. Besteht die Möglichkeit, das doch irgendwo am schwarzen Brett zu verschriftlichen, weil das sehr viele Spots waren? Informieren Sie Herr Cooper, der soll das in den Angriff nehmen. Ja, check Cooper zum Mit. Sehr gute Arbeit, Mr. Cooper. Haben Sie sehr gut gemacht. Gut, jetzt machen wir noch einen kleinen Test. So. Den fahren wir denn. Sir, Vorname, stehen Sie mal auf hier vor mir. Vorname, Nachname, PD-Nummer, Bezirk. 4.76 Kronzin, der Mesa, Sir. Okay. Kennen Sie mir doch mal die Hierarchie der State Police mit den einzelnen Departments. Sie fangen oben an. Ganz oben. VPD, Hierarchie, Commissioner, Deputy Commissioner. Sehr gut. Weiter. Ich unterbreche Sie, wenn Sie falsch liegen. Commander. Captain Sergeant 3, Sergeant 2, Sergeant 1, gleichzeitig mit Detectives. Officer 3, 2, 1 und Recruit. Gut. Kronzin, richtig? So positiv, Sir. Wie heißt der Recruit rechts von Ihnen? Rechts von mir sitzt kein Recruit, Sir. Das ist Ausbilderin McKinney. Entschuldigung, links von Ihnen. Es tut mir leid. Von mir aus rechts gesehen. Müsste Conner sein. Ich bin... Wie heißen Sie, Sir? Julian Conner 283. Gehen Sie auf. Was hat Mr. Kronzin vergessen? Und dann? Keine Ahnung. Oh Gott. Haben Sie zugehört? Er hat Captain vergessen. Er hat er nicht. Wir haben gar nicht zugehört. Ja, Koko. Ja, 231 könntest du beantworten. Bin ich jetzt verantwortlich, dass der Herr das nicht kann? Oh ja, aus... Sorry. Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie mal Ohrenstäbchen kaufen und Ihren Rekruten dafür sorgen, dass Sie besser verstehen, was man Ihnen im Recruit mit... Bei allem Respekt. Genau. Ich kann nicht dafür, wenn ein erwachsener Mann einmal nicht zuhört. Es tut mir leid. Einmal nicht zuhört oder immer nicht zuhört? Was ist denn los? Jetzt gerade sehen wir von einmal nicht zuhört, ja. Hören Sie öfter zu, Sir? Oder hören Sie öfter nicht zu, Sir? Hören öfters zu, Sir. Gut. Er hat den Chief of Department vergessen. Er hat den Assistant Chief of Department vergessen. Und er hat vergessen, dass es kein Sergeant 3 und kein Detective 3 rangeht. Herr Koko, was wollten Sie sagen? Das mit dem Detective Rang wollte ich auch erzählen. Gut, beide hinsetzen. Gut. Wen haben wir denn hier vorne? Wer sind Sie? Sie haben hier 1,29. Gut. Alles klar. Hören Sie mir doch mal Ihr Dienst kümmern, Sir. Einmal die Dienstwaffe. Ja, was ist das für eine Dienstwaffe? Oh Gott, Vater. Ich bin so ein bisschen. Einmal den... Ich hatte mir sowas mal aufgeschrieben. Und Sie gehen nackt zum Dienst? Dann macht die Antifizleitung. Sehr gut. Bestehend aus was? Steht ihr das mal vor? Ähm... Das ist aber gemein. Die Regierung öffnen nicht mehr, genießt mir hier nicht. Bitte? Und? Das will dann auch keiner mehr schlagen. Und? Doch. Bei manchen Officern würde ich mir... Bleiben Sie ruhig, sagen Sie nichts mehr. So, man, wie heißen Sie? Wenn der Kommission nachfragt, ist das wirklich so ein Ding. Gehen Sie auf? Was hat er vergessen? Ähm... Den Pullover, dann die, ähm... Nein, 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 nein. Also, es geht nicht darum. Aber was hat er noch vergessen? Was sehr essentiell ist. Ansschule. Ansschule. Genau. Und? Kommt jemand von Ihnen drauf? Kannst du mir mal meine Wasserflasche aufschrauben, bitte? Wie, jetzt gibt es die Kroms hin? Deeks. Weiß es auch. Ja, Deeks. Oh! Ja, die Handschellen. Ach, Deeks, ey! Nee. Ansschule. Hat er vergessen. Ja, ja. Und noch was? Bikini. 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 Super! Sie können sich hinsetzen. Kriegen Sie auch bitte ein Lob? Das hat er auch jetzt. So, war ja nicht 100% perfekt. Achso, ja, okay. So. Gut. Dann hätte ich eine weitere Frage. Wie beginnen Sie Ihren Arbeitsalltag? Äh, Bikini. Äh, nein, nein, nicht Bikini. Äh, Mr. Ich weiß nicht Ihren Namen. Wie heißen Sie hier hinten? Ganz hinten in der Ecke, der sich hier versteckt. Wie ist Ihr Name, Sir? Wer hier, äh, die 4-7 Mischneff. Lauter reden, hinstellen. Und einmal vorstellen, wer Sie sind. Die 4-7 Alexei Mischneff. Mischneff. Und, bitte? Ganz laut. Laut, damit wir Sie verstehen können. Okay, 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 okay. Die 4-7 Alexei Mischneff, Lamesa PD. Gut. Wie beginnen Sie Ihren Dienstalltag, Sir? Ich komme ins PD. Haben Sie schon mal was Tolles geschafft? Ja, weiter. Ja, ich ziehe mich um, steche mich ein. Die stechen Sie sich ein? Nein, nein, nein. Ich stempel mich ein. Sind wir in Rancho? Nein, 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 nein. Ich stempel mich ein. Danach gehe ich an den Computer, locke mich da ein, dass jeder sieht, dass ich da bin. Ich melde mich bei der Leitstelle, dass ich verfügbar bin. Danach lese ich am schwarzen Brett die neuesten Gegebenheiten, was im und ums PD abgeht. Sehr gut. Hinsetzen. Haben Sie gut gemacht. Danke. Unsere Studenten heulen mit ihm eine Ansage. Gut, wen hatten wir denn noch nicht? Einen suchen wir uns noch raus. Ist die ein bisschen biestig hier, die Linke? Mit dem Löckchen hier. Oder verstehe ich Sie falsch? Eben Mr. Foley. Ja, bitte so. Der Herr neben Ihnen, der sollen wir ausstehen. Ach so, klar. Oh, wir haben Sie wieder nicht zugehört. Wachsen Ihnen die Haare in die Uhren inzwischen, bitte. Stellen Sie sich vor, Vorname, Nachname, PD-Nummer. Fabio Graf, PD03, WPD. Mr. Graf, wie sieht es aus, bevor Sie in einen Streifen, Ihre Streifen beginnen? Was tun Sie? Wenn Sie in einen Streifenwagen einsteigen und Ihre Streifen beginnen, was tun Sie zuerst? Zuerst steige ich wieder raus, prüfe dann, ob der Inhalt im Kofferraum alles in Ordnung ist. Mit mir unter Umständen noch vorgängig die Verhandlungsliste notieren. Schaut, dass dann alles eingetragen ist. Bitte nicht mehr. Sehr gut. Bleiben Sie stehen. Dame mit den orangenen Haaren. Hinten, neben, genau Sie. Vorname, Nachname, PD-Nummer. Ich kann Sie nicht verstehen. Elvira Jones, PD03, 17, WPD. Miss Jones, ich höre. Eine Antwort auf folgende Frage. Was muss denn so in Ihrem Kofferraum Ihres Streifenwagens sein? Es muss ein Fingerabdruck-Set, ein Feuerlöscher, einmal Desinfektionsmittel, zweimal Erste-Hilfe-Kästen, fünf Verkehrshütchen, drei Leuchtkegel, einen Leuchtein-Wing-Star. Okay, reicht. Sie haben es, es ist Streber. Okay, passt. Sie können sich beide hinsetzen. Gut. Letzte Frage an Sie alle. Wer kommt da rein? Wer ist das? Im blotten Haaren? 5,51, Mixture-Frail-Action. Okay. Ich benötige eine Einheit zum Up-to-Date-Aufbau-Unfall. Einmal die 4,2,3 anfahren. Gut, ich bestimme dafür. Mr. Crownstein, Sie fahren das an mit dem Herrn, der neben Ihnen sitzt, den ich gerade gefragt habe, der nicht zugehört hat. Check. Ich glaube, Herr Weiß sucht sich eine neue Ariane Parns gerade. So, letzte Frage. Jetzt bin ich gespannt. Sie heben einfach die Hand oder Sie stehen einfach auf, wer es beantworten möchte. Wer kann von unten nach oben alle Ten-Codes ohne ein Ä äußern? Nee, Wuppert, das macht sie nicht. Also ab und zu. Schon mal nicht. Das passt schon auf. Ich habe die Frage nicht mitgepickt. Okay. Ohne ein Ä. Okay. Bei Ihnen weiß ich, dass Sie es können. Bei Ihnen weiß ich auch, dass Sie es können. Wenn Sie ein Ä machen, müssen Sie extra nochmal ein Rekruten-Modul wiederholen. Ohne Ä. Einfach durchgehen, fließend. Ten-Drei. Ten-Vier. Ja, Sie müssen mir auch sagen, was das bedeutet. Okay. Ten-Drei ist nicht verstanden. Ten-Vier. Check. Stopp. Da waren, äh, Sie können sich hinsetzen. Schwer, oder? Mr. Foley. Jetzt Sie. Ach, das Böse. Ten-Drei. Wunschsprung wiederholen. Ten-Zeen. Unterschließung wird benötigt. Ten-Zwanzig. Standortdurchgabe. Ten-Zwanzig. Person- und Verkehrskontrolle. Ten-Dreißig. Set-Bei. Bissensweise nicht verfügbar. Ten-Vierzig. Unterwegs. Zum Auftrag oder zum Dispatch. Da waren, äh. Hinsetzen. Mr. Barnes. Ja, um kurz zu meins zu haken. Zehn-Vierzig. Da waren, äh. Nein. Mr. Kukum. Doch, Sie haben, äh, gesagt. Mr. Kukum, Sie sind dran. Jawohl. Zehn-Drei. Punktspruch wiederholen. Zehn. Das hört jetzt auch nicht, was wir langsam ausspricht. Stärkung benötigt. Zehn-Zwanzig. Standortdurchgabe. Zehn-Dreißig. Nicht verfügbar. Stand-By. Zehn-Vierzig. Auf dem Weg zum besagten Ziel. Ja, Mann, äh. Sie können sich hinsetzen. Es war kein ganzes... Okay. Die. Hint er auf. Zehn-Drei. Punktspruch wiederholen. Zehn-Zen. Verstärkung benötigt. Zehn-Zwanzig. Standortdurchgabe. Zehn-Zwanzig. Personenverkehrskontrolle. Zehn-Dreißig. Inaktiv. Zehn-Fixig. Anfahrteinsatz. Zehn-Fixig. Gefangenentransport. Zehn-Zächzig. Verfolgungsjagd. Zehn-Drei. Zehn-Thisig. Alkohol- und Drogentest. Zehn-99. Officernot. Sehr gut. Sie können sich hinsetzen. Herr Frauen, die Führungsebene. Bitte. Sie hatten mal den Punktspruch Zehn-Hatzig eingeführt, dass alle zum Headquarter kommen sollen. Gibt es den noch? Noch nicht offiziell. Okay. Gut. Die. Ausstehen. Einmal an Einwand von Operations-Führung. Ich möchte einmal hier drauf hinweisen, dass der Funkcode 10.4 verboten ist und nicht im Dienst benutzt werden darf. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben, Rekruten, hier nichts zu suchen. 10.4. So. Was ist 10.4? Angeblich sowas wie Check, aber darf es halt nicht benutzen. Ich möchte kurz sagen, Mr. McKinney ist keine Rekrute. Oder ich habe es missverstanden. Das war nicht McKinney. Das war schon alles richtig, so Herr Kuckum. Gut. Dix, so. Sie sind heute der letzte an der Reihe. Sie können alle aufatmen. Mr. Dix, nennen Sie mir noch die Reihe, die drei Sagen sollen. Die erste ist die taktische Einführung. Einsatzführung. Okay, also nochmal von vorne dann. Ja. Erste Säule ist die taktische Einsatzführung. Die zweite Säule ist die Hilfsorgan und Anlaufstelle für Officer. Und das dritte ist das Verbindungslied zwischen Zivilbevölkerung und State Police. Ist das so korrekt, Mr. Koryano? Das ist so korrekt. Sehr gut. Du musst doch was darüber erzählen. Ja klar, natürlich. Bei der taktischen Einsatzführung ist es natürlich wichtig, dass wir Diensterfahrung mitbringen als Officer. Das ist auch A und O wichtig. Die Einsatzleitung wird durch. Ja, da haben Sie recht. Ohne E geht das gar nicht. Doch, geht. Haben Sie ja gesehen. Früher haben die Menschen das auch geschafft. Super. Danke, Herr Kuckum. Sagte der Mann, der örsagt. Das hast du ja nicht geschafft. Ich weiß, woran ich arbeiten müsste. Ja, super. Gut. Möchte sich sonst noch jemand irgendwie heute hier beweisen? Hat jemand von Ihnen was auf dem Kasten? Holste. Ja, bitte. Das wäre eine allgemeine Frage. Nee, aber da Sie ja im Gruß vorne gehen, was schlagen Sie vor, was Sie uns beweisen könnten, Herr Kuckum? Ich möchte gar nicht unbedingt auf Arbeit irgendwas beweisen. Ich mache meine Arbeit. Ich möchte jetzt nicht extra was beweisen, Sir. Okay. Aber wieder große Klappe haben, richtig? So. Ich habe es falsch verstanden, Entschuldigung. Okay, passt. Gut. Also. Sie können dann jetzt Ihre Streife fahren. Ich werde jetzt nach und nach das immer wieder machen, mal zu gucken, wie aufmerksam Sie sind. Denn ich habe es nicht anzukündigen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Ich freue mich, dass die State Police ihr Equipment erweitern wird. Und zwar werden wir bald ein neues Dienstequipment haben, ein neues Hemd. Wie Sie sich vorstellen können, Mr. Hopkins, kommen Sie mal bitte nach vorne. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Das Hemd durch NPC draufsteht. Sehen Sie sich mal um. Sie sehen ja, an Mr. Hopkins Uniform steht dort Officer. Ja, vorne auf der Brust. Bald wird dort ein extra Hemd kommen, da steht NPC. Der Officer, der dann zum Beispiel, ich sage mal, wieder in Abwesenheit glänzt und nichts mitbekommt und einfach nur abseits dessen rumsteht und überhaupt sich nicht an Dienst... Adrian hätte das Hemd gekriegt. ...an den Dienstvorgaben beteiligt und die Kollegen im Regen stehen lässt, der bekommt dieses Hemd eine Woche lang angezogen. Er ist verpflichtet, das zu tragen. Ja. Ich kann jetzt Streife fahren. Das schaffen Sie alle. Das war genau der richtige Moment. Ich bin mir sicher, Sie müssen jetzt noch aufmerksam machen. Wahrscheinlich tausend. Was jetzt? Zu geht. Ach so, zu wechseln, weißt du. Ja, ja. Das Gute ist, es könnte sein, dass du doch mitfahren kannst. Ja. Kuh will anscheinend auch mitkommen, dann müssen wir sowieso mit zwei Autos fahren. Okay, dann muss ich aber vorher zum Lamesa die paar meine Sachen rüberbringen. Hallo. Alles Gute. Warten Sie kurz, Herr Kuh, Sie kommen mal bitte ganz kurz zu mir nochmal, wenn es geht. Guckst du, was du willst? Mach ganz in Ruhe. Also was? Zwei Autos? Ja, dann kann Kuh mal auch mitkommen, oder was? Der hat mich auch gefragt. Ja, also, Foley meinte gerade eben im Telefon, dass Kuh Kuh wohl auch mitkommen will. Dann sind wir sowieso zwei Autos, weil wir sonst, äh... Na? Ich muss halt nur bei Cortez im Auto sitzen. Komm mal bitte kurz rüber. Ja, ich... Komm mal bitte kurz rüber. Ich wollte jetzt nicht in den Raum schreien hier, ey. Willst du auch mitkommen zur Cortez? Weil wir müssen anscheinend jetzt eh mit zwei Autos fahren. Ähm... Okay. Ja. Weil so viele Leute mitkommen, weil Natschi will jetzt irgendwie mitkommen. Frau Barth, dass wir mit zu vielen Leuten kommen. Herr Foley auch, ich auch. Also... Ich bin eigentlich fast schon an der Stelle, wo ich sage, es ist zu viel und ich muss nicht mitfahren, aber ich muss nicht damit fahren. Also... Ja, also die wichtigsten sind auf jeden Fall, äh... Bist du, Larsen, und bist du, Milla. Weil ihr beide, also du, Larsen, du kannst es am besten einschätzen und Milla ist der, der entscheidend. Ich hatte das, der Kommission hat es vor mir gesagt. Ich muss dem heute noch... Ja, der Foley wurde vom Kommissioner beauftragt. Ja. Sind wir sofort wieder da? Ja, dann wir dreieinhalb Cortez, ne? Sag ich auch. Echt? Äh... Nee? Dann weiter. Ich schau rein. Okay. Guti. Dann, äh... weiß ich Bescheid. Dann, äh... Sag ich auch Mati Bescheid, dann dahin gehen. Guti. Wäre auch schon alles. Bis später. Hallo. Hallo, ich habe gerade deine SMS gelesen. Ähm... Ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe mit Herrn Hopkins geredet und es gibt ja ein kleines Problem. Denn, äh, wenn ich jetzt meinen Spindbein der Pyropie habe, dann müsste ich jedes Mal meinen Taser und mein Funkgerät hier hinbringen und auch wieder zurück. Und es wäre klüger, hieß es, wenn ich meinen Spind, ich habe nämlich hier einen Spind bekommen, äh, wenn ich die Sachen dann eher von hier zum der Pyropie bringe. Äh, sonst würde ich Gefahr laufen, dass ich zum Beispiel auch ohne Uniform irgendwo mal hinfahre, weil ich da mein Funkgerät und meinen Taser nicht habe. Weil doppelt kann das nicht rausgegeben werden. Ähm, genau. Deswegen würde ich meine Sachen gleich ins VPD bringen. Ist das denn so okay? Ja, auch soweit ich, solange ich Bescheid weiß, ist alles fein. Genau. Weil ich würde dann die Uniform anziehen, wenn ich dann wirklich so Öffentlichkeitsarbeit und so und würde dann rüberfahren, zum Beispiel der Pyropie. Ich würde natürlich auch am liebsten, das ist ein bisschen kompliziert alles irgendwie. Ich meine, wir können, also eine zweite Uniform können wir dir reinpacken, das ist nicht das Thema. Ja, aber zweiter Taser und Funkgerät geht nicht. Aber ich habe ja... Genau, das wäre halt nicht möglich. Also ich trage ja hier jetzt das, was ich anhabe und Uniform dann nur im absoluten Notfall. Mhm. Deswegen wäre es cool, wenn ich die Sachen dann hier hätte und dann eher da hinbringen würde, weil es mir Sinn macht, weil ich ja vermehrt hier bin. Naja. Okay. Nö, passt so. Gut. Ich müsste... Kannst du mich fix zum Damesa-Peddy fahren, damit ich mir die Sachen gebrauchen kann? Oder bist du gerade gebunden? Ich bin nicht gebunden, aber ich habe keinen Wagen hier. Wir könnten... Ich mache es mir einfach kurz das Fahrzeug von Finch. Okay, weil du bist ja der Pyropie, das passt gerade ganz gut. Ja, ja, eben drum. Und wir sind ja eh gleich wieder hier von neu. Ja. Hast du eine Tasche? Die habe ich im Spindort, ja. Okay. Weil er... Ganz kurze Störung. Kurz, wir sind im Konto, das wollte Davis öffentlichkeitswirksam übergeben. Ja. Das sollen Finch und ich uns zum kümmern. Äh... Äh... Alles noch gerade ein bisschen verwirrend? Ja, verstehe ich. Scheiß Türen. Ja. Die waren schon immer so furchtbar hier drinnen. Und wahrscheinlich hast du die Explosionen und so weiter nicht besser gemacht. Ach, Entschuldigung. Ach, komm mal mit. Warte, ich ziehe kurz die Weste an. Moment. Aha. Hast du schon mit Kaya gesprochen? Äh, sie hat mir eine SMS geschrieben. Ihr Bruder ist hier? Ja. Hast du gesagt, dass er den Bruder hat? Ja, hat sie. Oh. Ähm... Ich hab den auch schon kennengelernt. Oh, was ist das für einer? Korrekter? Oder... Sagen wir mal so, er versucht zumindest seine Schwester zu beschützen. Weiß noch nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Der ist noch schwierig dahingehend. Ähm... Ähm... Äh... Äh... Ähm... Ähm... Aha. Er ist nett, immerhin. So auf den ersten Eindruck, aber wie es halt am Ende ist, mal schauen. Ja, und warum ist der hier? Weil er sich wohl um Kaya sorgt. Okay, also sie hat sie ihn kontaktiert und das... Ah, okay, okay, okay. Äh, soll ich nach hinten, weil ich jetzt kein Funkgerät habe, oder sonst? Nö, komm ruhig auf dem Beifahrersitz. Gut. Schreibe ich kurz verlassen nochmal. Ähm... 410 ist überführt zum Lamesa-PD. Also ich beeile mich, ich packe ganz schön meine Sachen rein. Herr Koskina muss mir gleich nochmal die zusätzliche Marke geben. Ist eigentlich eine zusätzliche Marke, das verstehe ich halt nicht. Ja, das, genau, das hatten wir gerade besprochen mit Herrn Hopkins. Er wollte sich da aber nochmal, Herrn Koskina, ähm... Also eigentlich bin ich die Z19 jetzt offiziell. Okay. Ich kann auch nicht mehr eingeteilt werden, aber bei einer 1099 kann ich halt trotzdem, und soll ich auch trotzdem noch raus, desto mehr, desto besser. Ne, macht ja Sinn. Ja. Deswegen behalte ich auch meine Uniform. Ähm... Allerdings ist es so, wenn ich dann in Uniform draußen bin und ich habe eine Z19, ist das sehr verwirrend dann für Zivilisten, weil ich ja quasi zivile Beamtin bin, in Uniform. Und deswegen soll ich halt die andere Marke behalten, damit ich die halt dann immer mitnehmen kann. Ich hoffe, ich werde das niemals vergessen. Ich glaube, ich nehme immer einfach beide Marken mit. Aber das ist vielleicht auch problematisch. Also es ist, ähm... In Dienstungsweise. In Dienstungsweise wären gerade super. Ja, ich hatte Herr Davies jetzt auch eine SMS geschrieben und auch schon mal informiert. Ähm... Ja, ich will jetzt auch nicht mit Herrn Weiß reden und fragen, ob ich VPD quasi als Haupt-PD machen kann. Weil der hat genug immer Ohren. Ich mache das jetzt erstmal so, wie es vorgesehen ist, nur dass meine Sachen dann halt im VPD im Spinn sind und warte, bis Herr Davies wieder gesund ist und würde mich, wollte mich auch heute eigentlich bei diesem Produktionsteam nochmal melden. Und das... Also, weißt du davon was? Ähm... Meinst du wieder von dem Video? Ja. Ich war... Also ich weiß nur, dass vom Kaya-Video das und dass Davis noch ein Drehbuch schreiben sollte. Genau, genau das. Schon voll cool. Ist auf jeden Fall wild. Mhm. Und wir haben auf dem Parkplatz eben fix drauf und dann ist es schick. Ja. Meine Güte, ich hoffe, mein Bruder kommt nicht nach der Santers. So, ich renne mal ganz fix rein. Beeil mich. Ich hoffe, meine Brüder auch nicht. Brüder? Ja, ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Oh! Oh, wow! Okay. Mhm. Und versteht ihr euch gut? 410-10-20-Lamesa-Pidi. Ja, das geht. Familie regt sich drüber auf, dass ich dieses Jahr in Liberty City bin und nicht bei denen. So weit laufen. Na, ist das sowas, dass man da immer zu Familienfeiern hingehen muss? Mhm. Und wenn man bedenkt, dass mir meine Familie ewig nicht geglaubt hat, dass, äh, ich, äh, was ich durchgemacht habe, nun. Ja gut, dann geht man ja sowieso gerne dahin, ne? Mhm, auf jeden Fall. Der einzige Grund, warum ich dort war, war meine Oma und die ist ja nicht mehr da. Oh Mann. Sorry, das tut mir alles so leid, ey. Ach, passiert halt. Oh, Moment, Telefon. Ja. Pinchy! Also erstmal fahre ich vor allen Dingen, äh, zum, äh, zum WPD, weil sie dort einen zweiten Spind noch hat und erstmal ihre Sachen dort mit reinlagert. Aber danach kann ich zum Galperro fahren. Ja, warum? Aus der Fußtherapie? Was? Achso. Hm? Ja. Oder den, oder den an Mark Victor, halt, ne? Ja, hallo, Herr Davis? Hallo, Frau Barnes, ich hab einfach kurz den Weg des Telefons gewinnt, weil, äh, SMS schreiben ist einhändig nicht ganz so einfach, deswegen mach ich's einfach kurz so rum. Alles gut, ich, echt danke Ihnen für die Genesungswünsche, äh, ja, ich wurde soweit auch informiert, es wird sich bei Ihnen auch noch bald gemeldet, Sie bekommen von uns noch ein Fahrzeug auch zugewiesen, weil wir in der Peru ein bisschen Mangel an O1-Fahrzeugen haben. Ja. Sag ich mal, ein festes Fahrzeug für sich auch haben, muss ja nutzen können. Wissen Sie schon, wie Sie in Zukunft, sag ich mal, auch arbeiten werden, weil Sie bräuchten ja sicherlich auch ein Büro, wenn Sie in die Richtung gehen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Also, ich, ich kann Ihnen das nochmal genau, also ich bin gerade am umziehen, jetzt ist das Problem nämlich, ich hab mit Herr Hopkins geredet, ähm, dass ich hauptsächlich, Sekunde, ich bin ja gerade wirklich mit am umziehen, ähm, dass ich eigentlich hauptsächlich im, äh, WIPI-Design-Wert für die Ausbildung bei Mermel Larsen, da fahr ich auch heute auf ein paar Einsätze mit. Äh, ich hab das Drehbuch übrigens schon bekommen, da muss ich mich auch noch reinlesen, ähm, da wollte ich generell ja nochmal mit Ihnen reden, was Sie so erwarten und, ne, irgendwie, wie ich Sie da unterstützen kann. Es ist nur so, ich bekomme kein zweites Funkgerät und keinen zweiten Taser, logischerweise, und müsste dann immer zum, vom Delperopedi aus, ähm, in Uniform dann, äh, also das, das wird ein bisschen kompliziert. Es wäre unkomplizierter, meinte Herr Hopkins, wenn ich meine Sachen im WIPI-Design-Lager, da hab ich auch einen Spind, und dann, je nachdem, was ich mache, meine Uniform anziehe und zum Delperopedi fahre und da auch mein Funkgerät und den Taser immer bei hab, beziehungsweise dann die komplette Ausrüstung. Ich bin grad mit Frau Kater hier und, ähm, ich werd das gleich noch im WIPI-Design-Lager richtig klären, aber ich lagere die ja da jetzt erstmal zwischen gerade. Mhm. Weil das macht mir ja Sinn und es ist ja auch in der Nähe, anstatt ich dann immer, äh, diese zwei Wege fahren muss und da immer wieder ein Schreibenwagen dafür besitzen wird. Ich verstehe, ja. Ja, ähm, wenn Sie die Tage Zeit haben, würde ich da gerne nochmal mit Ihnen reden, aber jetzt werden Sie erstmal gesund, ich bin halt eh noch mit Herrn Lasten jetzt erstmal unterwegs und, ähm, ja, hoffe ich kann Sie da unterstützen. Ich glaub, das finden wir auf alle Fälle ein paar Ideen, wie wir das bestimmt, äh, gut hinbekommen, ja. Ja, super, freu ich mich drauf. Ich freu mich auch. Dann, äh, ja, wollte ich nur einmal kurz soweit Bescheid geben, ich melde mich dann nochmal, wenn es die Tage bei mir ein bisschen besser aussieht, ja? Ja, lassen Sie sich, also, Genesung braucht ja immer eine Weide, ne, man soll sich da nicht, äh, hetzen, dann versteht man es nur. Das stimmt allerdings, ja. Ja. Und gute Besserung bei Ihnen. Dankeschön. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Gott ist dir lieb. Äh, ja, ich hab meine Waffen jetzt einfach mal hier, ähm, ich hab ganz ein paar Blöcke mit mir tragen. Das ist ja alles gut, alles cool. Gut, aber so. Hast du, wobei, nee, brauchst du, glaub ich, gar nicht, dadurch, dass du mehr als ziviler Angestellte giltst, wie kam das überhaupt dazu? Hm, kann ich dir gleich erzählen? Ich hab jetzt hier noch so alte Undercover-Sachen drin, die kann ich ja einfach so irgendwann holen, ne? Hm, alte Undercover-Sachen? Meinst du deine Privatsachen, oder was? Nee, die waren noch von dieser Detektiv-Sache, äh, in dem Rucksack hier drin, weil sonst hätte ich jetzt nichts reingepasst. Ah, okay. Ja, das kannst du auch später machen, das ist nicht schlimm. Okay. Aber dann窮t. Warte, warte, ich kann, ich, 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 ich... Ein paar Sachen kann ich reinpacken, warte, ich, ich, ich glaub sogar, ich krieg das alles unter, jetzt werd ich aber richtig voll bebefasst sein. Ansonsten, ich hätte noch, äh, ich glaub, ich kann auch noch ein bisschen was tragen. Ja, warte, warte, ich glaub, ich krieg's... Ich, ich krieg's, oh mein Gott. Also, mehr schaff ich nicht. So, jetzt Sir, bist du rös. Dann pestil,掉 die Information. Solange sie nichts Richtiges in den иск然 haben, fahren sie raus. Wir haben zwei Streifen, die in einem Einsatzgebot sitzen, sowie keine aktiven Streifen auf der Straße. Jetzt mal, wenn ich sowas höre, krieg ich mal einen halben Anfall. die weihnachtszeit ist das problem wir sind ja das stimmt oder werden krank als kalt wird ja stimmt schauen dass der schnee nicht in geblieben ist das kommt bestimmt noch mal wie geht es denn so ein bisschen besser ich war wieder also verstehe ich auch schon geht auch für dich deswegen war ich ein paar tage lang nicht da okay die auch gute besserung ja miller geht es gerade schlimmer irgendwie richtig umgehauen ach du scheiße ja okay das bleibt nicht aus dann nebendrum ich warte nur drauf ist es wenn wir richtig ausbricht wird mal zeit schnuppi oder eher so ein ja das ist ja schnuppen so richtig unangenehm wir versuchen es heute aber ich weiß nicht ob das ja wir wollten es eigentlich heute versuchen weil kümmern da ich ja kann auch nicht aber es geht jetzt kann alles nicht weiß kann zu vielen passieren ja ich hatte gelesen nur dass perl da ist am fünften was welche verkauft und am simpel aber das ist doch die kollegen finch und barnes haben wir ihn besorgt weil weil ich ja ich kenne halt miller also auch halt ewig um irgendwas in die begänge zu kriegen und weil ich nicht wusste ja irgendwie manchmal schon 432 aktiv richtung und bisher war auch nicht im raum dass wir auf sein wollte aber hatte die letztes jahr ein wenn man jetzt ist ja auch schon zusammen oder nicht zu weihnachten wir sind seit dem 18 ersten zusammen es hatte sich angebahnt weil der commissioner sich da eingemischt hatte kann ich halt auch so sagen und ja ja nun ich kann mir nicht vorstellen ich kann mir dich mit keinem anderen vorstellen für mich bist du einfach ewig mit ihm zusammen also wirklich jetzt ist ja es ist immerhin fast ein jahr ne also das darf man ja auch nicht vergessen 16 1 weiß dass ich ein jahr das ist schon ewig verkleidig war also schon ewig ja irgendwie schon monate schon vorher bist du so jemand bist du jemand in den ersten schritt nicht machen kann ja sehr furchtbar mit wem warst du denn vorher zusammen du hast doch meine beziehung mit viel zu vielen mit viel zu viel ja okay mein gott hat sie gut gehen lassen ja es war ja auch so weit fein eine beziehung war mit ablenken und verdrängen dass ich eigentlich auf amos stehe oh mein gott okay das war damals mit gabriel gabriel schirmlöhm warst du warst du warst ja ja dann 20 21 war mit haba ende des jahres dreimal insgesamt zweimal das dritte mal ist nicht wirklich zustande gekommen und noch eine dreier dreier beziehungsweise vierer beziehung hatte ich auch noch eine bitte was ich muss ihnen unbedingt was sagen kommst du mal kurz her ja das ist ja ekelhaft wirklich er hat mich angerülpst also ja ich hatte tatsächlich eine dreiecksbeziehung also jetzt mal ganz im ernst wie managt man sowas waren sie waren sie waren sie bei der zahl ist eine 410 ist drin ja eigentlich weichen weil wir das eben bei nur noch kurz überführt haben ok ja dass das bitte dann ins dokument eintragen ist nicht drin gewesen ja ja super was erst nun das hat man damit gemanagt dass sich jeder um jeden gekümmert hat letztendlich heute ist weht oh ok das erklärt ist bist du ja ne so rein deine luzi oh gott die tür so der noob schrank das ist super aber ich bin froh dass ich sowas nicht mehr habe ich stell mir das auch sehr stressig vor und war da also da wenn ich fragen darf natürlich gab es da eventuell probleme mit eifersucht also bist du ein eifertiger mit gar nicht also in dem in dem punkt gar nicht dadurch dass jeder jedem vertraut hat tatsächlich wow also es war hat sich auch keine ebene vernachlässigt nein gar nicht also es wurde mir gegenüber also es wurde für mich persönlich nur schwierig als noch eine vierte person dazu kam das darf ich fragen ja klar frag ruhig wer die vierte person war also einem das war eine ehemalige kollektin ah ok alexis parker hieß die dame und wir hatten noch eine alexis in der gruppe und äh john mcdonaldon ich weiß nicht ob du den noch kennst er war auch damals im pd ne sagt mir tatsächlich gar nicht ich muss ja mein gürtel da also ich habe den taser in der hand ähm den gürtel müsste ich dann oh mein gott ich habe noch meine klamotten genannt ähm ja ansonsten kannst du den taser ja ein bisschen ähm in die stelle tun also kannst du das teil abnehmen davon von dem gürtel und kannst es an deine hose tun so genau okay weil ich habe jetzt genau dann habe ich ja stimmt okay gut dann habe ich das jetzt das funk gerät und mehr brauche ich ja so erstmal nicht das einzige was ich jetzt noch machen muss weil ich bin ja im gebäude ist einfach die beste aussehen mhm so jetzt brauche ich nur noch eine neue marke von herr koskehner und dann wäre es glaube ich erstmal fit genau und dann werde ich mir später nochmal was ganz irgendwo durch aber jetzt gehe ich dann erstmal 504 das hier zum mission road department ja so kleine mädchen ne gleich zu einer sache die mich sehr interessiert ich bin sehr gespannt check danke ja gerne aber machen wir irgendwann ja wie ist das jetzt dazu gekommen äh ich würde kündigen ich habe eigentlich gekündigt also okay ich habe mir gedacht ich kann trotzdem ich meine ich kündige jetzt eh habe so ein bisschen erzählt was ich gerne machen würde und ich hatte zügigerweise tatsächlich Herr Larsen dann der wir sind ja befreundet mhm ähm sagst du ja ich würde auf die 3 ne ich bin ja auf der 3 ne soll grad sein du bist ja auf der 3 ja ich würde ich würde zu den Büros sprechen ich bin so durch komm mit dann gehen wir zu den Büros ja glaube ich besser jetzt bei koskehler wurde mir gesagt ist wohl meiste Zeit in seinem Büro ähm genau ich habe mir Herr Larsen ich hatte schon beim Afrodonis angefragt welchen Job und dann habe ich gehört mitarbeiterrabatt und dachte da komme ich auf null raus das ist einfach nicht gut ja das war also keine gute Idee und war allgemein ein bisschen deprimiert und sowas alles weil die Entscheidung feststand äh und dann hatte ich Herr Larsen gefragt also gar viel gefragt ob er eine Assistentin braucht denn manche tatsächlich sogar sehr dringend und äh und äh ich habe von das gespräch mit Herrn Weiss habe ganz offen alles gesagt und auch die äh Stärken die ich habe und was ich machen möchte und er hat dann gesagt ich werde dann hier als Seelsäugerin tatsächlich ausgebildet so quasi in die Frühstrapfen von Frau Collins kennst du sie noch? ja natürlich kenne ich Collins noch genau und er meinte zusätzlich dazu die Öffentlichkeitsarbeit da äh ja würde ich mich auch es ist jetzt schwierig mit den Herr Kowalski noch zusammenschließen dass man das vielleicht äh äh an beiden Departments so machen könnte an verschiedene Standorten weil er da ja auch was in der Richtung machen möchte und äh Herr Davies natürlich äh äh fragen wo ich ihn da unterstützen kann ich muss nur gucken dass es natürlich für mich nicht so viel wird weil Ausbildung natürlich jetzt im Vordergrund steht damit ich da Leuten auch keinen Quatsch erzähle wenn es soweit ist sonst konzentriere dich erstmal auf die Ausbildung selbst ja ich kann tatsächlich ich weiß ich weiß was du meinst aber wenn ich das andere jetzt gegen lasse äh kommt das wieder nicht gut beim Herr Weiß dann sieht es wieder so aus als würde ich nichts tun aber ich versuche das gerade irgendwie alles unter den Hut zu kriegen ja also ich denke man findet dann auf jeden Fall was ja darf ich dir noch eine Frage stellen? na klar bei wem würdest du hier sagen Smash? hm hm ohne weiter weiß bitte das ist ehrlich gesagt gar kein Hundin das sind alle so mein Typ vom wobei der Ali Diaz hat schon Augen hm warte ah oh mein Gott das ist der unter weiter weiß ja der blickt ihm der blickt in meine Seele Hilfe ja ne heißt der wirklich jemand Oscar Wilde? ja aber sonst niemanden so wirklich ich kenne davon keinen ich kenne davon keinen ich kenne davon keinen ja ich auch ja ich auch und da habe ich den Drang einfach so einen schnuppert nach dran zu malen die vorleger hatte mit dem zirbel dran ein Teil war immer für die kommen ok ich 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 fahr mal kurz äh Die blauen Uniformen sehen irgendwie aus, als hätte man sich ein Kostüm angezogen, finde ich. Ja. Ja, völlig. Ich weiß, was du meinst. Ja. Gut. Nun gut. Dann teilst du ja das Büro mit Garfield, wa? Genau, genau. Ist doch nice, dass jetzt überall die Blumen sind. Ist voll schön, oder? Hab letztens noch daran nachgedacht, dass es hier übelst leer und traurig aussieht, ohne irgendwelche Blumen. Mhm. Gaffi hat wohl den Kranz selber hingestellt, aber das kann er auch noch ein paar Tee nicht da oder so holen. Ich gucke mir ja Kostine an. Okay, wenn jemand beim dritten Mal nicht dran geht, ist er beschäftigt, den leg ich mal so drauf. Kriegt man denn die Kränze her? Ja. Keine Ahnung, aber ich denke mal beim, ähm, ähm, hier, Flower Shop. M-D. Oh. Status bei Cypress? Hm. Muss ich mal anfragen? Hast du, Herr, hast du Garfield gesehen? War er auf dem Weg hierhin? War er auf dem Weg hierher gekommen? Nee, gar nicht. Ja. Ist er vielleicht in seinem Büro und wir sehen ihn nicht? Ja, ja. Oder die sind schon losgefahren, kann auch sein. Hm, sonst gehen wir mal an den Rechner. Aber ich... Ja... Ah, ja, im Streifblatt gucken. Ich war grad kurz irritiert. Hat jeder von uns nach so'n Pieper bei? Wäre witzig. Hm. Ja. Uno, neun, ja, okay, die sind wahrscheinlich schon... Oh, äh, wurde dir gesagt, du kannst ja auch einen von unseren Non-Max nehmen? Genau, das hat der Davis gerade, aber das bespreche ich am besten mit ihm, wenn er wieder da ist, damit ich das Ganze in Ruhe machen kann und der soll sich da jetzt auch nicht hetzen, weil der ist ja... Also, wie lange ist denn jetzt schon außer Dienst? Hm, ne Woche oder so. Das ist schon relativ lang. Ah, okay. Jetzt hat er, da kann er halt erstmal der Physio anfangen und alles. Das ist richtig übel. Muss ihn nachher noch, äh, heimsuchen. Habe ich ihm schon angedroht. Wenn ich Aktenzugriff haben möchte, melde ich mich... Bei wem melde ich mich da? Ähm... Normalerweise bei dem Aktenführer. Äh, ne, nicht den Aktenzugriff, Entschuldigung. Äh... Kannst du ein Reiter sein mit internen Dokumenten? Ah, uh, ja. Da, da musst du dich, ähm, bei Cuskela auch melden. Okay, gut. Dann... Weil, das ist ein Administration-Bereich. Mhm. Und er kann dir das, äh, zusortieren, sozusagen. Gibt es da noch alternativ jemanden zu mir in Cuskela? Einfach, falls er gar nicht kann? Ähm... Tendenziell jeden von der Führung. Also jeder, ähm, Chief und Assistant Chief. Okay, gut. Ich höre Kokonfragen. Was meint der Herr, äh... Äh, darf ich nicht das? Mhm. Warte, ich geh mal ganz kurz auf. Äh... Live-Tracking, U09. Sind wir noch hier? Weißt du, was nett wäre bei dem Live-Tracking? Einfach eine Suche und dann switcht er automatisch auf den, äh, den richtigen Wagen. Auf der Karte. Das wär super. Mhm. Ich frage, wo wollten die denn hin? Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich dir das sagen darf. Ach so, ne, alles gut. Ist wirklich, ist wirklich so ein Ding, deswegen. Ist wirklich so ein Ding, deswegen. Nee, alles gut. Okay. Dadurch, dass ich ja weiß, dass Garfield auch, ähm... 411, 10, 20, 11. Anmarkt durch die Gegend fährt. Auch für Gespräche und so weiter und so fort. Ja, ne, dann wird die wahrscheinlich schon da. Ähm... Hm... 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 Hä? Wirklich? Warte, ich guckst du vor. Ja, okay, die sind schon weg. Oh mein Gott, hier steht es. Das ist immer Recycling hier. CD93 schmeldet sich ab. Oh, nicht verkehrt. Ich glaube, ich würde mir dann jetzt mal die Zeit nehmen und schon mal so dieses Drehbuch da einmal durchlesen. Das ist ja doch schon ein kleiner Text. Und dann würde ich dann so lange bei Herrn Hasen im Büro stehen. Alles klar. Oder wenn du irgendwas brauchst. Weißt du, wo die Küche ist? Ja, also grob. Und ich werde... Nimm mich einfach hinfinden, komm mit. Ja. Ray? Ja? Ich werde es mir nicht merken können. Es gab eine Zeit, ich wusste genau, wo die ist und ich konnte es mir nicht merken. Aber ich glaube, in der Nähe von Einfach hier durch und dann rechts rum. Okay, perfekt. Weißt du, was ich hole mir da raus? Ich will dich jetzt auch nicht von irgendwas abhalten. Ich habe voll schlichte Gewissen. Alles gut. Ich freue mich über jede Ablenkung. Oh, Restroom ist also Küche. Okay, alles gut. Mit den Schildern hier fantastisch. Solange ich wieder Kaffee da stehe. Oh, cool. Ich weiß nicht, wer sich hier kümmert, aber jemand kümmert sich. Sonst hätte ich mich dafür auch angeboten. Fantastisch. Na gut. So ist ein Kaffee trinke ich. Okay, hier kümmert sich anscheinend wirklich jemand. Dann brauche ich dafür nichts. Ja, bei euch im Lamisa hat sich auch jemand drum gekümmert, ne? Aber auch. Ja, wo sich glaube ich nicht so krass drum gekümmert, obwohl da war in letzter Zeit halt auch wenig im Kühlschrank. Immer wenn ich geguckt habe, war da fast gar nichts drin. MLP, die war immer furchtbar. Ja, ja gut, aber man neigt gerne dazu, einfach die Sachen komplett rauszunehmen, gefühlt. Es ist furchtbar. Echt? Ich nehme meistens so zwei Essenssachen, zwei Getränke, sowas immer. Ja, soll man ja auch, wenn es nicht anders geht, ne? Es ist... Nun. Ich glaube, Leute, ähm, ja, die, ähm, pippen mal ein bisschen in den Kühlschrank zu Hause. Oh Mann. Äh, na gut, dann geh dich mal belesen, du Nase. Mach ich. Passt du auf dich auf? Mach ich. 432, vielleicht schon gekommen. Mir passiert schon nichts. Was soll schon passieren im Büro? Wow. Achso, machst du auch Büro. Nach ihrer Aufgabe in Ordnung bestreiten. Tendenziell, ja. Check. Mal gucken, was Finch gleich macht. Gleiche. Gegebenenfalls kriege ich ihn früher außer Dienst, damit wir Davis belästigen können. Ja, wir müssen halt noch jemanden eine Treppe runterschubsen. Ich meine, äh... Was? Bitte was? Ich meine, durch die Gegend rollen mit dem Rollstück. Achso, okay. Oh, der Arme. Also, falls du bei solchen Sachen Unterstützung brauchst, sag Bescheid, ne? Bei welchen Sachen? Weiß ich nicht. Ja, Davis aus dem Krankenhaus abholen, äh, rumschieben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gleich zu tun habe, werde ich uns auch verlassen. Was? Ja, alles gut. Mach dir da keinen Stress. Okay, vielleicht erreiche ich gleich, Herr Buskeler. Ganz gut. Genau. Okay. Dann, äh, viel Spaß. Jo, danke. Oh, ja. Oh, ja. Baby-O-Lodge, komm wieder, Timotheus. Die 10-20 nochmal, 519? Baby-O-Lodge. Ah, schade. Ich wäre gerne mitgegangen, aber hat Geld nochmal nicht. Das wird zu spät gewesen. Check. Ähm, jetzt aber. 418-10-20, Weinboot-Tankstelle. Äh, ich habe nicht kein Auto. Ich finde das nicht, was ich mache. Szene 1. Streifenwagen steht in der Einfahrt nördlich von La Sparda. Jay und C machen Verkehrsüberwachung. Die Szene beginnt mit den beiden im Auto. Die überwachen mit der Stoppschild von, äh, von Osten Richtung Westen. Ein erstes Auto kommt vom Osten. Direkter Einsatz für Sie Richtung State Prison. Am Highway ist ein Verkehrsunfall. Das MD benötigt sich. Äh, die beiden raten, ob es angehalten wird oder nicht. Beide raten. Beide liegen falsch, es hält an. Äh, ob es angehalten wird oder nicht. Weiteres Fahrzeug nähert sich. Beide raten erneut. Beide sagen, es, äh, es hält und liegen. Check. Richtig, es hält an. Achso, und liegen richtig, es hält an. Ein weiteres Fahrzeug nähert sich, auch für die Gefahrweise. Beide sagen, es hält nicht. Es fährt volle Kanne drüber. Sie starten einen Streifenwagen und schalten Einsatzlichter und Einsatzfonds ein. Wisst ihr, was ich hier machen würde in der ersten Szene, vielleicht kann ich Ihnen das ja vorschlagen, ich würde irgendwas völlig Bescheuertes, einfach nur random, also in einer Szene müsste irgendwas richtig Beklopptes, vielleicht eine Rose Finkers oder so. Zweite Stelle für die 430S-Core. Aber einfach so eine lustige Person einfach, die man dann castet, die einfach auf so ein Rasenmäher vorbeifährt. Wisst ihr, was ich meine? So völlig random. Hörte sie, komm. Aufschlag abbrechen, gehen sie danach aktiv, komm. Check, so wird 418 aktiv, Richtung Lamesa. Leitstelle bändet beide Funksprüche. 432 aktiv. 5. 6. 7. 7. 8. 4-1-2 aktiv 4-1-0-1 überführt zum Sunny ChancesO Das Problem ist, das ist ja auch nicht erlaubt mit dem Rasenmäher, glaube ich. Aber der könnte ja auf dem Bürgersteig fahren. Warte, mit dem Rasenmäher unangenehm langsamer geschwindig an der Steifenbahn vorbei. Egal. Bürgersteig. Fragt vielleicht. Dukatukat. Oder Sounds irgendwie einbauen. So, das könnte man... Wisst ihr, wie ich meine? Da fahren jetzt die Autos so vorbei und sowas alles. Und da hast du einfach diese random Person im Hawaii-Hemd, etwas fülliger, mit so einem lustigen Strohhut. Irgendwie sehe ich das so. Ich muss das aufschreiben. Moment. 6-1-2 vielleicht wieder kommen. Ähm, warte, 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 warte. Nein, wo habe ich das hingeschrieben? Nein, ich habe es nicht gespeichert. Ich hasse mich, ich hasse mich. Nein, ich habe es gespeichert. Cool. Ich liebe mich, ich liebe mich. Ähm, Person aussehen, Hawaii-Hemd, ja, Hawaii-Hemd, Strohhut. 4-13 für die Leitsche bekommen. Hawaii-Hemd, offen, bunt, offen, Strohhut. Ich weiß nicht, warum, aber ich sehe genau das. Ich sehe genau, genau das. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich muss mir das rauskopieren, kurz das Drehbuch. Und dann kann sie vielleicht da so ein paar Notizen hinmachen. Aber das soll ja, Hawaii meint ja das doch lustig sein, ne? 4-18-10-3-S-C, Lameis auf dem Moment. Ich mache das mal ganz kurz, eine Sekunde. Ich bereichere das mal ganz kurz, dann kann ich das später OOC mal machen. Äh, ja doch, OOC. So. Also wisst ihr, wie ich meine? Einfach, damit man was zu lachen hat, so. So hast du, wow, Action und sowas. Also nicht Action, aber du hast halt so, du fängst an. 99 vielleicht. Dann einfach so völlig random, vielleicht noch mit so, warte mal, mit sowas im Hintergrund, Moment. Also sowas in der Art. Ich glaube, ich habe das noch hier. Warte. Also so eine ähnliche Hintergrundmusik. Wisst ihr, wie ich meine? Ich sehe deine Vision. Ich bin so ready für diese Scheiße. Ich hoffe, Dennis hasst Ariane nicht, ne? Aber sie würde ja nur so ein paar Sachen einfügen, ne? Wenn die Person darauf, wenn die Person darauf einfach, das müsste ein Eventcharakter sein, einfach für die kurze Zeit. Wenn die Person darauf einfach sowas sagen wie, Guten Tag. Oder so, weil sie mir vorbeifällt. Guten Tag. Irgendwie total random in so einer witzigen Stimme wäre es halt auch voll lustig. Sie starten den Streifenwagen, schalten Einsatzlichter und Einsatzrohren ein und fahren hinterher. Übergang ins Intro. Zurück aus dem Intro, Übergang zu Szene 2. Verkehrskontrolle. Fahrzeug kurz hinter ehemaligen Taco Libre in Vespucci gestoppt. Streifenwagen steht mit Einsatzlichtern dahinter. Szene beginnt damit, dass der Beifahrer den Funkspruch absetzt und das checkte Leitstelle ist zu hören. Beide steigen aus und gehen in Richtung Fahrzeug. Jay auf der Fahrerseite, C, auf der Beifahrerseite. Jay führt einen Funkspruch mit dem Fahrer. Warum über das Stoppschild gefahren? Personalienprüfen. Personalien, Thiago Ramirez, werden über Funk geprüft. Rückmeldung über Funk, keine Auffälligkeiten. C meldet, dass er von der Beifahrerseite aus komischen Gegenständen in der Mittelkonsole liegen. Er sieht eine Spritze. Jay weist den Fahrer, Jay weist an, der Fahrer soll aussteigen und mit den Händen aufs Dach legen. Jay durchsucht ihn, finden sonst nichts. Dann wird der Kofferraum durchsucht vom Fahrzeug. Drogenfund mehrere hundert Gramm Kokain. Eine zweite Streife wird hinzugerufen. Es wird alles sichergestellt, das Fahrzeug abgestellt und Thiago Ramirez verhandelt. Eine kurze Information bei 4301. Wir suchen aktuell den Verkehrsunfall. Am Gießtabell genauso wie das FD 430S Ende. Also das wird mal, nehme ich nochmal richtig, mir zur Brust da irgendwie, ne? Oh, hallo? Ja, so mal. Beim Durchsuchen des Kofferraums. Ja, 430S will 432 kommen. Kann man unangenehm, aber legale Gegend. Ja, der Unfall ist nicht Höhe Statewissen anscheinend, sondern Richtung Kreuzung. Eventuell, okay, das ist ein bisschen zu krass jetzt. Richtung Palito. Komm. Eventuell Gemüse wie Gurken. Oh mein Gott. Warte mal. Oh, das Wort google ich jetzt aber mal. Und nicht schon wieder. Warte, Moment. Ich hab's auch schon wieder so geschrieben, ne? Warte. Warte. Gott, das ist doch kein... Das ist nicht die Augerbiene, ne? Aubergine, okay. Aubergine, Bikini und Öl. 430S, 1020, Verkehrsunfall, Höhe Grapepeat. Wenn man es etwas spicy haben will, direkt Sex Toys. Vielleicht zu Ende. Korrigiere nach 10.30. Öl und ein Magazin Wilde Omis Wuscheln durch LS. 430S, 1020 am Unfallort. Wilde Omis Warte. Das könnte nicht, soll zweideutig sein. Überführst nach deinem Palito Bayerso. Wilde Omis. Stricken dich wild. 418, aktiv, Richtung Lapphöherjachthafen. Ich hoffe, Sie gleich zurück. Ja. Okay. 1,5 meldet sich ab. Ich habe mich gar nicht angehört. 4,7 meldet sich ab. Ach, Arianna kann sich aber mal in den E-Dienst ziehen. Oh, ist das denn? Können wir auch was zu essen und zu trinken? Also, die arbeitet ja jetzt schon. Das muss man schon sagen. Ich will das nicht immer alles off-stream machen. Das kann man ja jetzt alles wirklich... Das ist ja Arbeit. Ähm. 4,01 für Leitschillen, komm. Ja, 4,01 wird sich gerade aufkommen. Gerade gesehen, Leitschillen, Ende. Schau mal. Ach, hier. 4,1, aus, aktiv, Richtung Lapphöherjachthafen. Check, 4,1. Also, so ein bisschen Witz rein, wenn man nicht, dass es zu lächerlich wirkt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde das mit dem Gemüse sogar noch besser, in Verbindung mit diesem Heft. Weil beides ist ja nicht so schlimm. Wisst ihr, wie ich meine? So. Check, 3,5. Kofferraum durch so des Fahrzeugs, dann wird das dann passieren. Und dann Drogenfund, mehrere hundert Gramm Kalkokain. Eine zweite Streife wird hinzugerufen. Es wird sichergestellt, dass das Fahrzeug abgestellt ist und hier auch immer verhaftet. Zellenbereich, wie die Szene startet, mitten in erkennungszieglischen Behandlungen. Fingerabdrücke werden genommen, Bilder werden gemacht. Dann wird die Person in die Vorhörräume gebracht. Bei der Szene 3. Das Problem ist, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken mit ihr. Wir brauchen dafür Rückmeldung von Walter Weiss. Das darf ja nicht lächerlich sein. So, dass man jetzt zum Beispiel irgendwas Witziges nimmt wie, ja, keine Ahnung. Warte, ist alles zu schlimm, alles zu krass, was ich irgendwie im Kopf habe. Ich muss gerade mal so ein bisschen, äh, man kann halt bei der Szene 3 halt ganz viel noch machen. Wisst ihr, das Erkennungs-Also, der kriegt ja halt die, äh, ja, die Fingerabdrücke abgenommen und die Fotos werden ja gemacht. Ich muss ihn halt überlegen. Wenn die Fotos gemacht werden, könnte er zum Beispiel eher so richtig lustige Posen machen und dann blendet man immer wieder die Fotos ein, so mit diesem Fotogoros, so schwarz-weiß und dann weist man ihn darauf hin, doch einfach mal stillzuhalten. Aber das wäre, glaube ich, zu albern. Ähm, 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 kann ich dann überlegen? 519, aktiv. Ich glaube, da müsste ich wirklich, da müsste ich mir was, äh, 519. Da müsste ich mir was überlegen. Okay, das ist ja weinig. Ähm, okay, auch beim Verhör können wir auf jeden Fall was machen. Verhör beginnt. Jay führt das Verhör. Am besten Verhör improvisieren. TV-Mauer zuerst. Also der tatfertige Mauer zuerst. Jay will, dass er sagt, wo das Zeug her hat. TV meint, geht nicht, er würde sonst getötet. Er will nicht auf den Ölfeldern in einem vergrabenen Ölfass enden. Jay versucht durchzubrechen, hält ihm vor Augen, wie lang er ins Prison Duffel geht und er eigentlich gar nicht so der große Händler ist. Er bringt ihm, es bringt ihm doch mehr, wenn er die Hintermänner verrät. Er verrät, dass es heute einen weiteren Deal in East LS geben soll. Es sollen mehrere Kilo Kokain ins Land gebracht werden. 418. Er nennt nach längerem Verhör die Uhrzeit und des genauen Ortes des Treffens. Man könnte doch hier jetzt bei dem Verhör eigentlich, ich weiß nicht, ob die das witzig haben wollen. Aber wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde so bei einem Verhör, der wird jetzt verhört, bla bla, und der will einfach nicht mit der Sprache rausrücken. Und dann sagt er, ich habe alle Zeit der Welt. Und dann sagen die PD-Leute, ja, wir haben auch alle Zeit der Welt. Und dann stellt ihr denen irgendeine Frage und dann fängt er was an zu erzählen. Aber das Ganze müsste in Echtzeit so 20 Minuten sein, wird dann aber am Anfang, also nicht in Echtzeit 20 Minuten, sagen wir mal 10 Minuten, ja, der redet dann, dann wird das irgendwie abgespielt. Und du siehst dann immer wieder Einschnitte, ja, von den beiden PD-Beamten, wie die einfach einen rauchen. In einer Szene haut einer den Kopf gegen die Wand, so einfach, in der anderen Szene ist einer am Schlafen und sowas, alles, ne. Und dann am Ende müsste das eine richtige Lappalie sein, die er sagt, ne. Und so bin ich zu meinem Auto gekommen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann gibt es da so einen Cut, wisst ihr? 10.3, äh, Szene 4. Oh Gott, habe ich das gar nicht gespeichert, ich weine. Habe ich das nicht gespeichert? Hä, das wundert mich gerade, ich habe es doch gespeichert oder nicht? Ich habe es nicht gespeichert, warte, machen wir kurz Szene 4. Szene 4. Was habe ich denn bei Szene 3? Aber ich hatte das, ich bin mir fast sicher, ich habe es gespeichert gerade. Hä, ich habe es doch gespeichert. Habe ich es echt nicht gespeichert? Also ich weiß. Okay. So. Was war der Punkt mit den wilden, wilden Omis und so? Check. Szene 4. Ja, beim Verhör rückt, ja, der rückt der TV erst einmal nicht mit der Sprache raus. Ähm, das PD sagt, wir haben alle Zeit der Welt. Der TV sagt, das habe ich auch. Und anschließend wird ihm eine banale Frage gestellt und diese beantwortet er sehr ausführlich. Diese wird 10 Minuten lang abgedreht und verschnellert. Hier gibt es dann Schnittszenen der Officer, wie sie kurz vorm Einschlafen sind. Eine Rauchen, sich den Kopf gegen die Wand hauen, ein Buchlesen, äh, Buchlesen ist auch schwierig. Also ich würde die Wand hauen, etwas kochen, etwas kochen, etc. Weil es gefühlt über mehrere Tage geht. Als Schnittbild mittendrin ist ein Sonnenauf- und Untergang zu sehen. Beim Durchsuchen des, ich glaube, das war Szene 3, muss ich nochmal gucken, Kofferraums finden die Officer noch vor dem Kokain. Das ist noch vor dem Kokain, äh, einige fragwürdige Gegenstände. Um es nicht zu spicy zu machen. Eine Gurke, eine Aubergine, eine Kupini und dazu das Magazin. Die Wilde Omis stricken dich fest. Stricken dich hart. So. Speichern. Leitstädte für 1.80, komm. 1.80, Anteil bereit im Davis-PT, komm. Leitstädte kümmert sich, komm. Check, 1.80, Anteil. Was habe ich denn jetzt hier? Du, ey? 5, 1, 9, 10, 20, Flywheels, Community Policing. Okay, doch. Check. Das werde ich halt alles nochmal so aufschreiben, das kopiere ich mir gleich noch raus. Jetzt stelle ich jetzt auf 5.40, komm. Beim Durchsuchen des Kofferraums finden die Office dann auch vor dem Kokain eine fragwürdige Gegenstände. Du musst nicht zu spicy zu machen. Eine Gurke, eine Aubergine, eine Zucchini und Öl. Dazu das Magazin. Wilde Omis stricken dich hart. Stricken. Wagen besetzen, 2.75, MAPD aufnehmen, Streife bilden, komm. Check, 1.80, besetzt Wagen und überschützende MAPD, komm. Leitstädte, Bände, meine Fokus. Oh, ey, hier ist das schon, oh nein. No, oh mein Gott, ich kann gar nicht so viel schreiben hier. Ach, deswegen, oh nee. Schnippelt mittendrin, ist ein. Ah, nee, warte, doch, das ist da. Warte, das ist da. Ah, okay, das ist da. Ich spreche mir das auch mal ganz kurz nochmal raus. Wir verfolgen gerade einen schwarzen Sportwagen mit dem Auto. Blau und Frontleuchten. Der mit extremer Geschwindigkeit Richtung Norden durch La Mesa fährt. Wir können ihn gerade nicht mehr sehen. Kampf von Rainey fährt wahrscheinlich immer noch Richtung Norden. Ihr seht, der ist mit absolut extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Wir sind zu Ende. Was war die letzte Sichtung? Die letzte Sichtung war Fahrsichtung Norden in La Mesa an der La Mesa-Fangstelle vorbei. Der Donut hat es, das ist kein Muss. Mit dem einen bin ich auch sehr zufrieden. Äh, so, okay, warte. Frau Teasdale. Und wir müssen Kiki noch schreiben. Das ist ja privat, aber das machen wir auch nochmal kurz. Ach, ich hab die ja anders geschrieben. Ach ja. Wir finden sicher einen Weg, dass sie ihn bei eben fast genießen können. Ach, scheiße. Das ist ja heute der Verkauf. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber wann... Check. Ich komme ja an die Tickets. Oh. 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 Um 21 Uhr, 21 Uhr 30. Um 21 Uhr, 21 Uhr 30 startet der Ticket. Ich glaube, wir würden uns nochmal mit dem... Also ich will vorher mit Herrn Davis reden, weil jetzt haben wir so ein paar Beispiele, die wir reinbringen könnten und auch von Walter Weiß absignen lassen, ob das die richtige Richtung ist, in die er möchte. Und dann können wir uns voll ausleben im Stream und einfach die ganzen Ideen so... Weil das steht schon, das Drehbuch, das ist halt wirklich gut. Wir können, wir dürfen halt... Also ich hoffe, wir dürfen so ein paar Sachen einfügen dann. Und dann beim Dreh dabei sein. Ich hab so hart Bock, ey, meine Güte. So. Ihre Zwischenzählen, Vorbereitung, Ausstattungswort. Okay. Also er hat dann genannt, wo die Drogen sind. Besprechungsraum, VPD, Jay und sie führen eine Besprechung. Der Einsatz findet am strandsüdlichen Nusgebäude statt. Der Lieferant wird mit einem Boot kommen und am Land kommen und das Päckchen übergehen an unseren TV. Dieser ist verkabelt, sobald wir von diesen die Bestätigung haben, dass das unser Mann ist. Greifen wir zu. Eine Bootstreife wird vom Wasser aus kommen. Der Overwatch wird zwei SWAT-Officer absetzen. Von überall sind Personen zu Fuß versteckt und kommen rausgerannt und sichern beide Personen. Also ich hab gleich eine Idee. Moment. Moment, warte mal. Ich hab eine Idee. Diese fünf Personen seilen sich vom Helikopter ab. Eine Person fällt dabei dramatisch vom Seil in einem Stroh- oder Matschhaufen. Zu hören ist dabei der Wilhelmschrei oder Wilhelmschrei. Muss ich auch nochmal selber ganz kurz gucken. Weißt du, ich war einfach so, aber im Hintergrund, ich muss noch schreien, im Hintergrund. Einfach so völlig random. Da mal gucken, wem es auffällt. Kurz gucken. Wilhelmschrei. 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 Das Ganze passiert aber im Hintergrund. Hintergrund fällt dadurch nur manche Personen auf. Check. Let's check. Meine Güte, hab ich Bock, ey. Oh mein Gott. Okay, die werden nicht alles nehmen, weil das wird vielleicht zu lächerlich werden. Aber jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Sorry. Das Wort rüstet sich aus. Leider hat ein, okay, das ist zu, ich schreibe es nur in Klammern gleich auf. Leider hat eine Person die falsche Hose im Spind. Da gab es eine Verwechslung in der Wäscherei. Diese Person hat statt Einsatzhose eine rote, weiße, enge Ringelleckens an. Leider startet der Einsatz schon und die Person wird dort benötigt. Warte. Eine Person. Jens, 12, 20, Strawberry-Tank. Wenn ich, wenn er, dass wir es nicht genommen haben. Ich habe es halt so verstanden, weil er weiß, dass es lustig sein soll, aber auch cool. Man kann ja diesen Mix machen zwischen lustig und cool irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Boah, ja, Dieks, das wäre so lustig, ey. Boah, Ariane würde sogar auch in dem Film mitspielen, ey. Die würde die sein, die da runterfliegt, ey. Ich sag dir, das würde die sofort machen. Das wird 60 Punkt, check. Check. Aber es ist jetzt so kein Quatsch. Also, würdet ihr darüber lachen, wenn das so abgedreht ist? Das ist halt so die Frage. Obwohl ihr, nee, das ist ja kein Backseat-Gaming. Also, weißt du was? Ich sehe ja den Chat auch die ganze Zeit lachen, ne? Ich glaube, es wäre wirklich witzig, so. Okay. Overwatch wird mit zwei SWAT-Operatoren, wird die absetzen. Das wird dann, glaube ich, das sein. Von überall sind Personen zu Fuß versteckt und kommen rausgerannt und sichern beide Personen. Jetzt ist halt die Frage, ich weiß nicht, wie der Einsatz so aussehen soll. Und dieses NUS-Gebäude ist ja doch, hat, glaube ich, auch ein Treppenhaus und auch einen Fahrstuhl. Und man könnte... Oh mein Gott, ich hasse mich. Ich kann nicht aufhören damit gerade, ne? Vom Gebäude, vom Gebäude aus, äh, vom Gebäude oben aus, versuchen, wie versucht... Jetzt, Achtung, Achtung, der SWAT versucht, ins Innere des Gebäudes zu gelangen, vom Dach aus. Leider ist das Treppenhaus frisch gestrichen, sodass alle mit dem Fahrstuhl fahren müssen. In einer absoluten Action-Szene rennen alle drauf los und erreichen diesen. Äh, äh, und erreichen diesen. Äh, warte. Cut im Fahrstuhl, der wirklich auf jeder Etage hält. Hören wir Fahrstuhlmusik und niemand spricht. Szene geht actionreich weiter, wenn sie angekommen sind. Oh mein Gott, ich will das alles haben. Ich heule, ich heule. Ich glaube, die Vorschläge angenommen werden ja nicht, aber ich kriege Kohle. Ja, aber das, ey, ohne Scheiß, ne? Jetzt macht sie, die macht jetzt auch dieses öffentliche... Also, die kann gerade da nichts machen, also verschafft sie sich, was tut. Schön. Achso, wir gucken mal ganz kurz, wo Herr Kustela ist. Bleib still, ich bin jetzt auch nur, jetzt kommen. Ich höre diese Fahrstuhlmusik schon in meinem Kopf, ne? Ja, der Einsatz hier nördlich vom U-Tool ist so gut wie beendet. Äh, Fahrzeug wird jetzt aufgesattelt und dann würden wir zum Verwahrhofüberführen kommen. Äh, negativ, ich schicke eine andere Streife hin. Bleiben Sie im Norden. Ja, die 430S. Oh mein Gott, der kommt wahrscheinlich gar nicht raus. Äh, ich hoffe, den geben Sie doch mal durch, wenn das Fahrzeug losfährt zum Verwahrhof... Ist der Fehler nicht da? Oh Gott, ist der nicht da? Das ist doch die 0... Warte mal. Bin ich glücklich? Ja, die 4... Funkspruch ignorieren. Leitstelle wäre nicht, Funkspruch. Bin ich glatt? 4, 1, 1, aktiv. Bin ich glücklich? Check. Ich glaube, der ist auch nicht mehr da, ne? Der ist doch 0, 2. Was für eine 0, 2 ist der denn? Der müsste eigentlich... Ich weiß tatsächlich nicht, in welchem Partner der ist. Der war eigentlich ja Davis. Das ist so meine letzte, ähm... Word, komm. Ich korrigiere, trenne 430S für Leitstelle. Hört, willkommen. Sobald Sie aktiv gehen mit der 519 in Verbindung setzen, die 432 auf die 519 übergeben können. Ist das denn schief außer Dien? Ja, haben wir so mitgekommen. Leitstelle. Ja, Herr Weiß? Frau Barth, wo drückt denn die Flö... Äh, wo drückt denn das... Wo drückt das Schiff? Ich weiß nicht, was los ist, aber ich muss die ganze Zeit beim Drehbuch schreiben. Ich kann nicht damit aufhören. Deswegen muss ich mich mal ganz kurz vergewissern. Sie wollten das doch auch ein bisschen humorvoll haben, oder? Ja, aber nicht, dass die Figuren ins Lächerliche gezogen wird, sondern das ist so... Die Polizei nimmt sich selber so ein bisschen auf die Schippe. Aber auch noch Ernsthaftigkeit. Ja, also ich kann Ihnen da ein bisschen was dazuschreiben. Ich würde das auch mit Herr Davis vorher abklären. Und dann würde ich Ihnen das zeigen. Weil da sind ja jetzt auch keine Dialoge drin, ne? Nee, da ist ein Dialog rein, was wir sagen, genau. Ich habe ja keine Ahnung. Ach so, da stehen einfach nur Systembeschreibungen. Dann werde ich mich da die Tage dransetzen. Ich würde Ihnen dann nur ein Beispiel vorlesen, damit ich weiß, in welche Richtung ich gehen kann. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu extrem, was ich mache. Ja, genau. Eine weitere Information von der Leitstelle. Okay, alles klar. Dann machen Sie das fertig. Und wenn Sie was haben, dann... Okay, alles klar. Bis dann. Bis dann. Äh. Äh. Ich finde, die kommen gar nicht... Okay, was kommt denn jetzt lächerlich drüber? Also Sie sollen sich selber auch für Schippe nehmen, das Knie. Ich finde, das mit den Swat... Okay, das mit der rot-engen Hose lassen wir mal. Aber ich finde, das mit den Abseilen hinterher sehr witzig. Und ich finde, eigentlich, das mit dem Fahrstuhl kann man definitiv machen. Das kann man definitiv machen. Okay, dann müssen wir auf genau diesem Level bleiben. Was haben wir denn hier? Ich finde aber auch, dass mit dem Tucker, 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 also mit diesem Vorbeifahren, mit dem, ähm... Äh, mit dem, äh... Äh, wie heißt das, Gartengerät? Äh, äh, wie heißt das denn? Äh, mit dem Rasenmäher können wir auch machen. Weil das ist ja dann einfach nur ein Zivilist, der ganz normal vorbeifährt. Das ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich glaube, das hier müssen wir rauslassen. Mit wem wir oben stricken dich hart. Ja, check, äh... Sind Sie dort alleine? Nein, da wird... Oh, das hier finde ich eigentlich voll nice. Dass Sie dort Probleme bei der Festnahme ankommen. Das finde ich eigentlich voll nice, aber, äh... Derzeit sind da einige Menschen... Ja, dann wird da halt auch mal weiß. Aber ein paar Sachen können wir definitiv übernehmen. Ja, check, äh... Zwei Stehen sehe ich, ja. Oh, Mann! Äh, Kollege Guriam und Kukumtrennung. Kommen Sie bitte raus, Sie sitzen unsere Streifen fort. Ich glaube, wir können aber auch dann in den Feierabend gehen. Und ich muss mal pinkeln. So, denkt dran, Ariane wird noch ausgewählt. Wir können noch nicht wirklich viel machen. Deswegen haben wir das jetzt gemacht. Er kann die Marken nicht ausstellen. Kukum ist unterwegs. Kurayame ist unterwegs. Wir sind auf dem Weg, Mr. Weiss. Wir waren nur eingesperrt. Äh, 10-3? Wir waren gerade eingesperrt. Wir sind auf dem Weg. Ja, check. Ich hätte meine Kreativität gestoppt. Okay, aber wir passen uns an. Es ist alles gut. So. Das lassen wir noch mal ganz kurz. Okay, wir gucken euch mal ein Streifenblatt. Ob vielleicht auch irgendeine andere Vorgesetzte noch da ist. Ich würde mit Ariane aber auch dieses Informationsding halt weitermachen. Das würde ich aber, ich überlege, ob ich manche Sachen wirklich dann off-stream mache. Aus Gründen. 4-3-0-S, Überführungsfahrt zu Flywheels. Wegen Metaschutz. Das wäre so nebenbei. Einfach nur, wenn die SMS schreibt oder sie E-Mails schreibt. Das kann ich ja dann irgendwann so sagen. Ey, das war Ariane, die mir Info gegeben hat oder so. Ah, schön. Ein Gegenwieder zu... Oh, das ist doch ein nice, das Bild. Zu Eddie. Nee, schön. Voll geil. Boah, das ist so cool gemacht. Hätte ich gerne gesehen. So, ich höre gleich auf. Ja, ich höre gleich auf. Alles gut. Alles gut. Okay. Ich bin kurz pinkeln, was snacken und dann bin ich gleich wieder da. Ja, Moment. Moment. Leitstelle für Info-Hotline kommt. Leitstelle hört. 430S 1020 Flywheels. 430S 1020 Flywheels. 430S 1020 Flywheels-Tankstelle. Check. Leitstelle für die 411-Komben. 431-1020 Flywheels-Tankstelle. Riviera-Rauslasten kommen. Negativ. Habe eine Kollegin, die es macht. So, verstanden. 411 weiter aktiv. 411 Ende. Die 430S ist wieder aktiv. Ja, Break. Hier, die PD99 kurz mit einer Nachfrage. Haben wir aktuell die Situation, dass Leute aus South Wales in Near Grove Street gefahndet werden? Komm. Der Leitstelle aktuell noch nicht bekannt. Ich kümmere mich um. Ja, check. So mit. PD99 wartet auf Info. PD99 nicht. Eine Information von den GSF werden aktuell Bilal Weiss, Jerome Abid und ein Herr Briggs gefahndet. Ergänze noch dazu. Bilal Weiss wird gerade bei dir festgenommen. Die anderen zwei Personen sind noch flüchtig. Ja, check. Haben wir eine Beschreibung der Person? Jerome Abid. Dicke, fette Zöpfer auf dem Kopf. Schwarze Haare. Dunkelhäutige Person. Kriegt gerne mal Jogginghosen. Fährt sehr schnell mit einem Fahrzeug entweder Punto oder auf dem Motorrad. Was ist mit Briggs und Weiss? Mr. Weiss wird gerade festgenommen. Mr. Briggs, kann jemand anderes durchgehen? Kenne ich. Franklin Briggs ist bereits in der Zeit. Trennung, 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 Trennung. Wir brauchen jetzt, Entschuldigung, wir brauchen dringend eine 1010. Uns stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Personen einer Grove Street LTD gegenüber. Die telefonieren noch. Wir tun jetzt, weil wir tanken. Wir brauchen eine 1010, die einmal hinter der Tankstelle hält und eine an der Tankstelle. Wenn es geht, gleichzeitig zuschlagen. Wir tanken. Vereilen Sie sich. 411, Sie fahren an. Ich suche eine 1010. Oh mein Gott. Ich habe einfach noch eine Idee gehabt. Sekunde. Für was ganz anderes. Checkt dann bitte aber einmal das schwarze Brett Sektion Gangunit an. Okay. Die 48. Das spielt an Franklin Briggs. Wie die Kollegin gerade durchgehen wollte. Ebenfalls nicht mehr auf der Fahndung. Das ist ein paar Jahre. Ja, nicht Franklin Briggs. Caleb Briggs mit Doppel G. Nicht TKS. 430S erfahren Sie 1010 ebenfalls einmal die Tankstelle. Ein Tütchen mit entschiedenen Keksen. Manche davon sind sehr lecker. Manche ungenießbar. Man sieht es von außen nicht. Man sieht es nicht von außen nicht. Zivilisten können diese erwerben und zu Hause ein Spiel spielen. Die 430S fährt vom Norden an. Bei den ungenießbaren sollte ein maximal schummerig werden. Nicht übergeben. Bleiben Sie immer noch auf den Meter hin. Sicher Sie. Ja, Gruppe löst sich langsam auf. Hat zu lange gedauert. Nicht kotzen. Vorher definitiv. Wenn man die da kaufen könnte und dann kaufen sich die Leute das. Und das wäre nur einmalig. Und die Cookies haben dann so für die... Check. 419. Information für die 412 sollte es einen Einsatz geben. Mr. Serling, Sie haben die Einsatzleitung. Oh nein, nicht schon wieder. Ah. Cookie Motive. Wir haben die ersten Kandidaten, die abbauen. Marke mit der 99. BW Kopf. Nee, warte mal. BW oder andere. Officer Kopf. Handschellen. Check. Handschellen. Man müsste halt, der Charakter ist dann irgendwie so... oder sowas alles machen. Irgendwie, dann können die das ausspielen. Das müsste völlig random sein, ne? Warte, weiß. Oder andere Officer. Kopf. Handschellen. Waffen. Funkgeräte. Ja. Das wäre halt so Jelly Beans Challenge. Wisst ihr, wie ich meine? Sowas dann halt, aber mit so Cookies. Und dann kann man die kaufen, dann macht man diese Tüte auf. Und dann hat man im Inventar halt verschiedene Cookies. Und die werden dann unter den Leuten verteilt. Und dann spielt man halt so, wer diesen ungenießt. Alle müssen das halt so einnehmen. Und dann warten die anderen so. Und, und, passiert was? Das müsste so irgendwie ein, zwei Stunden Zeitverzögerung sein. Das wäre halt auch so nice, ne? Das wäre so cool. Oh, ich glaube, ich habe so, weil ich habe so viele, du könntest mit so vielen Leuten hier eine Kooperation machen einfach. Vier, drei, zwei, aktiv. Man könnte halt, ja, beim Friseur auch, macht ihr die PD-Frisur irgendwie Rabattaktion oder sowas? Kann man halt auch machen, ne? Vier, drei, zwei. So. Vielleicht würde ich für einen 16 kommen. Herz. Ich gebe Ihnen jetzt drei Namen durch, die da bitte prüfen, kommen. Erster Name, Jameer Crash. Jameer mit Doppel-E. Check, rote Name. Chuck Taylor. Dritter Name. Jaden Dill mit Doppel-L am Ende. Kommen. Leitstelle ist ein paar. So, soll ich mich da jetzt im Punkt abnehmen? Ich habe mich nicht an, wie ich da habe, ne? Kommen, Kuckum, alles okay da drüben? Situation unter Kontrolle? Bitte, und so, und so weit kurz viel. Check, alle Ausweise einmal prüfen. Und die Leitstelle anpunkten, die soll die Person allein überprüfen. Ich glaube, ich mache das jetzt aber heute mal nicht mit den... Kuckum hat das so weit alles aufgeführt und wird einmal das Wortkopf dagegen checkt. Leitstelle nehmen wir den Funkspruch auf. Jameer Crash. Keine Auffälligkeiten. Warte, das kriegen wir, glaube ich, hin. Check. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Die brauchen nur noch ihre Merke. Mr. Jack Taylor hat zwei Akten offen. Steht nicht auf der Fahnen. Das ist der dritte Person. Gehen wir mal. Das ist noch ein bisschen problematisch. Oder was hatten Sie gesagt? Letzter Funkspruch. So positiv. Nehmen wir nochmal den Funkspruch auf. Jason Dill. Nichts Auffälliges. Komm. Check, können wir so bitte. Gut, ich glaube, ich muss hier wirklich mal ein bisschen da mit ihr aufräumen auch. Aber das kann ich jetzt gleich auch direkt machen. Ich kann ja direkt den Rucksack nach Hause nehmen mit ihr. Puh, da muss ich aber mal kurz atmen. Ach, das sind die Sachen, die eh in den Rucksack kommen. Okay, die nehmen wir wieder mit. Alles gut. Gehen wir hin. Gehen wir hin. Einmal brauchen wir die nicht. Genau, das ist dann jetzt hier so das, was sie halt immer da so anzieht. Ich glaube, so würde es sogar gehen. Aber ich meine, hier wären mehr dran gewesen. Warte mal. Wir hatten doch nicht nur ein Outfit. Ich bin gerade ein bisschen, jetzt bin ich gerade ein bisschen hier raus. Warte mal. Gehen wir hier hin? Anonymer Geschenke gebe. Oh, wie lieb. Dankeschön. Dankeschön für 20 verschenkte Tabs. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Wo kommt das denn jetzt her? Vielen, vielen Dank. Uns fehlt hier noch ein Oberteil. Es fehlt hier einfach vor das Oberteil. Ich bin gerade ein bisschen perplex hier. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ach, das ist das hier. Danke, danke. Wie lieb. Dankeschön. Dankeschön. Die Marke noch. Hier müssen wir auch mal aufräumen. Mal das hier auch mal direkt am Schlüsselbund machen. Lass sie da rein. Und ausstempeln. Ist ja wie hier eine Toilette drin. Ach nee, das ist das. Oh mein Gott, ich kenne mich hier gar nicht aus. Dankeschön für die 20 verschenkten Tabs. Dankeschön. Ich finde gerade diese Idee mit der Palito Bakery. Ich sehe mich halt schon offstream dann doch ganz viele Sachen aufschreiben. Die muss ich dann aber auch im... Also ich würde das eigentlich im RP alles machen. Keine Ahnung, weil das irgendwie cooler ist. Hallo? Oh nee. Und? 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 Tschüss. Ach ja, Ort haben wir hier gepackt. Aha, auch cool. Juhu, hurra. Ich freue mich dann wirklich, wenn wir wirklich mit Unternehmen, mit Paradise über das alles machen können. Und dann noch von Garfield. Ja, ich bin sehr, sehr happy gerade über das RP. Das Einzige, wo ich mich sorge, ist, dass Walter Weiß das nicht so mitbekommt und denkt, die macht nichts. Aber ich hoffe, ich hoffe halt, er bekommt es irgendwie mit, weil sie gibt ihm vielleicht dann einfach Rückmeldung. Ich hoffe, er sagt dazu sowas wie Cookie Challenge, weil da muss man wirklich gucken, vielleicht ist es dann doch ein bisschen zu krass. Aber das ist so eine Sache, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie weit dürfen wir gehen, was dürfen wir überhaupt machen. Das findet sich halt. Und irgendwann wissen wir dann, aha, das wäre jetzt zu krass, das wäre jetzt nicht krass. Na, super. Nehmen wir die Sachen erstmal nach Hause. Das ist der Rucksack, den sie mal mit in Speedy gebracht hat, um umzuziehen, damals. Das ist der eigene Rucksack und da hat sie jetzt auch die Sachen, diese Undercover-Sachen von damals von Detective, die waren da noch drin, die hat sie jetzt mitgenommen. Ich kann viel noch Bescheid sagen. Super. Ich fahre gerade nach Hause. Noch Dinge wegbringen und wäre dann bereit. Ich bin gerade außer Dienst, weil ich noch einen Termin habe und habe mich versucht, um so vieles wie möglich zu kümmern, gerade auch was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Da hatte ich von Ebi ja noch eine Aufgabe bekommen. Das sprudelte heute nur so aus mir raus. Ich habe in deinem Büro mir einige Dinge überlegt und aufgeschrieben. Herr Kostkeler ist außer Dienst und alle, die ich wegen der Marke fragen könnte, sind unterwegs. Spind ist gefüllt und aussortiert. Ich habe meine Sachen aus dem Spind genommen und brauche nur noch eine neue Marke. Es sind eine andere, die sind hier. Zu gut, zu gut, zu gut, zu gut nach vorne. Ich wollte jetzt kurz auf das andere EP mental vorbereiten, weil ich bin grad irgendwie, ja, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass wenn Ariane Ideen hat und weiter weiß, die auch gut findet, dass sie allgemein gar nicht so funktionieren, weil es so serverseitig nicht funktioniert, oder Palito Bakery zum Beispiel keine neuen Plätzchen oder Kekse machen kann. Oh, ich bin so doof, hier lang. Oh, der Apodonis hat nur bis 22 Uhr auf, muss man ihn auch noch sagen? Oh, ich bin so. Oh, ich bin so. Okay, wir sind uns am Mittwoch, beziehungsweise rufe ich dich nachher an und fassen wir uns noch etwas bewusstes, wenn du möchtest. Sehr, sehr gerne. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich habe eine Million Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen. mit mir schon ein wenig zusammengeschrieben. Es sprudelt nur so aus mir aus. Mit Herrn Davis werde ich dann die Tage kurz schließen. Kleine Rückmeldung. Auf jeden Fall, nerven Sie mich da nicht mit Frau Bahns und was interessiert mich das? Also sowas kommt wahrscheinlich zurück. Ich hoffe, wir werden nicht zu sehr gestoppt. Ich habe immer Angst, dass alles so schnell gestoppt wird. Entweder sind wir zu schlecht oder wir sind irgendwie übers Ziel hinaus. Es gibt irgendwie kein Mittelding. Ja, ich mag das Offset an ihr auch, aber ich würde eigentlich die Haare aufmachen. Ich würde am liebsten zu Barbara auch, aber da steht ja erstmal so das Gespräch aus, ne? Oh, sieht so schön aus mit dem Baum. Eigentlich braucht es gar keine zwei, glaube ich. Und der zweite kommt einfach oben hin, ne? Gute Besserung? Echt? Okay. Was habe ich gemacht? Oder meinst du wegen Funny Fire? Da kann man mir keine gute Besserung wünschen. Ich weiß, ich habe so viele gute Besserungen gekriegt und das ist sehr lieb. Aber es ist chronisch, deswegen, also die Besserung wird halt jetzt nicht so eintreten, ne? Ah, das geht ja nicht. Scheiß. Oh ne, wo packe ich denn diese hässlichen Sachen hin? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben keinen Platz im Schrank dafür. Kann ich vielleicht den Rucksack... Einen vollen Rucksack kann man, glaube ich, nicht reintun, oder? Ja, wie gesagt, das ist was Chronisches, ne? Da war ich nur dieses Jahr mal vernünftig. Äh... Ja. Mal gucken, ob es nach der Opay Besser ist. Ah, super, das geht. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Cool! Indirekt haben wir doch die Weihnachtsmannfigur. Wir haben sie nicht, aber sie steht immerhin hier, ne? Ich bin mal ganz kurz auf den Hinterhof, wenn da so eins zum Aphrodon ist. Gut, das Kätzchen ist auch noch da, fantastisch. Wenn man hier nicht raus kann, ist immer so schade, aber dann kann man auch nicht rein. Ich habe von Angst, immer total gut gelaunt zu sein, Ariane gut gelaunt zu spielen, weil ich dann immer denke, es kommt ein Downer. Ich glaube, ich habe Arianes Krankheit jetzt einfach so. Immer dann passiert irgendwas und dann so, ja, verwandt, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Okay, gut. Hallo! Ah... Na? Na? Du siehst verdammt gut aus. Du siehst verdammt gut aus. Steht dir der Mantel? Arigato. Ähm, Afrodonis hat leider nur bis, äh, 22 Uhr auf und der Ticketverkauf von Alice Moments müsste jetzt gleich aufgestattet sein. Lass mich mal ganz... Ja? Haben wir zum Ticketverkauf eher, ne? Ja, aber du... Es geht um die letzten 20 Tickets, wir mit... Huh? Ähm... Ja, deswegen sollten wir zum Ticketverkauf fahren. Okay, ja, ganz schnell. Gut. Ja, du fährst. Ich... Nein! Wohin müssen? Weiß ich nicht. Du bist hier die... Frau mit den Informationen. Du fährst, Rigi. Oh, scheiße. Ein bisschen schwierig. Jetzt weiß ich nicht, ob der Ticketverkauf bei einem Hotel ist. Kannst du nochmal auf Venture schauen? Ja. Die Adresse ist jetzt gerade überflogen. Ist das irgendwo eine News, oder wo finde ich das? Ähm, das war jetzt gerade auf der ersten Seite, direkt relativ weit oben. Äh... Das ist... Weihnachtsgedöns... Ja, gerade... Ich... 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 Warum? Ich... Äh... Richard Majestics Hotel. Okay. Ja, gut. Also, sie hat mir geschrieben, sie kriegt mich schon irgendwie dahin, aber trotzdem möchte ich das natürlich auch, ähm... Ah, ne. Es fehlt gar nicht, wo man die kaufen kann. Oh, scheiße. Wo ist denn Alice Moments? Ich... Waren die nicht... Waren die nicht sogar hier in Weinwood? Ich... Ähm... Moment. Ach, jetzt wird das wieder so... Hab's gleich. Ja, alles gut. Waren wir trotzdem schon mal dahin, wo ich meine, ne? Wir setzen sonst noch was mal kurz nachfragen. Dank, Katak. Getränke. Hm... Mensch, er ist gerade etwas zickig. Oh, scheiße. Magst du vielleicht mal an... Oh, das ist aber wahrscheinlich auch im League hat so viel zu tun. Da will man natürlich nicht nerven. Hier. Da ist Alice Moments. Wo? Ich hab's dir markiert. Ach so! Im Navigationsgerät. Hier. Oh Gott, ich... Ja, ich glaub wir kriegen keine Tickets mehr. Denkst du? Ja, wenn's wirklich die letzten 20 sind und wir holen ja dieses Pärchen-Ticket, also zu 2... Schubsen die Leute einfach weg. Ach, irgendeine Möglichkeit gibt's immer. Ach, da bist du besser connected als ich. Ja, ähm... Das sieht, äh... Ziemlich leer aus. Gut, dann ist es beim Hotel. Gut. Hotel, Hotel, Hotel. Das war in Rockford. Open. Oh Gott, wo fahr ich denn schon wieder hin? Oh, wenn ich unter Zeitdruck bin. Das ist immer... Ich hab's dir schon markiert. Oh, dankeschön. Oh, da fahr ich mal grad hier rum. Und dann fahren wir nochmal eine großzügige Runde. Mhm. Ja, wir mögen's riskant. Wie war dein Tag so, während wir dahin eilen? Ja, eigentlich ganz gut. Ich hab irgendwie zigtausend Ideen gerade gehabt und mir sind so viele Sachen aufgeschrieben. Richtig Bock. Das freut mich sehr zu hören. Und dein Tag? War soweit auch ganz okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist besser als, äh, frag mich oder war scheiße oder sowas? Ja, war organisatorisch so viel. Ein bisschen was und eine Streifenfahrt sogar. Ich glaub's gar nicht. Mit Herrn Weiß, hm? Ne, davor. Ach so. Der weiß weiß, hm? Da war ich nicht wirklich auf Streifen. Ach so. Wir waren fünf Minuten auf Streifen, wenn man's genau nimmt. Dann kam Mr. Daniels dazwischen. Der Daniel? Ja. Hat der von Weihnachtsmarkt gezählt? Nein. Ne, andere Dinge. Wo ist dieser scheiß Ding? Ja. Okay. Ansonsten Stadtpark. Genau. Ich dreh durch, wirklich. Ich eskaliere hier gerade regelrecht. Es ist halt schon ziemlich, äh, schlecht kommuniziert, muss ich leider sagen. Ne, die hatten auch so ein Adventstürchen. Da dachte ich erst, oh Gott, muss man das jetzt auch noch irgendwie, äh, selber errätseln und erraten. Ja, dann würden wir ja gewinnen, weil du kannst ja Rätsel gut lösen. Na ne, wirklich. Ist das so? Ja, das ist so. Bist du etwa krank? Nein. Bist du sicher? Nein, ich hab äh, Luft eingeatmet und davon wusste ich. Ist das so? Ja. Also bevor wir sorgen, wir dir in der Suppe. Ich fahr wie ein Arsch. Ich fahr schon wieder nach Navi, immer wenn das nicht. Ich schau immer, ob es Navi. Ich hasse es. Okay, alles gut. Jetzt bin ich wieder on track. Ja. Ja, Weihnachtsbaum verkaufen wir, glaube ich, auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der eine reicht mir auch. Das meine ich wirklich ernst. Bist du sicher? Ja. Ab bis 0 Uhr kann man Weihnachtsbäume kaufen. Ja gut, dann machen wir das heute. Soviel zum Thema, dir reicht der eine, ne? Der eine reicht mir auch tatsächlich. Muss ich wirklich sagen, der reicht. Bist du sicher? Bist du sicher? Ich bin eigentlich, bis auf die Karten jetzt, wunschlos glücklich im Moment. Ich frag dich gleich nochmal danach. Nach, äh, dem Weihnachtsbaumverkauf? Nach, äh, dem Kartenkauf. Hoffentlich, dem Kartenkauf. Äh, ob wir zum Weihnachtsbaumverkauf gehen, meinst du, ne? Ja. Gut. Also hier nach und nach von Donuts. Ja. So. Also wenn's hier nicht ist, dann, äh, bin ich aber doch ein bisschen ratlos. Vielleicht sollte ich auch mal nicht so schnell fahren, das wär auch ganz gut. Ja, die letzte 10, 20 von Mr. Weiss war ein Stadtpark. Mach mal ganz ruhig jetzt. So, das reicht. Ich hab jetzt mal. Ah, Mensch. Was denn? Könnte hinkommen. Das könnte schon hinkommen, dass der im Verkauf ist. Okay. So. Ansonsten rufst du doch einfach mal an. Ah, hier ist ein Alice Moments Fahrzeug. Ah, perfekt. Oder? Ja. Ja, das ist, das ist eins. Okay, ne Schlange seh ich jetzt hier nicht. Ja. Ja. Aber auch so schnell. Äh, ich frag einfach mal in den. Ja. Ah ne, da vorne sind Leute. Warum sollte ich ihn jetzt anrufen? Nein? Willst du nicht? Folgen mal dieser Mütze. Ja. Bei dir war ja an dem Fahrzeug. Mhm. Daher war ich's rechts von uns. Mhm. Hallo. Herr Daniels. Wir gehen sehen. Nein. Nein. Aber Harald, oh Gott. Ähm. Ja, wir sind hier zum Kartenkaufen. Ja, Sie müssen sich kurz gedulden. Ja? Die Dame ist grad an einer Polizeimaßnahme bei Herr Weiß. Ach so, okay. Herr Weiß hat sie als Tante beleidigt und jetzt gibt's Stress. Gut, dann warten wir mal hier. Ja, gut. Keine Karten mehr. Keine Karten mehr? Nein. Mach mich nicht fertig. Ja, wird grad abgebaut. Nein. Nein. Ach so. Ja, warte, ich regel das. Ich regel das. Oh, danke schön. Einen Moment jetzt. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Alles gut. Ja. Ja. Kurz gedulden, bis Herr Weiß da fertig ist und dann geht's weiter. Okay, okay. Genau. Ein bisschen Atemnot, wirklich. Na? Ich sag mal so, Herr Koreami, wir hatten ja heute auch ein gutes Gespräch. Und sind ja auch auf einem guten Weg. Wie ich's sagen. Da kann man sich ja auch mal für Sie einsetzen, ne? Ja, okay, gut. Ich dachte, das machen Sie jetzt für mich, aber... Ist okay. Ja, natürlich, Frau Mahns. Das tut nach dem Weihnachtsmarkt halt nochmal doppelt. Ja. Das ist sehr nett von dem Mr. Daniel. Ich kann nix versprechen, aber wir kriegen das schon hin. Ja, gut. Ja. Jetzt ist du wieder, okay. Wir sind ja nicht offiziell. Jetzt ist du wieder, okay. Ach so, okay. Ja. Und sonst so? Ja, alles, alles super. Wann fing denn der Ticketverkauf hier an? 20 Uhr? Ich hab keine Ahnung. Das macht alles Moments. Ich dachte, vielleicht waren Sie die ganze Zeit vor Anfang mit dabei. Nee, nee, ich war bei Herr Koreami. Oh. Ja. Das ist korrekt. Ist ja weht heute. Ja. Geht's dir denn so, Daniel? Ja, gut. Wir müssen jetzt noch kurz gedulden, bis die da hinten fertig sind. Und dann können wir das mit den Tickets regeln. Also, mir geht's soweit gut. Herr Weiß hat mich grad angeschrien. Oh. Er hat gesagt, gehen Sie, 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 gehen Sie. So eine Minute lang. Ich war leicht überfordert. Ich musste nicht wohin. Ähm. Weil er kam ja hierhin. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaub, wir können mal so langsam in die Richtung gehen und fragen, ob sie soweit sind. Ähm. Komm, wir gehen da mal hin. Entschuldigung, durften wir noch mal kurz das Gespräch stören? Welche Karten bekommen Sie zwei? Ähm, Frau Teestel, ich hab hier gerade noch zwei Freunde von mir. Ach, Frau Teestel. Achso, nein, das ist sowieso geklärt. Ja? Könnte man das regeln für die beiden? Natürlich. Ah, sehr schön, super. Oh, fantastisch. Herr Weiß, haben Sie noch eine Sekunde für mich kurz? Regatta. Nee. Nach dem Auftritt und dem respektlosen Verhalten gegenüber der Polizei nicht, Herr Daniels. Oh Gott. Kommen Sie kurz zur Seite? Sie sind... Sie ab... Gut. Äh... Entschuldigung, ich muss einmal kurz durchatmen. Ja, alles gut. Äh, was darf ich denn auf Ihr Ticket schreiben? Äh, also wir würden das 300 Dollar Ticket nehmen. Was meinen Sie mir draufschreiben? Äh, das Green Ticket, ja. Und, äh, wir... Es hat sich hier so ergeben. Das war nicht unsere Kreation. Ja. Ähm... Wir schreiben da was drauf. Also, ganz nach Belieben, die sind auch nicht personalisiert. Ich hab da eine Idee, was da drauf geschrieben werden kann. Hm... Ja, ich auch. Also, ähm, möchtest du das sagen? Hm... Ich zeig' ihm mal was. Mhm. Schau mal, ob sie das Ding kriegen. Oh, das zeichnet dahinter. Oh Gott, da muss ich ja malen, ne? Das ist eine kleine Skizze. Äh... Begeben Sie mir ein Momentchen. Kein Problem. Ach, aber das ist süß, das kann ich grad gut gebrauchen. Danke dafür. Ach, Mensch. Äh. Was war denn los, wenn ich fragen darf? Äh, der Herr, äh, weiß, wenn ich das jetzt wieder richtig gehört habe, ist nur wieder... Ja, er versteht nicht, was Respekt ist. Und ist der Meinung, hier alle anschreien und Tante und Furien nennen zu können. Aber er ist damit ja wie immer im Recht. So. Okay. Darf das Häschen auch mit drauf oder nur die obere Zeile? Äh, nur die obere Zeile. Okay. Okay. So, dann würde ich einmal 300 Dollar von Ihnen bekommen. Das ist kein Problem. Die kriegen Sie von mir. Ich zum Automaten. Do so. Dankeschön. Dann gibt es nämlich einmal, ich teile das mal auf, einmal das Eintrittsticket für Sie beide und ein Ticket für den Fotografen, den wir vor Ort haben. Das können Sie dann noch für ein besonderes Foto einlösen. Aber das Foto wird einem dann geschickt. Das ist jetzt nicht öffentlich, oder? Genau. Richtig. Ich beneide Sie, ne? So viel Zeit. Freizeit. Gut. Also, wie ist das? Die werden privat geschickt oder öffentlich gepostet? Die werden privat geschickt. Super. Okay. Ja. Und verpassen Sie auch nicht den Weihnachtsmarkt. Ja, danke sehr. Ist das dein Ernst jetzt hier? Die können nicht. Nein, die sind im Urlaub am Weihnachtsmarkt. Das ist ein Gag. Du hast die Eintrittskarten, oder? Ja. Die können an Weihnachten nicht kommen. Reib denen das unter die Nase, dass sie nicht zum Weihnachtsmarkt kommen können, weil die da leider im Urlaub sind. Weil Frau Bahns nicht sich gemerkt hat, wann Weihnachten ist. Na, Moment mal. Ich habe nicht gemerkt, wann Weihnachten ist, aber nicht wann der Weihnachtsmarkt ist. Ja, die machen wir doch immer eine Woche vorher, Frau Bahns. Ja, ich erinnere mich nicht an das, was vor einem Jahr passiert ist. Alles gut. Ich nehme Ihnen das Nullböse. Ich kenne das, ich weiß manchmal nicht, wie die Leute um mich herum heißen. Ja, kenne ich. Ja, gut. Ja. 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 Okay. Dann, äh, gehen wir mal zum nächsten Termin, denn da haben wir nur noch eine Viertelstunde. Oh oh. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Und viel Spaß beim Snowball von Alice Moments. Ja, da freue ich mich schon drauf. Danke. Vielen lieben Dank, dass es geklappt hat. Sehr gerne. Schönen Abend euch. Angenehmen Abend. Genau. Tschüss. Schönen Abend. Du hast beide Karten, ne? Äh, ich habe eine Karte bekommen. Moment. Die aber, glaube ich, für uns beide ist. Achso, da steht dann diese paar Pärchen-Ding drauf. Ja. Okay. Weil ich habe ein Gutschern nur. Ich weiß, wer es verwirrt. Ich glaube, das ist einfach so ein Doppel-Ding dann. Okay. So. Und wag es, dich nur ansatzweise mehr Geld dafür zu geben. Ja, das ist... Das ist ein... Das ist dein Abend. Wer hättest... Aber noch mehr deinen Abend, weil du noch nie auf so etwas warst. Genauso bin ich wie ich, aber... Nein, ach gerne. Ja, ich wollte dir ganz sagen, das macht absolut gar keinen Sinn, was du da sagst. Ich hoffe, du weißt das. Ist mir egal. Nein. Das macht keinen Sinn, das nehmen. Nein. Kein Geld. Nein. Abgelehnt. So. Äh... Gut, das mit dem... Sie haben zu viel Zeit, höre ich eigentlich das mal. Erfrischend, dass es jemand anders hört. Ja. Da habe ich das Gefühl, dass wir hier nicht rauskommen werden. Äh, äh, ähm... Praktisch drehen wollen. Dann fahren Sie doch bis zum Ende des gelben Streifen, drehen Sie und dann können Sie... Weil, wenn ich jetzt zurückgesetzt hätte, ich hätte damit nicht geredet... Ich halte sie sehr genau an, wissen Sie. Möchtest du fahren? Nein. Was? Gut, dann haben Sie noch einen schönen Abend, ja? Wecky! Was? Hat er... Hat er jetzt... Gewut? Nein, hat er nicht. Hat er? Gewut? Hat er? Fahrl... 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 30... So. Ja, mach ich. Schwitze ein bisschen, warte. Sehen wir noch hinter uns? Ich guck mal in den Rückspiegel, ja. Ich hab vergessen, wo Maphrodonis ist. Moment. Kannst du es ja beim Navi reinpacken? Du packst hier ins Navi, ja. Und ausgerechnet Maphrodonis fahren willst. Das passt ja. Wunderbar. Ja, wir parken einfach nicht beim Maphrodonis. Tu so, als ob wir uns den Laden anschauen, der noch aufmachen wird. Wie wäre es? Okay, ja. Das ist eine gute Idee. Stopp, Shit. Weiter. Also ich fahre meinen Weg, okay? Ja, du fährst deinen Weg. Alles gut. Ich war hier jetzt schon. Oh mein Gott. Immer noch? Ich fahr falsch. Alles gut. Jetzt links. Halt. Okay, okay. Links. Einfach tief ein- und ausatmen. Ja. Er wird einen Grund finden. Das ist dir klar. Oh scheiße. Das hat er wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Was meinst du? Gar nichts. Ich bin kurz in den Gegenverkehr gefahren. Ach, ja, klar. Und das hast du auch nicht gesehen? Ne, ne, ich hab mal was anderes gesehen. Ach so. Jetzt links. Scheiße, jetzt packen wir ja doch hier. Ja, halt hier vorne an. Pack hier. Und dann gehen wir rüber zu dem Laden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht lange auf. Ähm. Gut. Ja, alles gut. Ja, dann, äh. Ja, alles gut. Steigen wir mal raus. Ja. Klar. Was ist denn? Zum Park. Ja, dann gehen wir mal zum Park. 13 Minuten. Okay. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie wir den verjagen können. Wie denn? Oh ja. Ich weiß nicht, bis hierhin irgendwie imaginäre Kotzgeräusche. Was? Ja, das sind ja weiß Dinge. Ach so, ich dachte kurz, weil ich dich geküsst habe. Oh mein Gott. Nein. Niemals. Ich kann mich jetzt leider nicht umdrehen, um zu schauen, ob die da noch stehen. Hm. Ja, wir laufen erstmal hier vorne hin. Hm. Hm. Ach so, ich hab, äh, auf Venture gibt's Bilder hier von In-Raum. Man kann das tatsächlich mieten für private Feiern. Hm. Für private Feiern? Hm. Hm. Ist ja gut zu wissen. Aber ich glaub... Ich glaub vor Eröffnung. Ach so. Aber noch keine wirkliche, äh, Haupteröffnung. Hm. Ne, aber ich kann gleich nochmal nachschauen, was da so stand. Okay. So, schön hier, da wären wir wieder. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen, ob die da noch stehen. Gut, ähm, wie ich mein... Wobei, warte mal. Und? Ja, die stehen da noch. Ja, sollen wir einfach dann rein? Ich... Ja, wir gehen einfach anders so. Gehen wir um den See und dann gehen wir da rein. Gut, wenn wir das jetzt in der Zeit schaffen, dann machen wir das so. Ach, die See ist schon groß, ne? Also, Herr Weiß hat das auch bei Namus mit mir gemeint. Ich möchte nicht, dass dir das gleiche passiert. Aber ich glaub, du würdest auch anders reagieren. Wie meinst du das? Ja, haben uns immer so ein bisschen gepiesackt. Und, äh, mich auch versuchen mit dir... Das ignoriere ich. Bitte? Das ignoriere ich. Ja, trotzdem. Wird auch schon gefragt, wie das bei der Beziehung ist zwischen uns beiden. Und so. Was meint er? Ob ich dir unterwürfig bin oder du mir oder sowas. Was sollte man denn machen? Dann hab ich gesagt, gleichberechtigt. Und er so, was? Das kann nicht sein. Und irgendwas wird schon gefragt, ob ich dann herumstehe und auf dich warte. Und ich hab gesagt, nur ich kauf selber auch was ein. Und er so, hm, dann glaub ich das. Okay. Oder so ähnlich. Gut. Ähm. To me night. Warum? Alles gut. Ist... Jetzt nicht das erste Mal, dass ich, äh, so gefragt werde und sowas. Also war's bei Kate genauso? Ähnlich, ja. Ah, gut. Dann bin ich beruhigt, dann liegt's nicht an mir. Ja, aber ganz schön hier. Ja, eigentlich schon. Aber nicht das Schönste hier. Stimmt, das Schönste war's neben mir. Echt, du hast dich geklont? Ja, das war jetzt nicht so gut. Deswegen nehm ich den nicht an. Ja. Ja. Aus Prinzip jetzt auch, oder gut war's? Also... Das ist richtig. Du bist einzigartig. Ja. Deswegen würde ich Klonen nicht zulassen. Ja, auf jeden. Warum? Ja, weil ich sonst, äh, durchdrehe und mich zum Abklönen hier einfach in den, äh, See schmeißen muss. Nein. Soll ich nicht zulassen? Vielleicht ist er ja schon vereist und dann kann man mal schauen. Entweder sinke ich oder ich war Schlittschuh. Ari, die Wellen im Wasser bewegen sich. Ich hab da jetzt gar nicht hingeguckt. Die Lampen sind so hell. Ja, gut. Egal. Ein bisschen der Kopf ist heute... Ich hab, äh, echt saub viele Ideen gehabt. Und ich geh davon aus, dass alle abgeschmettert werden. Aber ich freue mich trotzdem drauf, da so ein bisschen was aufzuschreiben. Von... Weiß oder von Garfield? Also ich... Ähm... Alles okay? Ja, warum? Alles, alles gut. Ähm... Äh... Ja, ich sollte eigentlich Bargat, äh, die Sachen holen. Von... La Mesa. Mit, äh, Ray. Mhm. Ähm... Die liegen jetzt auch erstmal im VPD, weil es irgendwie keinen Sinn macht, wenn ich von der Tiro mit einem Funkgerät und, äh, meinen Taser jedes Mal zum VPD fahre. Und dann auch wieder zurück dorthin fahre. Deswegen liegen die Sachen jetzt im VPD. Müssen da irgendwie alles sprechen. Habt ihr das abgesprochen mit Weiß? Äh, mit Weiß jetzt nicht. Mit, ähm, Herrn Hopkins. Ja. Ja. Herr Narsen. Und mit Herrn Davis hab ich auch telefoniert. Er meint auch. Ja, das würde mehr Sinn machen. Aber das ist jetzt auch gerade noch zwischengenauert. Das ist aber das... Ich wollte grad sagen, das Hauptquartier ist aber von Kommissionern und der muss gefragt werden und nicht irgendein Officer 3, ein Psychologe oder Mr. Davis, der aktuell im Krankenlager liegt. Ach so, ich da... Ja, okay, gut. Dann geh ich gleich nochmal rein und mach das mal ganz schnell. Ich mein nur nicht, dass du dann da in irgendein Fettnäpfchen trittst oder so. Na gut, dafür bin ich, äh, da bin ich Königin drin. Weil ich kenn den Mr. Weiß halt, genau, und... Gut, dann muss ich's aber wieder zurück nach Namesa bringen, denn ich hab noch keinen Spind hin. Äh, okay. Ich kann dir auch einen Spind freimachen kurz. Okay. Oh. Okay. Ich werd nicht, dass du irgendwie Ärger bekommst oder sowas. Nee, ist, äh, richtig. Ich hab nur mal das Gefühl, ich mach tausend Sachen falsch. Nö, machst du nicht. Komm sofort. Löchen. Hallo. Äh, ich habe hier eine goldene Krawatte und eine goldene Fliegel. Ariane Barnes. Wir haben sie bestellt, richtig? Äh, ja. Frau, äh, Mendes hat mir die Sachen hier zurückgelegt. Hallöchen. So lange du deine sexistische Meinung umstellt, werde ich hier reden. Entschuldigung. Äh, ja. Ach, Ella. Richtig. Möchtest du mal kurz Hilfe? Ja. Ach, Maria. Die Dame hat etwas zurückgelegt. Äh, wo find ich das? Äh, das findest du hinten im Lager. Soll ich das mal holen, dann kann ich dir das später in Ruhe zeigen? Ja, das wär gut. Okay, danke. Mein erster Tag, sorry. Ah, ja, alles gut. Ich geh mal ganz kurz was gucken. Nee, ich nicht. Sie hat nur keinen Geschmack. Ah, ich weiß einfach nicht, auf wem man bei dir liefern wird. Oh nein, hier geht's rein. Ich setz mich hier hin. Okay. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Ach, das sind die Dinger. Hier gibt's jetzt die. Ei. Möchen. Ich, soll ich dem Herrn dir Dreck geben? Äh, ja. Ah, okay. Es gibt immer noch keine roten. Ich dachte, vielleicht waren die ausverkauft oder so, aber okay. Weiß nicht. Verscheid. Wir haben noch keine neuen Waren. So. Ja gut. Arregato. Gern. Ja. Halt sie mal so dran. Ja, ich glaub du siehst das Problem. Es ist Grüngold. So ein bisschen. Find's aber... Ist okay? Nee. Eigentlich. Oder nicht? Muss man mit Kopett sehen, ne? Ja, wer... Ah, ich hatte das Kleid hier an und ein anderer Herr hatte sich die dran gehalten. Also es ist schon in etwa. Ich kauf die einfach. Wir probieren das zuhause aus. Okay, dann gibt es noch die Krawatte, aber die ist schwarzgold gestreit. Wo ist sie denn? Ich weiß nicht. Achso, hat sie die nicht gegeben? Nein. Warte. Äh, Maria hast du auch noch mal die Krawatte vielleicht? Äh, oben muss ich gucken. Und... Ja, liegt hier noch. Halt mich die mal dran. Ja, das ist jetzt schon das höchste der Züge, ne? Ja, aber das ist auch tatsächlich keine kurze Krawatte, sondern eine lange. Du wolltest eine schmale auch, ne? Schmal ist die, aber ist leider nicht kurz. Gut, weiß ich nicht. Es muss nur kurze sein. Dann gebe ich das mal wieder rüber. Oder habt ihr die auch in kurz? Leider nicht. Das ist so das einzige, was unser Katalog in irgendeiner Art und Weise von Gold hergegeben hat. Alles gut. Sehr gerne. Dann nehme die Flieger einmal mit. Okay. Soll ich die den Herren geben? Oder... Ähm... Wie sie möchten. Wie sie möchten. Dass sie neu sind und ein bisschen üben. Ja. Gingen sie einmal. Das und meine... Ich werde nochmal ganz kurz telefonieren. Mhm. Haben wir es aber ich gerade noch so, also 21.57 Uhr gerade noch so geschafft, hm? Soll ich dir meinen Ausmaß dazu auch zeigen? Muss man kurz? Äh... Äh... Ja... Nein... 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 Ich sag's dir. Fünf. Okay. Sorry. Da hat nämlich gerade jemand angesprochen und wegen ins Büro. Hey. Ja, hi. Ähm... Ich wollte nur mal sagen, ich brauche vom Commissioner die Zusage, ob ich im VPD jetzt auch die anderen Sachen lagern kann. Deswegen lagern kann. Deswegen muss ich jetzt gleich nochmal kurz im Dienst und Dienst der Pieropedi schaffen. Weil... Okay. Das... Ja... Ich wollte dir dann nur Bescheid geben, nicht dass du dich gleich wunderst, ja? Ne, alles gut. Oh, das ist so eine Verkatastrophe, ne? Ohhhh... Äh... Und sie braucht ja Waffen und Drogen, um sich verteidigen zu können und so'n Scheiß. Ah... Und wenn ich dann in der Gefahren... Ne, ich soll ja eine Gefahreneinschätzung abgeben, da kann ich nicht schreiben, da geht keine Gefahr aus. Und Herr Weiß wird davon aber abhängig machen, ob der Zeugenschutz fortgeführt wird oder nicht. Ja gut, das ist natürlich schlecht. Ne, das Problem ist, sie hatte mich jetzt nochmal angerufen und sie hat gesagt, sie will Hilfe, sie versucht sich zu verbessern, sie will normales Leben führen. Aber es geht halt darum, das glaube ich ihr alles. Nur die Frage ist, das geht ja dann in Marshall Service rüber, wer übernimmt die Verantwortung dafür und geht sicher, dass sie das auch macht. Ja, ja. Boah, scheiße. Ja, ich wär gern mal ein Gespräch dabei gewesen, aber ich bin gerade ins Vipidi, da seid ihr wohl schon weg? Ne, ja, du hättest sowieso nicht mitfahren können, das Auto war voll. Ach so, okay, gut. Ja, ich ruf dich dann, also wir reden einfach Mittwoch nochmal ganz in Ruhe, ja? Ja, ja, ich versuch jetzt einfach dieses scheiß Gutachten zu schreiben und ich... Ich würd sie am liebsten, ich würd sie wirklich gönnen, aber ich kann es nicht aus der Sicht von jemandem, der hier arbeitet und der dann am Ende dann gut an den Händen kleben hat, wenn sie versehentlich jemanden totschlägt. Ja, nee, nee, dann solltest du dich auch selber schützen und deine, ja, einfach... Also, das ist natürlich, ne? Das ist absolut scheiße, weil ich kaufe ihr das ab, dass sie sich ändern will. Und der erste Schritt wäre, ihr da zu vertrauen, aber es geht hier nicht um Vertrauen, es geht hier um harte Fakten. Ja, Kacke. Gut. Na gut, alles klar. Mach du dein Ding, ja? Okay. Und wir sehen uns später in Sonntag, ne? Okay, bis Mittwoch dann. Tschüss. Ciao. Okay. Alles okay? Ja, alles okay. Okay. So, nur herlassen. Was? Ähm. Ja. Kannst du fahren? Ich bin zu nervös, ich hab da grad Herr Weiß gesehen. Der war einfach mit Taxi. Wo hast du den denn gesehen? Äh. Gerade stand er relativ auffällig bei der Tür. Ja, hier ist längst ein Streifenwagen. Mhm. Ist da überhaupt jemand drin? Barbara? Ja, Karton und Ariane, Hallöchen. Hä, was? Hallo. Was ist passiert? Wie, was ist passiert? Du hast grad offensichtlich ein bisschen angestiegen gewährt. Ach so, ja. Wie du in meinem Gesicht sehen kannst, ähm, na ja, ich bin gestern gestolpert. Gestolpert? Ja, auf die Treppe in unserer Wohnung. Ist das so? Ja, tatsächlich. Oh. Okay. Wie genau, sind Sie gestolpert? Sind Sie schon mal im Leben gestolpert? Der Karton ist ja, wie man stolpert, oder? Ich stolper nicht. Ach so, natürlich nicht. Sie sind Übermensch, ne? Ich bin über meine Füße gestolpert, mein Gott. Ah. Wart ihr shoppen? Was habt ihr denn gekauft? Ach ja? Du bist ein bisschen bauchfrei. Ist das nicht kalt bei der Kalzluft? Ich bin nicht bauch... Nein. Quatsch. Das ist... Ich hab meine Thermo-Stromfhose drunter und die hab ich bis zum Bauchnarbe drüber gezogen. Ja, gut. Fantastisch, fantastisch. Ja, gut. Okay. Und, äh, was habt ihr euch so geholt? Äh, eine goldene Fliege. Ja. Oh, toll. Super. Gibt's da Weihnachtsklamotten drin? Äh, ja, gibt es tatsächlich. Weihnachtsmützen auch. Oh. Das brauchen wir. Barbara. Die machen ihn... Ja. Warte. Die haben seit zwei Minuten zu. Ich würde... Ja, jetzt machen sie nochmal auf, glaube ich. Ah! Okay. Gestolpert. Hm. Nach der Reaktion, als ich gefragt habe, wie sie darauf reagiert hat, wirkt das ein bisschen komisch. Schon. Ich hab ihr noch bald ein Gespräch mit ihr und dann werde ich mal ein bisschen nachbauen. Okay. Sollen wir... Ja, bitte. ... uns weilen? Ja, bitte. Warum steht der Streifenwandel da? Ich hab' keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendwas immer vor du bist worden. Hm, okay. Also ich soll jetzt fahren. Ja, bitte. Natürlich. Du weißt, dass du das Kleid das gleich anziehen musst, oder? Werde ich auch machen können mit vorher diese PD-Sache. Ähm. Ähm. Die Ding, jetzt hab' ich grad auch ein bisschen Bammel gekriegt. Hm. Ja, ich bin halt nicht im Dienst, ne? Das ist halt grad das Ding. Ähm. Ruf mal Koskela an, ob er dir ein... Der ist nicht... Der ist nicht im Dienst. Nicht mehr. Ich ruf trotzdem ihn mal an. Was versucht schon zu erreichen? Ich hab' ihn heute schon mal versucht zu erreichen. Ich hab' dreimal durchziehen müssen. Komm, bahn, wahr, Koskela. Oh. Pass mal auf. Du bist ja grad Assistant Chief von... Von irgendwas. Die Sache ist wie folgt. Äh. Dann, äh. Hopkins hat irgendwie gemeint, dass Miss Barnes ihre Sachen halt im VPD lagern kann. Obwohl sie eigentlich nach Delpero umziehen soll. Oder zu Delpero gehört. Äh. Genau. Öffentlichkeitsarbeit plus Dinge. Das ist halt das Ding, ne? Letzten Endes. Aber momentan sind die Sachen halt im VPD, weil... Wohl, äh. Es hieß, das wäre ja irgendwie logischer. Nur... Hier wurde keine Führungskraft, äh. Da gefragt. Oh, ist das peinlich, sowas. Ich hasse das. Ich bin froh, wenn das gleich vorbei ist. Hm. Hm. Also wäre es für dich okay, dass es erstmal so bleibt. Als Assistant Chief. Okay. Und dann bist du als Assistant Chief von... Was auch immer. Darüber informiert, wie es das läuft und warum das so ist. Ähm. Dann belassen wir es erstmal so. Weil dann wurde hier eine offizielle Stelle im VPD auch gefragt. Ja. Das wäre auch eine Option, dass halt in beiden Departments ein Spind ist. Vielleicht halt, ähm. Ja. Ist halt die Frage, ob es nicht zu kompliziert dann ist. Mit normalen Klamotten und Officer-Klamotten. Weil sie soll ja auch trotzdem Steifenuniform zwischendurch tragen. Irgendwie habe ich verstanden, wenn eine 1099 reinkommt. Not von Unterstützung. Aber ich denke mal, da wird sich noch alles finden. Okay. Weil irgendwie... Mit Davis auch gesprochen, der aktuell im Krankenbett ist. Für ihn wäre es halt auch okay. Und Davis ist halt gerade nicht dienstfähig. Weshalb mich dann doch mal auch lieber, ähm, nochmal hier bei dir nach Hake. Weil sonst hätte ich das jetzt übernommen. Aber es ist halt nicht mein Department. Und... Von daher. Okay. Okay. Also beobachten und dann die Entscheidung halt finden. Hm. Tu es mir einen Gefallen. Vielleicht machst du trotzdem mal ein Spind. Äh. Auch für sie in Delpero. Weil da hat sie trotzdem für beide die Partners das. Letztes Mal. Hat sie schon. Ach, sie hat das schon. Ist ja gut. Wusstest du das? Dass du schon ein Spind in Delpero hast? Äh, nein. Wusste sie nicht. Ne gut. Mehr wollte ich gar nicht von dir. Ich wollte nochmal nachfragen. Ähm, weil... Einfach so. Alright. Ich danke dir, ne, Coskela. Dann bis später. Warte, ne. Ist so okay. Aber ist das jetzt hundertprozentig, äh, safe so? Es ist halt letztendlich mit, äh, Coskela besprochen. Wenn du auf ganz normal sicher gehen bist, kannst du auch immer noch die Sachen, äh, beim nächsten Mal rüberbringen auf Delpero. Und du fragst einfach nochmal weiß. Direkt. Ja. Und dann bist du ganz safe. Ich, äh, ich rufe ihn jetzt gleich mal kurz an. Oh, eigentlich will ich gar nicht. Ja. Okay. Willst du noch nach deiner Frisur heute schauen? Oder? Ja, da muss ich, äh, klar, kann ich machen. Ich werde jetzt gleich dann eh, äh, das Kleid oben mal anprobieren nochmal. Ja. Ich rufe hier in Weiß, aber trotzdem jetzt da ich, äh, konzentriere mich. Ja, mach das. Alles, alles gut. Wir haben Zeit. Ja, aber ich mach das kurz alleine ohne dich, weil, falls ich angeschrien werde und anfangen zu heulen möchte, dass du dabei bist. Ich wollte nicht daneben stehen, sonst sollst du anfangen zu weiten, bekomme ich das trotzdem mit, dann wackelt der Dutt und dann umarme ich dich. Dann wackelt der Dutt? Ja. Oh shit. Das ist der Ari-Sinn. Es ist wirklich fertig. Vielleicht hab ich auch wenig geschlafen. Ah. Möchtest du schlafen gehen? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ja, kannst aber auch schlafen gehen. Nee. Bin fit. Gerade. Mhm. Ich habe es doch noch nicht geschafft, in die Lieder reinzuhören Ich muss eigentlich auch noch ein Telefonat führen, das habe ich auch noch nicht geschafft Ich gehe kurz nach oben Achso, ich muss nach oben auf die Toilette Ich bleibe hier unten Perfekt Frau Weiß Hallo Herr Weiß, ich habe eine Frage Ich habe jetzt meine Sachen vom Lamesa-PD erst mal ins VPD gepackt Ich habe mit Herrn Davis telefoniert, mit Herrn Hopkins geredet Mit Herrn Koskela wurde gerade geredet Und mit Herrn Larsen, dass es eigentlich besser wäre, dass ich die Uniform auch im VPD habe Weil ich ja die meiste Zeit beim Herrn Larsen sein würde Weil sonst müsste ich nämlich, ich kriege keine zwei Funkgeräte und keine zwei Taser Sonst müsste ich die immer von der Peropädie zum VPD und zurück immer transportieren Ist das okay für Sie? Also habe ich da das okay von Ihnen? Ich will mich lieber nochmal vergewissern Oder soll ich die im Spinn packen? Die Uni, also da müsste ich nämlich nur die Uni sagen Das können Sie ruhig so machen, Frau Barnes Okay, darf ich Ihnen noch eine Sache sagen, damit ich weiß, in welche Richtung ich in die Öffentlichkeitsarbeit gehen darf? Höre Achso, ich habe eine Idee, ich will nur wissen, ob sowas allgemein Okay wäre oder ob ich in eine ganz andere Richtung denken würde Wenn man mit der Palito Bakery Wie haben wir das aufgeschrieben? Wenn man mit der Palito Bakery Ein Kekstürtchen Sekunde, ich muss doch ganz kurz in meine Notizen schauen Dann kann ich Ihnen das genauer sagen Eine limitierte Aktion PD Cookie Challenge Mensch, wenn wir das da schaffen Cookies, die zusammen in eine Tüte da gebunden werden Da ist aber ein schlechtes bei, wovon ein so kurz schummrig wird Eine limitierte Ausgabe in Form von PD-Marken Also PD nur 90 zum Beispiel Oder Handschellen Oder mit einem Schlechtern oder was? Nein, man kotzt davon nicht Und es gibt einen Disclaimer mit Lebensmittelallergien und sowas alles Und man muss dann okay geben, wenn man die holt Aber so einfach für eine lustige Runde zu Hause So, wer erwischt den schlechten Cookie? Ich weiß aber nicht, ist das zu krass? Soll ich solche Sachen nicht machen? Das ist zu krass, weil dann verletzt man ja schon Also es ist, glaube ich, ein bisschen zu krass Scheiße Ja, okay, gut Dann passe ich bei solchen Ideen auf Ich fand die Idee aber sehr lustig Gut Okay, dann Ich habe es beobachtet, Frau Barnes Ich habe, Herr Kukum und ich haben Ihre Spiele ja schon verstanden Was für Spielchen? Kuryame weiß Bescheid Ja, wir haben viel Männergespräch mit ihm gehabt, ne? Hä, was für Spielchen meinen Sie denn? Ja, der Was denn? Der weiß Der Kuryame weiß Bescheid Wir haben ein Männergespräch gehabt Der Natschi, der Kuryame und ich, ne? Wir machen den noch zum Mann Herr Weich Ich habe einiges erzählt, Frau Barnes Ich würde ja mal ein bisschen aufpassen, wenn Sie dabei sich um Ihre Umgebung haben, ne? Was haben die mit den Armbanden gemacht? Was haben die mit den Armbanden gemacht? Nein Oh, die Streife habe ich schon ganz Also, das war bestimmt ganz furchtbar Ah, Hilfe, ey Das ist halt auch sinnvoller, weil Die Gefahr ist groß, dass Ariane da in ihrer Dingelsausrüstung steht Rausfahren musste Zum Beispiel bei einem Psychologengespräch, so wie heute, wo es ja schnell gehen muss Und dann muss die immer erst in der Pyropädie Und muss sich da den Taser holen Und das Funkgerät ist also ohne Funkgerät in dem Moment unterwegs in der Pyropädie Versteht ihr, wie ich das meine? Wie ich sage, ohne Funkgerät dann unterwegs Kann unterwegs, ich meine, es ist ein kurzer Weg Aber unterwegs, falls was passiert, kann sie nicht funken Es geht nicht mehr um den Taser, sondern das Funkgerät Und wenn man das jetzt umgekehrt sieht Wenn sie da jetzt ihr Funkgerät Und Ja, es ist halt problematisch Weil es geht um das Funkgerät und den Taser Sie wäre also immer einen kurzen Moment lang ohne unterwegs Deswegen macht es sehr viel Sinn Ich würde zum Beispiel sagen, die Uniform an sich Die kann man ja wirklich in der Pyro lassen Aber das ist auch mega kompliziert Deswegen ja Also wenn sie so öffentlichkeitsarbeitsmäßig macht Dann würde sie immer rüberfahren Sie braucht ja nicht unbedingt auch eine Uniform tragen Aber Ja Ich finde es logisch, dass ihre Sachen in BPD sind Ja, ich auch Ich auch Kurayame sagte, fünf Minuten ist von fünf Minuten der Hölle Aber gut Danke, Herr Kurayame Kurayame Oh Gott, das habe ich selber gesagt Dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben Das wäre ganz schön in die Hose gegangen In die Hose will ich bei Ihnen aufpassen Wahrscheinlich nicht Aber es ist okay Ich kann auch ohne Ich habe eine Schublade So Ach ja, stimmt Ich muss das Zeitschirm anziehen Gucken mal, ob Mountain Hand Style aufhört Ich kann auch ohne Das ist sogar die passende Brille dazu. Warte mal. Natürlich. Wie war das Gespräch? Positiv, ja. Er hat auch gesagt, das macht mehr Sinn und ich kann die Sachen da lassen. Perfekt. Weil lieber nachfragen über sowas immer. Ja, danke. Dann passt das. Dankeschön. Ich habe da wirklich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Und ja, alle die kleinen Fehler, die ich immer mache. Okay. Irgendwo habe ich immer ein Auge. Auf dich. Ich hätte nur vielleicht selber bei... Aber ich habe meinen Herr Koskiner angerufen. Wieso nimmt der bei dir ab? Und mein ich. Weil ich sein Lieblingssernerrohr ist, dass ich es schief bin. Wow. So, wenn man jetzt genau hinschaut, ist das Gold eigentlich das gleiche wie von meinem Kleid, oder? Es ist schon sehr gleich, auch in der Brille. Das passt schon. Okay, super. Ich möchte mal fragen, lieber ich echt eine rote Hose tragen, oder lieber eine schwarze Hose? Ich ziehe mal eine schwarze Hose an, und schaue, wie es aussieht. Jetzt mit dem roten Anzug, ja, auch ganz teufelig. Frage dich. Dann entscheidest du. Und dann entscheidest du auch bei meiner Frisur mit. Wir können schauen mal Richtung Spiegel. Ja. Warte, warte. Hm. Hm. Was gefällt dir mehr mit? Zwar komplett roter Anzug oder schwarz-rot? Also es gefällt mir, wenn du die schwarze Hose kriegst. Ja. Aber ich glaube, besser passen würdest du, wenn du die rote Hose kriegst. Moment. Einen Moment. Eine Möglichkeit haben wir noch. Hm. Hm. Okay, das ist ein starkes Rot. Das passt richtig gut. Das ist besser, ne? Viel, viel besser, ja. Also möchtest du das? Möchtest du das denn auch? Ich möchte neben dir als Zweitakteur gut aussehen. Ach, Zweitakteur gut. Du redest manchmal wirklich so einen Quatsch. Aber vom Rot-Akzent her würde es besser passen, weil es weniger ausgeblastet ist. Und so dann klar. Ja, stimmt. Besonders mit dem dezenten Schwarz und dann die gelb-goldene Fliege und die goldene Brille. Die Brille passt wirklich perfekt. Gut, du darfst entscheiden. Ja, ich mag das Outfit, das du an hast, am meisten. Okay. Wenn es für dich okay ist. Natürlich. Wir können noch schauen, warte mal. Ich kann mal versuchen, Max anzubuchen, wie in der Frisur, aber ich glaube nicht, dass ich ihn erreiche. Ich kann nochmal was experimentieren. Das ist jetzt die Hose mit den Streifen. Die oder lieber die andere? Okay, die Hose mit den Streifen ist definitiv ein schöneres Schwarz, aber dann passt das Hemd nicht mehr richtig. Das Hemd wirkt dann so ausgeblast. Okay. So kannst du eigentlich auch gehen, okay. Bitte? Äh, gar nicht. Also ohne Hose weiß ich ja nicht so recht, ne? Ja, aber das darf doch fast so kurz in den Hintus. Ähm, ja. So ist es stimmiger. Okay. Dann machen wir das so. Oh, ich muss ja noch schauen, welchen Schmuck ich dazu trage. Guck mal kurz mit. Klar. Pack am besten die Karte irgendwo wo uns im Schrank noch. Mhm. In die Wohnung, nicht. Man weiß ja nie, ne? Mach ich. Ähm. Aber hat das jetzt einfach geklappt? Also wegen Daniels? Weil irgendwie habt ihr ja schon ja gesagt, als sie vom Weiß wiederkam, ne? Ähm, ja. Sie hatte mir geschrieben. Ähm, wir finden sicher einen Weg, dass sie ebenfalls den Ball genießen können. Okay. Ich glaube, wir beide haben es jetzt irgendwie geschafft. Hm. Ich freue mich, dass es klappt. Ich freue mich auch. Also ich habe diese Kette, aber die ist, glaube ich, nicht so schön. Das ist eine der... Die habe ich mal geschenkt bekommen von einer Freundin von mir. Mhm. Dann natürlich, ähm, das, ähm... Was ist denn? Natürlich diese Kette. Ja, gut. No-brainer, es wird diese Kette werden. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Das Thema ist durchdiskutiert. Okay, jetzt kommt es zu den Ohrringen. Ähm. Ich habe zwei Ohrringe, die ich eigentlich verschenken möchte. Weil. Mhm. Die von Lamos, habe ich die... Ich habe die von Lamos mal geschenkt bekommen. Die hier zum Beispiel. Soll ich da was verbrennen? Ja, aber die sind wirklich teuer. Also ich weiß auch gar nicht. Wahrscheinlich hätte er die auch aus dem Pfandhaus. Und das wären halt so die schicksten Ohrringe, die ich habe. Okay. Ja, so der Modeschmuck, äh, Typ. Ich habe halt zum Beispiel jetzt... Ich habe natürlich auch rote Ohrringe, aber das ist ein bisschen zu... Ne? Ne, das ist so... Ich gehe ja nicht, äh, in ein Casino. No, dann habe ich noch solche. Die sind... Das sind die anderen von Lamos. Aber die passen auch nicht wirklich gar nicht. Ähm... Was steht noch zu Hause, Mann? Natürlich die obligatorischen, äh... Wiese hier mit der Katze, aber die sind halt auch so... Hm? Ähm... Ich habe noch verspielte Ohrringe. Ich habe, äh... Passt ja auch zu dir. Du siehst, wie das sind... Heute hatte ich die Würfelchen an, aber die passen halt auch nicht wirklich. Ne, die passen zu so einer Sache eh auch nicht so. Ja, dann habe ich leider nur noch die, aber irgendwie weigert sich jede Faser meines Körpers, diese Ohrringe zu tragen. Dann nehme die mit der Katze. Dann nehme ich die mit der Katze. Ja. Okay. Dann ziehe ich mal das Teich wieder aus. Und ich werde, äh, flache Schuhe zu nun klein tragen, weil man sieht die ja eh nicht. So, wie du dich am Wohlsten fühlst. Mit flachen Schuhen, ich nehme mit. Ne Abendkette? Hm, ich habe eine. Äh, ich habe... Ja, gut, die werden jetzt alle nicht passen. Ja, eigentlich bräuchten wir ja eine Ansteck. Oh, so habe ich in einem Buch gelesen, aber... Ich glaube, das wird nicht so einfach. Ich wollte gerade fragen. Gibt es sowas bei Grunierungen? Gut, also jetzt wird es ganz wild. Ich glaube, selbst wenn, müsste man es aufstellen, dann wäre es zu spät da, oder? Auf gar keinen Fall. Ja, das sage ich. Es wird ganz wild, sondern was habe ich denn hier verab... Oh ja, ein bisschen verspielt bei mir. Ja, und das ist das Alamonia-Festival-Wand. Das ist es auch nicht. Genau, das ist so das Schönste, was ich habe, aber das passt von der Farbe her nicht. Leider nicht ganz. Also Armbandtechnisch ist es ein bisschen schwierig bei mir. Ich habe ansonsten nur noch dieses hier und das ist auch nicht so schön, finde ich. Nee, das passt auch nicht so ganz. Dann ohne Armband. Dann ohne Armband. Ich habe aber gedacht, dass ich vielleicht eventuell eine Brille trage und ich möchte deine ehrliche Meinung dazu haben. Die. Die ist es doch, oder? Auf gar keinen Fall. Fritz, wie mir das aufgeklinkt. Hättest du eine goldene Brille so ähnlich wie ich? Das hätte was. Na ja, die einzige goldene Brille, die ich habe, ist die hier und die wird nicht passen. Deine Sonnenbrille. Ja, ich habe leider keine. Ich habe... Also... Ich habe halt ganz komische Brillen einfach. Ja, nee, da habe ich leider keine passenden. Leider, leider. Dann ohne Brille. Dann sieht man deine schönen Augen noch besser. Und man sieht dann auch meine Augenbrauen. Ja, die so gut sind, wie sie sind. Willst du gerne so eine Brille haben, wie du? Wirklich immer noch. Aber ich bin dran. Ich bin da wirklich dran. Alright. Also wieder umziehen. Ja. Dann ist es das. Okay. Ich habe gar keinen Schmuck, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Magst du Schmuck? Ich bin da sehr wählerisch, würde ich sagen. Dann würde ich gerne mal mit dir zusammen ein paar Sachen anschauen. Dann weiß ich, was ich dir mal schenken kann. Das können wir sehr gerne machen. Da wollte ich dich eh mal fragen, ob du das machen möchtest tatsächlich. Sehr gerne. Wieso hat Herr Weiß mir am Telefon gesagt, ihr hattet Männergespräche und er wird dich zum Mann machen? Der einzige Männergespräch, was wir hatten, war die Frage, wie es in unserer Beziehung läuft. Wer das sagen hat, so ungefähr. Und die andere Sache war diese Thematik mit den Choppen, was ich dir erzählt hatte. Er hat gesagt, er ist mir auf der Spur. Also, Mr. Weiß macht wieder Mr. Weiß-Ding. Er hat mich auch geduzt. Das war ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Was? Ja, er hat Joske gesagt. Hat er das? Niemand schafft es, den Namen richtig auszusprechen. Nun. Wollen wir noch wohin? Hm? Ich schreibe noch mal ganz kurz. Also gerne, klar, die nacht ich noch zu. Ja. Also, für mich. Warte. Okay, Crazy Cuts hat noch offen, da würde ich jetzt aber nicht mit dem Kleid hinlegen. Ja, schade. Das muss ich dann alles am Mitt... Das muss ich am Mittwoch noch erledigen mit den Haaren dann für Freitag, weil ich Donnerstag nicht kann. Oder vielleicht kann ich ja... Ah, ich würde... Hätte ich gerne da weiter sitzen. Crazy Cuts ist doch das im Süden, oder? Ja. Kann das ja ohne das Kleid machen. Ja, ich bin mir so unsicher, irgendwie... Also, wenn wir da nach Crazy Cuts gehen, ziehe ich mich auch ein bisschen anders an. Ja, ne, ich mach das lieber bei Mountain-Hand-Style. Ansonsten... Barbara fragen? Könnte ich, ja. Willst du dich anbieten, oder nicht? Mhm. Inna, du Ariane. Wie reagierst du dabei so? Äh, hallo Barbara. Ich weiß, wir wollten uns noch unterhalten. Ähm, du sahst gerade sehr beschäftigt aus. Ähm. Ja. Wo bist du gerade? Im MD, warum? Warum bist du im MD? Ja, wegen... Weil ich gestürzt bin. Oh. Hau zu Furze nach, halt. Bah, das ist widerlich. Okay. Ja, da sagst du was. Du hast... Eta, nicht kurz Zeit, mir eventuell mal den Katalog zu zeigen? Also, zusammen mit einem... Pompösen Kleid, das ich dazu trage? Tatsächlich leider nicht. Das tut mir leid. Ne, ich muss nämlich um 23 Uhr pünktlich weg, um meine Lieblingsdokumenten zu machen. Ach, die Doku. Okay, ja gut. Dann weiß ich bestimmt. Genau, so ist es. Ja. Okay. Es wäre trotzdem schön abend. Hast du jemanden, der dich abholt? Ja, ich war selber. Achso, die können dich aber auch abholen. Du musst nicht selber fahren. Nein, schon gut. Ich bin jetzt meinem Auto ja jetzt schon hier. Ne. Okay, dann sag trotzdem Bescheid, was du liebst. Ach, ich unterbreche mich nicht, wenn ich telefoniere, ja? Gut, Harald hat sie unterbrochen beim Telefonieren. Es wurde sehr laut am Telefon. Äh, nee, sie braucht keine Hilfe, sagt sie. Okay. Mein Telefon klingelt. Weiß ich nicht, 9-4-1-6. Weiß ich nicht. Geh mal rein. Marsch, die Marsch. Ja, ist richtig. Seine Güte. Die Outfits sind immer so fantastisch aus, ne? Sehr gerne, dann treffen wir uns, äh, die Tage mal in La Mesa. Machen wir einen Termin, setzt uns Büro und Quatsch ein bisschen. Ja, hört sich gut an. Jo, Matanelle. Nicht gut? Soll ich mich umziehen? Das sieht fantastisch aus. Ich bin ganz sehr begeistert. Das kannst du ruhig öfters anziehen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich hab nur einen Schal dazu angezogen. Ja, aber ich mag, ich mein, ich, ist kein Geheimnis, dass ich sowas mag. Ich trag's ja die ganze Zeit. Ja, ich dachte so, du trägst einen Schal, da kann ich ja auch meinen anziehen. Ja, kann man machen. Ich möchte jetzt meine Frisur aussuchen, muss ich feuchern. Ich könnte noch mal... Sie hat keine Zeit, denke ich, ne? Nein, nein, sie muss um 23 Uhr ihre Tankstellen drucken. Das macht sie da einfach. Ah, ich verstehe. Ähm. Jetzt hat sie noch mal eine Sache probiert. Hallo, Caitlin von Perl. Äh, von Perl, das ist von Martin Hans' Teil. Was kann ich für sie tun? Ihr habt ihr vielleicht rein zufällig heute geöffnet? Ähm. Nee. Also ich hatte heute Morgen... Äh, heute Morgen, meine Güte. Ich bin ein bisschen durch, gerade Entschuldigung. Ich bin gerade im MD. Ähm. Äh, irgendwas passiert? Äh, ja. Ein Kumpel ist, äh, ja, geschossen worden. Aber alles gut, ähm. Äh, ja. Äh, wie gesagt, aber morgen ist, glaube ich, morgen ist jemand da. Ja, morgen ist immer schwierig. Ähm, also es macht... Ist auch heute keiner, der mal im Linienladen hüpfen könnte? Ähm. Ähm, nicht, dass ich wüsste, sondern, ja. Okay. Nee, leider nicht, Entschuldigung. Nein, alles gut, alles gut. Die sind ja auch, äh, gottlose Brotzeiten zu denken. Ich hatte, ja, bis jetzt. Aber, äh, sonst einfach die Tage mal gucken. Wir haben oft, ich glaube, wir haben jede Woche, jeden Tag auf. Okay, das ist gut. Ja, dann versuche ich es am Mittwoch nochmal. Ja, da ist auf jeden Fall jemand da. Dankeschön. Und, äh, gute Besserung an den Kumpel. Ja, danke schön. Tschüss. Ach, verdammt. Ich habe das Gefühl, ganz mautenherren Style ist gerade im MD. Hm. Warum... Warum sind da so viele im MD? Na, Quatsch. War auch jetzt sehr übertrieben. Es sind noch Barbara und, äh, die andere Dame, die ich angerufen habe. Okay. Ich hätte das halt schon gerne erledigt, weil dann hätte ich einfach was erledigt, was ich nicht so ewig vor mich... Also ich... Ach, Mann, ist das blöd jetzt. Ähm, ja. Ähm. Es gibt ja noch die Option, bei Crazy Cuts halt vorbeizugehen ansonsten. Ja, war super ungern. Ich war mal bei Crazy Cuts und ich glaube tatsächlich, das war sogar die Chefin. Und ich war mit Herrn Weister und es war sehr negativ. Die ganze Erfahrung. Ich verstehe. Wenn sie sich an mich erinnert, ist es ein bisschen unangenehm. Ja, aber du bist ja ein Kunde. Ein potenzieller Kunde. Ja, trotzdem. Außerdem, wie gesagt, würde ich schon gerne das Kleid dabei tragen. Ich mache das schon. Ich mache das Mittwoch mit Max oder Barbara dann. Oh, okay. Weil du wolltest ja gleich dabei, wenn du... Also... Achso, du bist Mittwoch gar nicht... Doch, 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 doch. Ja, ich will das unbedingt mit dir zusammen machen. Okay. Vielleicht hast du da Glück und irgendwie meldet sich nochmal jemand von den anderen. Ja, das ist ja ganz gut. Was steht noch auf deiner Liste? Wo steht dein Dilettante? Hier auf dem Parkplatz. Ja, ich weiß. Dix hat mir schon gesagt, das ist das Auto. Ah, warum fragst du denn? Ja, kann ja sein, dass er noch irgendwo steht. Nee, nee, der steht schon hier. Was steht noch auf deiner Liste? Äh, Joske, 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 Joske. Beim Genki einkaufen. Joske, Joske, Joske. Neun Jobsuchen habe ich durchgestrichen. Ähm, Aprodonis haben wir gemacht. Äh, dududududududu. Ja, der Kühlschrank ist... Ich würde ein bisschen den Kühlschrank gerne auffüllen. Das Genki hat offen. Oh, dann perfekt. Ja, dann gehen wir nochmal zum Genki. Machen wir das? Muss ich dann irgendwie Abstand halten? Hm? Ja, da hat es irgendwie gemeint, du musst doch mit jemandem reden. Ja, ich werde schon für Abstand dann sorgen. Achso, oh. Wie kannst du in dich reinbeißen einfach? Pass auf, da kommt ein Auto. Oh mein Gott, ich habe dir gerade das Leben gerettet. So, jetzt gehen wir. Wow, Arigato. Das war schon wirklich knapp, Ari. Das war richtig knapp. Also da hätte wirklich nicht mehr viel gefehlt, Joske. Mhm. Das sind meine Heldin. Mhm. Du willst nicht fahren, ne? Nee. Ja gut, dann fahren wir mit den Joghälen. Ein Passage-Shop, Prinzessin. Ist das so? Tatsächlich ist das wirklich so. Du hast das schon mal erwähnt. Ah. Ich möchte trotzdem öfters zwingen, Auto zu fahren. Oh, Telefonsekunde. Oh mein Gott, ich liebe dich. Wieso? Äh, du musst... Nein. Also. Wix, warte mal. Wix. Was? Ja. Hast du kurz Zeit? Was ist los? Hast du gleich kurz Zeit? Ja, ich bin da. Ähm. Ja, ich bin bei mir zu Hause. Komm vorbei. Oh mein Gott, wie geil. Ja, ich bin in 20 Minuten da. Ja. Ja, ich bin in 20 Minuten da. Ja, ich bin in 20 Minuten da. Ja, ich bin in 20 Minuten da. Entschuldigung. Alles gut. Ich muss mal kurz jemanden anrufen. Zumimassen. Okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Und ist er nicht mehr erreichbar. Äh, ärgerlich. Ja, was wolltest du sagen? Äh, gar nichts. Wir können gleich zu Max. Wir können das machen mit dem Katalog. Das habe ich vernommen. Ah. War nicht zu überhören. Ich sage das tatsächlich relativ oft zu Max. Okay. Also, ja. Also, erst zum Genki. Dann nach Hause. Dann das Kleid anpacken. Dann zu Mountain Han style. Ist das okay für dich? Ja. Natürlich. Aber sag einfach, wenn du mal... Sag einfach, wenn du mal was anderes machen möchtest. Oder einfach, ach, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich bin dir absolut nicht böse, wenn du das machst. Ja. Warum sind wir nicht mehr so reden? Ich habe keine Ahnung. Das werde ich dir schon sagen, wenn das der Fall ist. Aber ich habe dir auch dazu gesagt, dass du es... Wir haben vor wenigen Zeiten miteinander und das ist vollkommen okay. Und das gehört zu deinem Leben dazu. Diese ganzen Sachen. Und ich finde es... Okay. Gut. Arbeit lässt sich nicht los. Ich mache gar nichts. Wirklich. Ich habe keine Dinge in der Hand. Ich rufe niemanden an. Oder sonstiges. Okay. 50 Dollar, wenn wir beim Genki drin sind, dass da gleich irgendwas passiert und alles von der Polizei ist. Hast du die Eintrittskarte in den Schrank gepackt? Nein. Aber es wird mir doch keiner eine Eintrittskarte abnehmen, oder? Soll ich die hier vielleicht in den Handschuh packen? Ich nehme mal die Zigarren, packe ich mal hier in meinen Mantel. Ja. Gut. Warum war ich Zigarren? Man tut mir... War du ein feiner Service? So, sind drin. Bin nur ich. Nein, du bist mehr als das. Ich werde es dir so oft sagen. Ich werde nie müde, dir das zu sagen. Mhm. Du bist meine Welt. Ich werde nie müde, dich anzuschauen. Oh, das kann hier wohl ziemlich gut. Mhm. So. Ähm, machst du die Bestellung und ich gehe zum Automaten und rüsche mal Geld ab? Was möchtest du denn alles bestellen? Ähm. Ramen, Mochi und Onigiri. So für... Was von der Portionsmenge? Für 400 Dollar. Okay. Ramen, Onigiri und Mochi. Okay. Also ist das okay für dich auch? Also magst du das? Wenn du das magst, ich mag alles davon. Okay. Es gibt nur ein süßes Mochi. Boah, wie cool, dass die auch genau diese Autos hier fahren, ne? Schon nice gemacht alles. Den 60 von außen sieht lustig aus. Boah, voll, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass Walter weiß bei ihm tatsächlich dieses Piesacken macht. Hätte ich niemals gedacht. Aber der wird das niemals so böse machen wie bei Skinner, weil Walter weiß, mochte Skinner nicht. Wurde ja immer, dass Ariane sich von ihm trennt. Oh Gott, ich weine schon wieder so ein bisschen. Oh. Oh, Schmerz. Wir kriegen das aber hin, Leute. Wir schaffen das. Der GTA 6 Trailer wird morgen um 15 Uhr veröffentlicht. Und ihr könnt eine Live-Reaction dazu und auch sehr viele Infos und so. und sowas alles zu Theorien und sowas alles beim Heideltraut auf dem Kanal gucken. Ihr könnt das gerne klippen, damit er sieht, dass ich dafür Werbung gemacht habe. Das ist vollkommen okay. Ja, ja. Soll ich von Tanaka dies, ne? Nöchen. Okay. Hast du denn deinen Rucksack dabei? Die haben letztens geholfen, das mit so einem Kofferraum zu tragen. Okay. Ich bin wirklich spannend. Ich meine, du kennst es ja. Ich bin nicht anders. Wollt gerade sagen. Hm. Ein bisschen kenn ich die Leute. Bei 400 Dollar waren das, ne? Genau. Okay. Jede Phase meines Körpers, äh, versucht gerade zu bezahlen. Ich versuche es zu unterdrücken. Ja, jede Phase meines Körpers, äh, weinen, wenn ich aufs Konto gucke, aber es ist ja jetzt wieder dicht am Horizont. Du weißt, wenn du jedes Mal erwähnst, dass du weinst, wie dein Konto aussieht, dass du es mir nicht einfacher machst, das zuzulassen, dass du was bezahlst, oder? Alles gut. Ich weiß, dass das Geld da liegt, wo es, äh, sehr positiv angewegt ist. Und, äh, meine Kaufsucht kriege ich auch noch irgendwie in den Griff nach Trahean. Wenn du halt etwas Schönes siehst, was du halt haben möchtest, dann holst du es dir halt eben. Bestärke mich auch dann. Ja, dann hol ich es dir halt eben. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich kriege dich doch schon alleine hin. Mhm. Du weißt, dass du keine Wahl hast, ne? Natürlich habe ich ja eine Wahl. Ich kann's, äh, ich muss es ja dann nicht annehmen. Ach, ich glaube, ich könnte... Also würdest du ein Geschenk von mir nicht annehmen und... Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich glaube, bei dir wäre das richtig, richtig schlimm. Ich würde, glaube ich, heulend zusammenbrechen, wenn ich dein Gesicht dabei sehen würde. Wie enttäuscht du mich anschauen? Ja, das ist so ein Dackelblick, ein Hundeblick. Hundeblick. So ein Augenbrauen so nach oben machst du und so. Oh, wirklich, willst du das nicht annehmen? Habe ich was falsch gemacht, sagst du dann? Und dann würde ich rein zusammenbrechen und mir so viele Schuldgefühle... Also was würde ich doch niemals sagen, also wirklich. Hey, Tommi! Hallo! Oh, Hallöchen! Oh, Hallöchen! Ich weiß nicht, ob die Dame zufällig jetzt einen Rucksack dabei hat. Nee, können Sie uns helfen, die Sachen vielleicht zum Kofferraum zu tragen? Na klar, kein Problem. Ah, das war super. Denk mir da hin, so. Ich will mit anfassen. Ich will mit anfassen. Wenn du magst. Klar, klar. Klar, Kiki! Das war Kiki? Das ist Kiki, ja. Warum? Kennst du Kiki? Also, sie hat mal Aufkleber auf meinem Rollstuhl geklebt, ja. Hm. Das war nett von dir. Mhm. Was für Aufkleber? Ein Glitzeraufkleber. Das war damals das... Hier dieses Last Omega. Da war ich im Rollstuhl weg. Oh. Das war egal, wo ich eine Platin-Karte für hatte. Ach, das war... Das Last? Oh, ach so. Ja. Das war für uns beide dann scheiße. Ja. Für dich nur scheiße Dreier. Ja, 6.000 Dollar hat er euer. Meine Güte. Man, aber auch zwei Tickets. Beide wurden nicht genutzt. Hallo, wo müssen wir hin? Dann Folge... Ja, oder wir wohnen jetzt hier. Ich glaube nicht. Auch ein schlimmer. Soll ich dann Socken schenken, dass ihr wieder geht? Ja? Dürfte ich sie gleich mal sprechen? Ja. Okay. Also, kannst du auch gern du sagen. So, ja, du. Du, ich fühle mich so alt. Oh, Entschuldigung. Also, kurz außerhalb, damit er nichts mitbekommt. Okay. Ja, keine Sorge. Okay. Dann war cool dann, weißt du. Ja, guck mal, ich lege es in die Box mal. Das ist jetzt nicht der größte Kofferraum, aber das passt schon. Wie ist das? Ist auch nicht dafür ausgelegt. Das ist richtig. Brauchst ein größeres Auto, wenn du hier öfter einkaufen willst. Wunderbar, alles drin. Wenn das so einfach wäre, ne? Und sonst, was macht die E-Site? Also unter Kontrolle. Dann bezahle ich einmal schon mal bei der Dame. Ja, dann können wir hier auf die Seite gehen. Ich habe dich gebucht für den 27. Dezember. Ah! Genau, ich geb dir schon, wenn es geht. Dankeschön, danke. Genau, und zwar, das ist eine Überraschungsparty für ihn. Da feiern wir seinen Geburtstag nach mit ganz vielen Freunden. Und ich sollte dich sowieso noch mal anrufen. Ich kam nur noch nicht dazu, wegen den japanischen Liedern. Ja, genau, richtig. Ja. Also, Scarlett hatte mir ein paar gesagt, aber ich glaube, die hat das nicht so ganz verstanden. Ich bin mir nicht sicher. Also. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist es klüger, wenn die Person, die das plant, vielleicht irgendwie mir sagt, was da für Lieder gespielt werden sollen oder was so wünschenswert ist. Das Problem an der Sache ist, ich bin mich ja leider nicht so gut aus mit so japanischen Liedern. Ich lese mich da gerade so ein bisschen ein und also was ich weiß, das ist dieses Intro von Tokio Ghul mag. Und er mag ein Lied, das aber ein bisschen schwieriger ist. Es ist aus einer Serie, die haben wir auch zusammen geschaut, die heißt My Name. Und das Lied heißt auch My Name und das ist koreanisch, mit einem koreanischen Rap-Part von einer Dame auch drin. Ja. Das war sehr speziell. My Name. Genau. Mein Name, mein Name. Genau, und das Lied heißt auch My Name. Okay. Ja, ich schreibe mir das einfach mal auf. Ja. Ansonsten habe ich ihn jetzt mal gefragt, ob er mir eine Liste zukommen lässt unter dem Vorwand von Liedern, die er gerne hört, weil ich sie gerne bei Weihnachten, da sind wir in New York in seinem Loft gerne spielen würde und kennenlernen würde und sowas alles. Ich würde dir das dann per SMS zukommen lassen. Gibt es denn Lieder, die du gerne singst? Japanische oder auch nicht japanische, auch koreanische? Egal? Ich sage mal so, wenn da kein Heavy Metal drin ist, dann bin ich eigentlich alles offen. Also ich höre mir dann die Lieder gerne mal an und gucke, was da so mit dabei ist. Ich meine, ich kann viele japanische Lieder, das ist jetzt nicht das Problem. Ich kann auch ein paar koreanische Lieder. Aber ich dachte mir nicht, dass ich jetzt irgendwie mit hier schnulzigen Liedern daherkomme oder irgendwie so etwas ältere Lieder. Man weiß es ja nicht. Ja, also das mit den älteren Liedern ist halt, da gab es meine Oma, die hatte eine japanische Freundin und die hat damals so, also die hat natürlich offensichtlich solche japanische Musik gehört, aber er kannte das nicht. Das war von einer Künstlerin, die hieß Ayumi Hamasaki. Kann man die nicht kennen? Ja, das hat meine Oma wahrscheinlich auch gedacht. Ja, also wenn du da irgendein schönes Lied hast, das musst du ja nicht zwingen kennen, vielleicht etwas allgemein poppigeres, irgendwas, was gute Laune macht, so allgemein einfach ein Musikmix, irgendwas, was gute Laune macht. Dann hatte ich noch aufgeschrieben aus einem Spielfilm, Soteki Dane heißt das, von Finale Fall. Gut, ja, gut. Genau, das wäre zum Beispiel auch noch ganz schön. Ja, ich liebe dieses Lied. Okay, ja, ja, ja. Ja, ich habe mir das auch angehört. Ich finde das tatsächlich auch sehr, sehr schön. Ja, sehr kitschig, aber es ist einfach sehr schön. Es ist mega kitschig, ja. Das wäre dann so für den Abend, glaube ich, auch das einzige kitschige Lied. Das fühlt sich voll schön bei dir anhören. Okay, das finde ich sehr cool. Boah, ich freue mich voll drauf. Ich freue mich, dass du noch kommtest, wirklich. Ja, ich habe mich so geärgert, ich habe mich so gefreut, dass endlich mal jemand für nur japanische Lieder jemanden anfragt und dann war ich so, toll und ich bin nicht da. Und dann habe ich gesagt, ach, ich bin eh nicht die ganze Weihnachtszeit über bei meiner Familie, dann kann ich auch ein bisschen eher wieder zurückkommen. Oh, aber ich hoffe, das macht keine Umstände. Nein, gar nicht. Also ich liebe meine Familie, wirklich, aber ich kann mit denen nicht so lange aufeinandersetzen. Okay, aber oh, weißt du schon, was wir da machen, wie es da aussehen wird? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich singen soll. Okay, das ist der Hinterhof der Pegasus Apartments und da wird in der Mitte ein großer künstlicher Kirschblütenbaum stehen und überall auch diese asiatischen Lampions und alles wird allgemein sofort ein bisschen Heimathalt nach Hause bringen. Das hat das Ziel davon, genau. Das ist auch an dem Kirschblütenbaum, ist dann auch eine Bank, wo man sich hinsetzen kann und Rottis, der versucht da auch so ein paar Kirschblüten auf dem Boden dann noch so künstliche hinzulegen und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich freue mich allgemein, dass das Kinky auch dabei ist. Ich bin so, ach, jetzt bin ich aber auch, ne? Oh, das hört sich ja voll cool an. Jawohl, ich freue mich auch voll darauf. Und du bist dabei, da freue ich mich sowieso doch an. Doppeltum dreifach. Erinnerst du dich, das warst du, oder? Du hast mir auf dem Last Omega auf meinem Rollstuhl so Glitzersticker draufgeklebt. Oh mein Gott, ja. Ja. Ich erinnere mich. Da war ich auch viel zu schüchtern jetzt irgendwie. Ich weiß ja, ich war völlig verschüchtert, weil ich sehe dich immer auf Venture und dann kriege ich einfach von dir diese Sticker da draufgeklebt. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich erinnere mich noch daran, ja, da habe ich ganz viele Sticker draufgeklebt. Ja, ja. Das ist wichtig, ne? Sehr, sehr viele. Ich bin auf jeden Fall aufgefallen danach. Ja, perfekt. Wundervoll. Jetzt muss ich, jetzt muss ich mir aber irgendwie nochmal dein Mann oder Freund krallen, weil da hatte ich ja noch diesen Spezialauftrag, vielleicht gibt es da schon was Neues wegen seinem Lieblingsessen Karage. Meinem Mann? Freund? Wer? Mein Freund? Oder? Ach, das ist mein Chef. Hat er nicht gesagt? Oh mein Gott, das war ein... Also, ich möchte ganz kurz sagen, dass mein Freund gesagt hat, ich irgendwie ohne die Frau zu meiner Rechten irgendwie sowas. Und dann hat er gesagt, ja, so geht es mir mit der Frau zu meiner Linken. Also, Tommy, also mein, hier das ist Tommy, ne? Und Tommy ist sowas wie eine Vaterfigur für mich. Oh Gott, das ist aber ganz schön unangenehm. Genau, ich bräuchte diese Vaterfigur gleich. Das hört sich jetzt auch ganz komisch an. Ich müsste mir den mal ganz kurz schnappen. Ja, schnapp ihn dir Tiger. Also, ne, nicht so, aber... Nein, ich hab schon den Tiger. Oh Gott. Okay, dann machen wir mal ein Fliegen. Kannst du kurz fragen, ob der hier mal ganz kurz zu mir kommen kann? Na klar, na klar, Moment. Der erinnert sich wahrscheinlich gar nicht mehr dran. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht warum, aber dein Freund? Hm? Hast du irgendwas auf sich mit einem Schweinekopf in einem Briefkasten? Bitte was? Ist egal, bitte red einfach nicht drüber. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich hatte mal angefangen wegen Karage zum 27. Gibt's da schon was Neues? Wahrscheinlich kriegen wir das nicht hin bis zum 27. Okay, ja gut, dann... Man ist ja auch ein bisschen zu speziell gewesen. Ähm... Also bis zum 27. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, ja, verständlich. Ja. Aber wie gesagt, wenn, dann aber als allererstes. Okay, super. Die sind eine ganze Tasche aufs Haufen. Das ist so notiert. So, fantastisch. Gut. Dann sehen wir uns wahrscheinlich, wenn wir dann in einer Woche wieder genau das gleiche hier einkaufen. Oder wahrscheinlich sind sie in zwei Tagen schon wieder weg, weil wir sehr verfressen sind. Gelieb und sonst auch, ja. Ja, hab ich gelesen, aber ich bin tatsächlich relativ gerne hier. Ja. Ja, das kann ich natürlich verstehen. Ja. Okay. Dann huschen wir mal weiter und ich wünsche noch angenehme Geschäfte und Kiki, ich freue mich dann. Nein. Ich freue mich auch. Okay. Bis dann. 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 Der Showtluftkasten bitte. Jawohl Sir, so verstanden Sir. Ach so ich dachte das sollten wir jetzt machen. Nee. Oh. Streich den, streich den, ruf den, ja sag wir brauchen den doch nicht. Okay doch, Gert Schweinekopf. Oh Mann. Sie sollen ich fragen, das soll ich schweigen? Ach, wir haben uns so gerade im Unterhalten über Weihnachten. Und so. Und äh, hat er erzählt, dass wir in Osaka sind, über Weihnachten. Über... 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 in NewWhy. Und wegen Geburtstag. Und er meinte halt so, ach du hast Geburtstag am Dezember, dann schenke ich dir was, wie wärs mit dem Schweinekopf. Ich mein, man könnte es ja darauf ankommen lassen. Ich frag mich, wie er den in den Briefkasten kriegen soll. Wargab wirds auch gezählt. Er hat mir auch gesagt, wie soll ich dir erklären, dass ich aus unserer Wohnung ein Schlachthaus mache. Bitte mach das nicht. Du musst ja passen. Bitte mach das nicht. Dann haben wir uns so unterhalten, dass man dem Schweinekopf gerne Träne tätowieren kann. Aber dann hat er es interpretiert, dass ich mir eine Träne tätowiere. Oh Gott. Ich weiß ja, dass die Tattoos für dich eher ein schwierigeres Thema sind, aber hast du irgendwann vor, noch irgendwas zu machen? Ich bin momentan am überlegen. Prinzipiell, wenn man es genau nimmt, würde noch im Brustbereich bei mir was kommen. Hm. Okay. Und damals hat meine Tätowiererin zu mir gesagt, dass sie versucht, beim Zoll ein Schema durchzubekommen, was mit dem Kirschblütenbomben zu tun hat. Ich weiß aber nicht, ob sie es geschafft hat. Oh mein Gott. Ja. 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 Da war ich eigentlich ziemlich gerne. Ich habe da einfach nur so abgehangen. Kanntest du die Leute da? Ja, ich kannte Maeve, die CEO am Ende. Okay, ich kannte da auch jemanden, ich glaube, er war Cozy, aber das ist, glaube ich, lange vor deiner Zeit auf der Insel gewesen. Das kann unmöglich sein. Ich meine, ich habe in diesem Laden fast 15.000 Dollar gelassen. Oh, meine Güte. Ja. Dann tragen wir es erst einmal hoch. Mhm. Warum fragst du? Ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, ob ich was anfrage, aber das ist ja allgemein immer sehr schwierig. Was möchtest du anfragen? Bitte? Was möchtest du anfragen? Ich hätte was für mich angewahrt, halt lustigerweise über den linken Schulterblatt bisschen über die Schulter auf einen Ast kehrspüten. Das würde ich sogar machen. Das ist sehr süß. Ich finde das halt auch ganz toll. Ich bin kein Fan von so starken Tattoos. Ich bin eher so die minimalistische, aber das wäre eigentlich okay. Also magst du meinen Tattoos? Für mich, ich liebe Tattoos allgemein sehr. Aber bei mir ist halt ich möchte immer ganz feine Linien haben. Gut, Kühlschrank wieder voll. Ich muss nur noch die Tage irgendwie Wasser holen gehen. Ich kann auch Wasser holen gehen. Wir können auch auf der Rückfahrt Wasser holen gehen, wenn du möchtest. Ich kann aber auch Wasser holen gehen. Wir können ja gemeinsam Wasser holen gehen. Wir können gemeinsam Wasser holen gehen. Was ist denn Wasser? Dann gehen wir mit uns schwimmen. Ich würde gerne noch mal mit dir schwimmen gehen, aber vielleicht, wenn es nicht so kalt ist. Der Pool ist verheizt. Ist das so? Klar. Wir teilen so viel Miete hier. Ich gehe mal davon aus, dass der Pool verheizt ist. Dann muss ich mir mal irgendwie einen Bademantel kaufen oder sowas. Dann setzen wir uns irgendwann in den Pool. Irgendwann. Sehr gespannt, ob es irgendwann sein wird. Ich hole kurz das Kreis. Ja. Macht das. Kühlschrank voll. Irgendwie ist der nicht voll. Irgendwie denke ich schon wieder, das ist alles viel zu wenig. So. Wir haben Harald gesehen. Ich kriege einfach direkt wieder Panik. Ariane ist halt mega, aber glaube ich, die kriegt noch mal anders Panik, weil die kriegt wirklich Panik. Da geht man mir, oh nein, Harald, dieses böse Ohm einfach, ne? Also Ariane, mega, aber glaube ich, deswegen hat sie halt gerade gesagt, oh Harald, und ist schnell gegangen. Ja, die? Du machst mich total glücklich. Macht doch gar nichts. Ich bin doch nur da. Ich bin dann überfallen. Oh, das war ja. Schön. Wie? Nö. Also, ob ich dich ernst nehmen könnte, als Räuber. Boah, da möchte ich da raus, Gott, hier. Alles gut? Ja, warum? Bist du schon bereit, für dein Date mit Poli am Freitag? Ja, ich weiß halt noch nicht hundertprozentig, ob ich da Zeit habe. Das ist halt eigentlich das Problem. Mmh, okay. Wir haben die Tage an Termin. Ari, ist das okay, weil ich das kurz mache? Ja, natürlich. Ich muss eh noch mitzuhalten. Also, du kannst hier stehen bleiben, ist das gut. Ja, aber ich muss eh noch telefonieren. Äh, wir haben die Tage. Ja, Millennial? Hallo. Hallöchen. Äh, ist Barbara schon wieder nach Hause gekommen? Ja, die hat sich hingelöst, hm? Hm, ihr müsst eure Treppen da mal ein bisschen, äh, fixen. Meinst du, weil sie da auf die Fresse geflogen ist? Ah. Und wenig geflogen ist, meine Güte. Ach so, ja, okay. Dann, dann weiß ich Bescheid. Ich habe kurzzeitig gedacht, dass irgendwas anderes passiert, ja? Was denn? Ja, dass sie wieder von irgendjemandem abgeholt wurde, oder sowas. Ach, ne, die ist wieder auf die Fresse geflogen. Hier ist sogar noch ein bisschen Blut, tatsächlich. Ach du Scheiße. Okay, ja, wir kommen jetzt gleich vorbei. Ich habe mein Kleid, mit bei für den Entschuldigung, für den Snowball. Und, äh, ich würde da gerne in den Katalog gucken. Wahrscheinlich, kann nicht sein, dass ich vielleicht eventuell mit die Haare dann schon so bei dir machen. Das ist natürlich bezahlt. Ähm. Wieso bezahlt? Ja, weil ich dann Kundin bin. Ich bin ja da nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der ehemalige Mitarbeiterrabatt noch gilt. Adkins meldet sich ja einfach nicht bei mir. Warum ich nicht voll, ne? Bitte? Ja, warum ich mal nicht voll mitbezahlen, okay? Oh mein Gott, ist das wieder so ein Ding? Mhm. Oh. Oh Max, ich muss dir was sagen. Mhm. Jost, das sieht heute so unfassbar gut aus. Ihr habt so tolle Klamotten, aber ihr seht einfach so... Ich bin sicher. Ja. Gut. Aber Jana hat jetzt nicht mehr nach. So. Ich könnte Kowalski schreiben, aber... Oh nein, es gibt Hörgeschichten. Oh mein Gott, wie cool, Ariane. Nein, cool. Hä? Äh. Ah, jetzt. Ich wache nicht mehr. Sieht doch cool aus. Oh, ich freu mich so. Freitag dann, Leute, ne? Freitag ist es soweit. Wir haben irgendwie ein RP-Event nach dem anderen, habe ich das Gefühl. Oder haben wir das einfach, als sie mit Kindern zusammen waren, nie mitgenommen? Kann natürlich auch sein, ne? Ich hatte das Gefühl, wir machen irgendwie... Unternehmen hat viel, viel mehr. Aber ich habe ja auch damals gesagt, dass ich irgendwann einfach gar keinen Bock mehr hatte und gesagt habe, das ist so einseitig, die macht jetzt nichts mehr für den. Und da habe ich es halt bis zum Ende durchgezogen, so. Weil, wieso soll man ihm was schenken? Wieso soll man das machen? Es hat auch keinen Spaß irgendwie gemacht. Es war... Wenn wir mit denen irgendwo waren, ging es halt eher immer um sich und bla und sowas alles, ne? Und dann haben wir eben von aufgehört. Aber hier macht es halt wirklich richtig Spaß irgendwie, weil das so ein gegenseitiges Ding ist. Boah, Kiki, so cool, ne? Dass sie sich freut, dass sie japanisch singen kann, habe ich gerade richtig happy gemacht. So, oh, geil. Weil ich dachte eher, das wäre so, oh nein, japanisch. Aber sehr cool. Ich dachte so, oh, die Arme. Ich werde ihr das gar nicht zutrauen jetzt. Aber sehr geil. Oh, es wird sehr cool. Kiki ist super. Wirklich. Ich glaube, Arianna ist deines Fangirl ausgespielt. Beim Rap am Bennys hast du mir noch das Mic gepasst und meintest, hier, Vincent, du kannst damit eh viel besser umgehen. Und jetzt hast du wieder eine große Fresse auf Venture, man will dich wieder an den richtigen Rappern hochziehen. Aber das nächste Mal, wenn du mich triffst, rennst du wieder weg, Mann. Ey, ich brauch keine Antwort von dir, denn es ist längst geklärt. Ey, ich hab die 5K und du hast auf die Fresse bekommen. Du solltest einsehen, neben dem rappenden Dawn bist du in dem Business nichts wert. Du bist nur ein Koksucker, du hast dein Default-Comeback und du wirst jetzt auf einem Track mit deinem Migo zerfetzt. Weißt du eigentlich, dass dich deine Frau täuscht? Dieses Latt reitet einen Cowboy so wie deine Ex. Alles wiederholt sich, dein Fli- Sag mal. Was ist denn jetzt los? Hä? Flow is so wack. Alles wiederholt sich, ich hol dich aus der Wohnung raus, wisch mit dir den Boden auf, du hau es geslappt und ich feier, wenn du tot bist. Bevor ich dich erwähnte, warst du völlig unbekannt. Du willst alles ficken, doch wir sind hier nicht im Wunderland. Ich nehme dir jetzt alles, was du wolltest und du bleibst eine Jungfrau wie der Mann von Charlie Wallace. Gerda, ich hab bis gerade eben nicht gewusst, wer dieser Eddinem ist, warum den Paner mich disst, den Dorito, den Puta, sagt sie, hat irgendwo eine Deal bei einer Lelbe gekriegt, nur durch den mich. Ich glaub, den Eddinem hat den Gefühl, dass es genauso kommt, wusste eine Madre nicht, dass man schwanger, den ich saufen soll, deine Albtraum, dass du bei mir in dem Song vorkommst. Aber stimmt halt, ich hab das auch mitbekommen, aber nur mitbekommen, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob es wirklich so ist. Dass Skinner mit Charlie wohl am Anbandeln ist und Charlie ist ja tatsächlich legit mit Eddie verheiratet, das heißt, er spannt schon wieder also Eddie die Frau aus, was so ein Arschloch-Move ist und das tut mir so leid für Eddie. Es tut mir so leid einfach, es wiederholt sich halt wirklich, ey. Boah. Eddie müsste eigentlich wirklich Todesantrag stellen, ohne Scheiß. in den Grund geht es sonst, dass du so in Stott-Tott-Tott-Tott ankommst. Wenn du meinen Namen sagst, da steckt Angstding drin, wie den Kopppass in Kajas Arsch. Dieser Tupter ist nicht cool, du warst Loser in der School. Eddie sieht aus wie den behinderten Bruder von Einfach Kaja noch mitgedisst. Aber komisch, dass Charlie die gleiche... Ja, es ist... Ja, weiß ich nicht. Charlie ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Die gleichen Männer, der ist irgendwie... Auch am Anfang, Charlie war so ein bisschen wie Ariana am Anfang und jetzt irgendwie so. Aber ich glaube, so wie sie jetzt ist, ist sie dann doch sehr... hebt sich doch sehr von Ariana auch ab. Es gibt ja viele Charaktere, die so anfangen, eher so als Dully-Charakter und dann sich so finden, das haben wir ja genauso gemacht, nur das war ja jetzt nicht so wirklich geplant. Aber ja, mir tut Eddie einfach extrem leid. Weiß nicht, sie hatte uns ja eigentlich sogar gesagt, dass sie da kein Interesse hat, aber Ariana würde natürlich sagen, go for it. Und sie würde ja auch sagen tatsächlich, dass sie Charlie halt eigentlich für sehr klug hält und auch sehr selbstbewusst und stark, weil das ist sie nun mal... Also sie wirkt wirklich so, muss ich sagen. Auch OOC wirkt sie extrem... Wirkt der Charakter wirklich sehr, sehr stark. Und es würde mich sehr wundern, also es hat mich am Anfang gewundert, weil sie nicht dieses hilflose Mädchen ist, irgendwie. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das mit den beiden so ist, tatsächlich. Ich würde es auch gar nicht wissen. Aber es könnte zu coolen RP-Situationen tatsächlich führen, muss ich sagen. Sie wollte ja Ariane noch anrufen. Weiß nicht, ob sie da vielleicht sich nochmal ein Okay oder so holen würde. Ariane wird dann auch sagen, mir ist das völlig egal, aber ja, du hast es eigentlich besser verdient. Es gibt keine Chance für dich, deine Texte sind zu wack, was hier so stinkt, ah, Mierda, Eddie nimm's Eier, du bist der Nächste, der mich in der SMS feiert. Gewinnen ist meine Passion, ah, Eddie ist für mich schon tot, ah, Eddie denkt, er könne mich zerficken, aber ich glaube, das liegt am Vox, ah, dem Werteball bin, ich zeig, du bist den Reden nicht wert, es ist schon gut, den Eddie halt den Fressen und fertig. Ah, Mierda, immer diesen Tupen, die sich an die Enemie holen, sie wollen, aber immer denselben, am Ende kriegen die nur auf den Fressen. Pendejo. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich frage mich, ob es jetzt wirklich so ein, weil Eddie, also der hat ja die krasseste Möglichkeit ever, jetzt so einen wirklichen, wirklichen Angepissten auf Drogen abgestürzten Eddie zu spielen, also, ich wünschte mir bei ihm, weil ich habe, ich habe ja diesen anderen Charakter von ihm erlebt, der kann das ja wirklich, der kann so ernstes RP und Eddie hätte jetzt halt so eine krasse Möglichkeit, einfach komplett durchzudrehen, ne, und, ich glaube, Eddie kennt auch viele Gangleute und bla bla und sowas alles, weil, guck mal, dem wurde das einfach schon wieder angetan. Ich weiß auch gar nicht, ob er das weiß, ne, EC. Ja, tut mir leid. Ariane war schon so scheiße. Ja. Aber die waren ja auch nicht zusammen. Ja, das ist jetzt passiert. Ja. Gut, dann hätten wir das. Oh nein, das Wochen-Hoboskop, Leute, es geht los. Sie werden in dieser Woche mit Konfrontationen auseinandersetzen müssen, deutsch, das war mein Fehler, mit denen Sie unter Umständen, die Sie unter anderem Umständen lieber aus dem Weg gegangen wären. Die Konflikte werden Sie eventuell nicht so schnell lösen können, deshalb müssen Sie einen langen Atem und viel Geduld beweisen, bis Sie Ihre persönlichen Frieden wiederhergestellt haben. Hinterfragen Sie Ihre Work-Life-Balance und finden Sie neue Wege, erschöpfte Energie aufzutanken. Verdrängen Sie nicht die Vergangenheit, sondern vergegenwärtigen sich die Lektion des Lebens. Okay. Ja, das passt zu dem, was jetzt vorher irgendwie schon war. Verpassen Sie nicht den richtigen Augenblick für das, was Sie sich vornehmen. Planen Sie auch die kleinen Dinge gut voraus, um weder zu früh noch zu spät dran zu sein. Auch Ihre Liebsten haben Ihre eigenen Hürden, bei denen Sie manchmal nur dadurch helfen können, dass Sie nicht für noch mehr Ärgersorgen. Vertrauen Sie dabei ganz auf Ihre eigene Stärke und lassen Sie sich nicht von einem Versprechen erweichen, was schon einmal gebrochen wurde. Oh mein Gott. Ariane geht wirklich nicht weg. Bleiben Sie stark, was Sie erwählt sind zu tun, in dem, was Sie erwählt sind zu tun. Okay. Nee, eigentlich diesmal ist es nicht so ein Metaspruch. Diesmal passt es nicht so gut, finde ich. Sie brauchen halt nur noch eine andere Marke. Von was ist Herkoskela-Assistency? Gut, unsere Ideen waren es nicht so gut. Wir lassen uns was anderes einfallen. Ich bin mir sehr sicher, du kommst da gut raus. Denn er will nicht noch irgendein Hinterhalt in der Dienste oder irgendein Ast in Erne. Alles okay? Ja, warum? Es wirkte fast, als würdest du irgendwie flüchten wollen. Nee, nee, nee. Weil es so eine Ecke standes. So nein, ich bin nur ein Stück gelaufen. Okay. Hättest du auch wieder dazustehen können, ne? So, Max fragt... Ah, nee, ich fühle mich da mal ein bisschen fehl am Platz. Max fragt gerade, ob wir aus dem Norden kommen. Fehl am Platz? Weiß nicht. Ich habe jetzt noch nicht wirklich so den Draht so herkotiert. Ja. Ja. Ja, aber es ist ja nichts, was man das richtig entwickeln kann bei sowas, ne? Ich meine, die beiden sind ja auch ein paar. Bitte? Die beiden sind ja auch ein paar. Ja, gut. Wo müssen wir eigentlich hin? Äh, zu Max am Rundenparkhaus. Achso, ich wäre jetzt nämlich nach Palito Bay gefahren. Nein. Max hat mir gerade gefragt, ob wir aus dem Norden kommen oder was? Weil Max schon die ganze Zeit wartet. Nö, okay. Was ist los? Nix. Nein, nein, alles gut. Was falsch ist gesagt? Nein, hast du nicht. Ich möchte nicht, dass du dich weder am Platz fühlst. Ne? Das ist ein Problem für dich? Nein, du sollst dich zwinklern so, als würdest du dich irgendwie unwohl fühlen dann. Manchmal habe ich das. Dann denke ich mir, ach, das ist jetzt etwas, wo ich wahrscheinlich nur zuhören würde, aber jetzt nicht so beitragen kann. Und manchmal habe ich so Tage, da würde ich dabei stehen bleiben. Also ist wirklich alles okay. Ich habe ein paar SMS geschrieben. Ja, das ist so komisch, wenn du dann so an der Seite stehst. Und so, was ich meine. Und du meinst komisch, den anderen gegenüber? Ne, so ausgegrenzt, dann weiß ich nicht. Nein, ich, du hast gemacht, dir da keine Gedanken. Ich bin einfach so. Mach mir immer Gedanken. Nein. Ich bin einfach so. Dann musst du dir wirklich keine Gedanken machen. Ich habe manchmal meine Introvertierten. Ja, das verstehe ich. Okay. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Du bist ein sehr extrovertierter Mensch. Ist das so? Ja, schon. So, jetzt bin ich beigespannt. Ja, diesmal laufen wir nicht. 100 Millionen Meter. Ja. Ich feil dich gleich an. Warum? Und dann... Was hab ich getan? Du weißt nicht, es ist irgendwie heute alles. Wird jeden Tag schlimmer. Ob eben beim Platz ist. Ja, das hast du gar nicht zu. Das kannst du gar nicht verhindern. Oh. Ich wollte gerade, ähm... Ja, das war dann eigentlich schon so. Meine Güte, ja. Ja. So, dann knie ich mal an. Hm? 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 Oh, schöner Baum. Hallo hier. Hallöchi. Oh, du hast dir das Geweih gekauft? Ja. Ja. Hast du nicht das Leuchte rein? Nee, nee, hab ich nicht. Wie kommst du drauf? Achso, ich dachte, die hätten das vielleicht da auch. Ich hab das noch von Misquerade damals. Nee, leider nicht. Ich hätte denn eins. Ja, du Männer, echt. Ja, und die Leuchte-Pullover. So. Ja, gut, dann find ich hässlich. Gut. Ich werd mir mal ganz kurz oben das Kleid anziehen, ja? Okay. Okay. Ist gefährlich mit den Treppen hier, ne? Ähm. Das sollte ich nicht da gemanzen. Für deine Unterstützung, das bedeutet mir wirklich viel. Das ist gut, dass mir das geschieht, ich bin platt. Ich hoffe, dass ich da heute... Ja, sonst, das ist aber auch nicht einfach richtiger Kiespalt. Du konntest halt auch nur so handeln. Mach dir da keine großen Sorgen. Ach, hier wollen wir einen Kranz haben. Einen Kranz? Ja. Ich wollte noch einen besorgen, ich kann noch nicht dazu. Wurde gerade ein Kranz angeboten. Nee, warum? Hast du welche doppelt? Nee, aber ich find die irgendwie nicht so schön. Echt? Sie sehen eigentlich ganz gut aus. Sie sind ein bisschen grau-grün, aber, äh, ist halt so ein bisschen musig, ne? Willst du der... für den Kleid eine neue Frisur haben? Ja, für Sonntag dann. Du bist wahrscheinlich Mittwoch, äh... Du meinst für Freitag. Uh! Ja, ich möchte eine neue... Ich mach dir am besten heute schon. Ja, weil Sonntag... Äh, hier zeig ich auch schon Sonntag. Meine Güte. Weil Freitag geh ich nicht, mich auch auf den Fall. Da kann ich dir keine Ahnung machen. Ah, okay, ja gut. Dann, äh, ich stell mich mal ins Boden. Ist das so? Ja, so ist es. Wie ist es? Ich freu mich so. Mit Ivan dann? So ist es. Wie heißt er eigentlich mit Nachname? Äh, Montero. Ach, Mensch. Ja, der arbeitet doch auch beim PD. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, wo er arbeitet. Okay. Alles gut. Okay, setz dich. Ähm. Okay, ich setze mich mal. Oh. Äh. Ich, ähm... Sieh mal meine Schuhe aus. Wunderbar. Ähm, weißt du was? Ich glaub, ich darf einfach mal stehen. Okay? Wir können sie an den Kanton-O-Kern. Hast du denn schon eine Idee? Hast du dir Gedanken gemacht? Ja, ich hab überlegt, entweder mach ich die, lass ich die wieder öffnen. Du kannst die Katalog mal komplett durchgehen. Ich hab überlegt hochgesteckt. So wie ganz damals. Einen hohen Zopf. Aber nicht diesen lang. Oder, äh, einfach offen. Aber, ähm... Ich lass da heute, ich wusste ja ein bisschen mitentscheiden, weil ich bin extrem unstössig. Sollte ich dann einfach Bescheid geben, wenn... Aber nur die schönen Frisuren, nicht diese Scheiß-Frisuren. Du kannst direkt weiterblättern. Okay, gib mir mal eine Sekunde kurz, okay? Nee, die Frisuren ist schon wirklich nicht schön. Ja, da ist sie wieder. Es sieht halt trotzdem so fake aus. Sonst würde ich ja sagen... Und nicht die Britney Spears-Risur, das sag ich dir jetzt schon. Ich weiß ganz genau, dass du wieder irgendwas da sagen wirst. Also, Ariane, entweder du sagst mir, ich schaue durch den ganzen Katalog und du sagst mir was Spezifisches. Mach weiter, mach weiter. Okay. Nee, da kommt meine Nase zu sehr zur Geltung. Nein. Nein. Juste, sag, wenn dir irgendwas gefällt, ne? Alles gut. Ich schaue erstmal. Mhm. Aber du kannst auch sagen, weil dann kann Max sich da schon mal Notizen machen. Mhm. Mhm. Das wirkt immer so unäufig. Ich schau nicht so mal hin. Ich hätte da drei Frisuren im Sinn. Mhm. Ja, die ist doch ganz... Nein, Spaß. Ja, ja. Willst du die ja? Ja, da schau mal, da ist der Holzzopf. Den... Also, einfach nur schon mal aufschreiben. Okay. Die hören nicht auf zu reden. Der Trick klappt nicht. Noob. 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 Irgendwann mache ich die mal wieder. Einfach für eine kurze Zeit. Aber noob. Ja. Ähm. Wie sieht das denn so farblich aus bei der hier? Ja, ähm. Also, die findest du gut, sagst du? Weiß ich nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Joske, was sagst du dazu, wenn ich so hochgesteckt bin? Hm. Schau mal, wie es farblich ist. Ich werde erst am Ende was sagen. Ja. Ich schreibe sie mir mal dann mit auf und dann schauen wir nochmal durch die Farbe, okay? Okay. Okay. Das ist eigentlich auch ganz schön, aber nee. Noob. Und doppel noob. Und dreifach noob. Nee. Noob. Hier. Nein. Das ist jetzt nicht auch ein Nein. Das war ein Nein. Ähm. Nee. Ja, schau. Oh mein Gott. Die wird aber zu sehr vom Kleid, glaube ich, wegnehmen. War das eigentlich? Die nur aufschreien. Ja. Nee. Um Gottes willen, nein. Nein. Munder mich, Munder mich. Nein, die... Also, irgendwann, irgendwann einmal für den Tag, aber... Oder? Nee, auch nicht. Hä? Doch. Vielleicht? Ich weiß nicht. Nee, irgendwie auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Das ist zu viel Pony, glaube ich. Wir müssen auf jeden Fall die Haare dann doch ein bisschen schneiden, wenn du so ein Pony haben willst, ne? Äh, nee, dann weiß ich nicht. Äh, nee. Okay. Äh, nee. Äh, nee. Äh, nee. Oh, das ist meine Frisur. Oh, das ist meine Frisur. Tja, ich erinnere mich noch. Ich mein, irgendwie, weiß ich nicht. Da muss ich an eine Kollegin von uns denken, ich weiß nicht. Irgendwie, nein. Glaube ich. Weiß nicht. Hm? Hm? Also ja. Also nein. Nein. Oder? Josuke, was sagst du? Eher nicht so. Eher nicht so. Okay. Hey. Hm, nope. Nee. Ihr braucht neue Katalorie, ist schon wieder so weit. Nein. Hm? Mach nochmal zurück. Wie? Äh, nee, doch nicht. Nein. 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 Nein, nein, nein. Okay. Jetzt kommt der alte Katalog wieder. Gut. Warte, die alten Seiten her. Also ich hab mir tatsächlich auch nur drei aufgeschrieben, warte. Die hier. Mhm. Die hier. Ja. Und die hier. Nee, die drei fällt eigentlich schon raus, weil im Prinzip sieht man da nicht, ähm, ein Schmuck. Okay, dann fährt die raus. Gut. Und dann... Du wolltest ja eine Kette dazu tragen. Mhm. Und ich... Ja. Alles gut. Ich weiß nicht, wie es farblich aussieht, aber ich muss sagen, die erste Frisur gefällt mir am besten. Ja, tatsächlich wär das auch. Also dieser hohe Zopf, oder? Mhm. Max Atkins hat mich immer noch nicht zurückgerufen. Ähm. Hast du ihm mal eine SMS geschrieben? Nee, gerade kurz im Afrodonist ist er vorbeigelaufen und, äh, war nicht so wirklich gut gelaunt. Ich glaube, der hat im Moment sehr viel Stress. Was ist die Person, die so laut telefoniert hat? Ja, mit dem Sexismus irgendwas da, ja, das war. Oh. Hm. Ich sag, es wird die erste. Ja, dann... Ich glaub noch nicht auch, weil, weil der... Das ist wirklich sehr schwierig. Ja, dann machen wir einfach die erste. Ja. Wenn du mit der Person siehst du sehr hübsch aus. Es passt zu dir auf einer gewissen Art und Weise. Und man sieht auch deinen Schwuck dadurch. Das Kleid fällt auf. Aber trotzdem, die sind komplett parkiert sehr schön. Sehr gut aus. Okay, ich meine, ich kann natürlich auch die zwei Zöpfe lassen, aber, ähm... Sie passt irgendwie auch nicht zum Kleid, ne? Ich finde, das passt schon am besten. Okay, gut. Dann, dann machen wir das so. Dann, ähm... Soll ich dir die jetzt schon hochbinden? Ja, ähm... Kannst du nochmal wegen dem Übergang schauen? Der ist eigentlich ganz okay. Ähm... Ich... hab nur das, ähm... Ja, einfach nur nochmal wegen dem Übergang schauen. Aber du willst die jetzt heute schon so hochgebunden haben? Ja, ja. Ja. Ich glaube, es wäre auch weniger schlässig für dich und auch für Max, denke ich mal. Genau. Okay, dann lass den Übergang so wie er ist. Das, ähm... Natürlich. Also, einfach nur hochbinden. Genau. Okay. Dann, setz dich kurz. Sicher? Ach... Sicher? Gut, dann setz dich kurz. Ja, einfach hin. Alles gut. Ja, ich nehme den Kleid immer ein bisschen schwierig. Es ist sehr, sehr eng. Soll ich dir helfen? Nein, das geht schon nicht. Kannst du dich auch erst mal wieder umziehen, wenn du magst. Weißt du was? Vielleicht mache ich das einfach mal. Das ist eine gute Idee. Okay. Alles gut. Gibt's was mit Ivan? Max einfach. Sieht schon sehr cool aus, ne? Die Frisur in Ariane ist so ungewohnt schon wieder, ne? Wirklich. Oh! Oh mein Gott, Barbaras! Barbaras tut doch, Mann, einfach! Mann, jetzt haben sie gar keine Ziele hier im RP, Mann, ich meine. Ah! Oh mein Gott. Ja, okay, das geht natürlich nicht mehr jetzt. Okay, das sieht ganz gut aus, irgendwie, ne? Wirst du? Wenn du so trägst. Eigentum von Gordo? Hä? Oh! Ach, Mann. Ach, Max. Arbeits-Overall-Rot? Okay. Ah! Cool. Ja, diese Wachs hier in der Frisur, die stört mich da ein bisschen. Okay. Dann bin ich dir erstmal den Zöpf auf und dann musst du doch nochmal kurz aufstehen und ich, äh... Ja? Ja? Ich, äh, auf den Tisch sitzen oder auf den Boden knien, dass ich dir die Haare hochfinden kann. Ach so, ja. Kann ich verstehen. What'schett? Ah, okay. Alles gut. Alles gut. Ist alles gut, ist alles gut. Dankeschön fürs Bescheid sagen. Hm. Nun, was hast du denn heute so gemacht, nix? Gar nichts. Ich bin eigentlich... Ne, gar nichts eigentlich. Ich hab einfach irgendwie im Bett gelegen. Ich hab Social Media so ein bisschen durchgeschaut, na? Hast du... Wann hast du die Kartenquote für den Snowball? Länger? Eine Woche? Eine Woche? Äh? Eine Woche gab's die schon? Ja, Vorverkauf halt so. Ach so, ja, das war der, der ich nicht mitbekommen hatte. Bin ich noch zum Stadtpark, aber da war schon wieder alles weg. Okay. Setz dich kurz. Entweder, wie gesagt, irgendwo hin, wo ich halt hinten gut drankomme. Okay. Ich mein, ich kann auch stehen bleiben. Das ist doch einfacher, oder? Okay, du bleib stehen und lass meine Arme abfallen. Ja, ich kann mich natürlich auch hinsetzen, wenn du möchtest. Ja, danke. Warum wolltest du eigentlich wegen dem Übergang grad nicht schauen? Äh... Nur so... Ich, ähm... Weißt du, wenn man mir... Ach... Ich setz mich mal auf den Tisch. Ja. Du sagst es nicht wegen einem von uns jetzt grad, oder? Hä? Wie? Wie meinst du das? Weil du jetzt wegen dem Übergang... Also du wolltest ja grad erst schauen und dann plötzlich nicht mehr. Ja. Ich wollte wegen dem Übergang schauen, weil bei solchen Frisuren, wenn man die Haare hochfindet und man hat nicht genügend Deckhaar, dann ist es manchmal so, als hätte man an manchen Stellen ein bisschen lichtes Haar. Obwohl es gar nicht so ist. Das ist, wenn man dann so ein bisschen hellere Haare drunter hat. Dann sieht es so ein bisschen so aus. Genau. Genau deswegen. Okay. Warum fragst du? Ein... einfach nur so, weil ich mich gewundert hatte, dass du so plötzlich gesagt hast, äh... Ah, doch nicht. Ja, Max macht das schon richtig. Leg mir die Haare so, dass ich da jetzt nicht rechts und links irgendwelchen... irgendwelche lichten Haare hab. So hab ich das jetzt auch nicht gemeint, ne? Nur fürs Protokoll. Also meinte ich das jetzt auch gar nicht. Ich hab ehrlich gesagt gar nichts. Alles gut. Ich hab da oben geguckt, also Rasputin Hefner ist in der Urne, ist Barbaras Mann. Schau doch nicht einfach durch jede Schränke. Okay. Moment mal, Barbara schaut andauernd in meine Schränke rein. War sie schon mal überhaupt in der Wohnung unter euch? War sie, ja. Und da hat sie durch deine Schränke geschaut? Ich hab sie erwischt, wie sie im Kühlschrank stand, einen Rahmen gegessen hat und es dann vehement bestritten hat. Ja, gut, das ist halt der Kühlschrank, aber ja, okay. Gut zu wissen. Ich glaube, sie hatte Hunger und wollte es nicht zugeben. Als sie das zweite Mal da war, hab ich alle Schränke abgeschlossen vorher. Ähm, sag mal. Ja? Was denn? Hab die einen Wasserkocher? Bestimmt, oder? Warum fragst du? Ich hoffe, die hat... Also, das waren bestimmt so 5-Minuten-Dramen, oder? Hast du die wie Chips gegessen? Achso, nein, die hat ich halt gegessen. Achso, okay, die waren schon so fertig. Ja, Nudeln sind separat verpackt von der Brühe. Achso, okay. Schon gegnerhaft, wenn du nicht darüber nachdenkst. Oder denkst du, sie hat die Nudeln umgekackt gegessen? Oh Gott. Ja, schön. Warte, ich will dir noch die Stähnchen kurz vorne raus. Ne, super, dankeschön. Wie wusste, du bist so ruhig? Ich höre zu. Ich höre zu. Alles gut. Eine sehr interessante Konversation, die wir hier haben. Ich höre zu. Ich höre zu. Ich höre zu. Ich höre zu. Okay, wir sind eh fertig. Oh, super, dankeschön. Also, wirklich so okay mit der Frisur? ja ich finde sie passt sehr gut passt auch jetzt gerade so gut zu den ort wird ok dann werde ich mich damit jetzt auch sicherlich noch viel viel wohner fühlen fühlst sich etwa unwohl hat immer so ungewohnt ich denke dann immer die sachen stehen mir nicht okay verstehe ich mich so siehst du ihn an zum ball soll ich das jetzt schon anziehen ganz gerne zeigen natürlich okay mach das ich glaube wirklich diese treppe ist eine todesfalle ich verstehe nicht wieso man solche treppen baut oder kein geländer dran macht und das ist sehr gefährlich ich habe so eine wohnung wollte du vornehmen bei vermieten oder verkaufen und ist ja nicht ganz schön ja aber nicht die pegasus appartement die wohnung hat keinen hinterhof das ist richtig und parkhaus ein großes parkhaus ja egal wie doof der tag war am ende da ist immer schön oh mein oh mein gott mix du bist ein richtiges minstörtchen ja ich habe das natürlich extra dafür gekauft macht man gar nichts habe leider keine anzüge ich hasse anzüge ja deswegen wollte ich dich auch mal in einen sinnvoll steht dir sehr sehr gut kannst du mal das sakko aufmachen ja mein sie wusste auch oder zu tatsächlich zu ich habe schon vor einem spiel geschaut und sieht das so aus als hätte ich voll den aufgeblähten bauch nicht deswegen aber das wirkt ein bisschen dezenter noch mal er steht ihr sehr gut was zieht immer an ich habe keine ahnung also wird er dich überraschen oder ist er noch unentstanden ich denke überraschen ich finde ich wiederum nicht los im anzug raus ok anzüge so schlimm ok was denn nix alles gut du verstehst du ich guck mich du merkst warum sollte ich nicht nö ich bin das immer ganz schön aber verlieb dich nicht es ist in meinen augen gibt es noch für eine person ich bin es einfach wirklich fashionista ich kann mich in fünf sekunden umziehen das ist mein magischer trick ist der so ich will mir von dir noch mal die karten legen lassen hier dran sollen wir das jetzt machen ich wüsste jetzt überhaupt gar nicht was genau kannst du gerne machen auch kurz auf toilette gehen möchtest ich muss nämlich auf toilette ok ok wo ist die denn hinter dir hier nimm das hier mit ah ähm gut hier nimm das hier mit äh ja so ok ok ich brauch mal ne kerze im moment warum ist doch immer so ein bug in den haaren haben die anderen das auch sehen die das auch die sind total buggy irgendwie äh 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 fahrrad sieht süß aus ist das so juhu also ich nicht alles gut liebe die beiden auch da unten guck mal die blumen die haben die schon echt schön gemacht hier ich würd mir alles gut oh meine Güte das ist ja richtig professionell jetzt wie ist es okay warte mhm ja du willst was ich würd mir gerne die karten einfach meine allgemeine zukunft denken lassen auch wenn ich sowas nie wissen will aber irgendwie wär ich interessiert okay also einfach nur allgemeine zukunft sagst du ja so beruflich und privat und jetzt soll ich die ganze zeit daran denken oder ja gleich ich packe gerade eben noch meine karten aus im moment okay Herr Narsen ich liebe alles am IP okay dann sollen wir noch auf Joost warten hab nur wieder Angst dass es halt ein bisschen zu viel wird ne genau gerne auf ihn warten alles gut Arjane alles gut das sieht so unfassbar gut aus oder ich meinte eigentlich wegen deiner Pose wieso warum das sieht irgendwie ungemütlich aus bist du ungemütlich okay Entschuldigung besser ah ich auch meine ist aber besser nee hör auf nein das ist glücklich auch wenn ich ihn gewinnen würde sagen was ja gar nicht doch sag ich hab gesagt auch wenn ich ihn gewinnen würde gar nichts gewinnen nein aber ich freu mich dass du glücklich bist oh ja bin ich das heißt wir würden euch auch mal sehen auf den Snowball es äh oh ja bestimmt Ivan ist ja dieses große Mysterium wenn man das einmal kurz da und dann ist er wieder weg eigentlich ist er gar kein Mysterium doch schon also was meine Bilder angeht definitiv wenn ist Barbara ins Bett gegangen? vor einer Stunde vielleicht so ungefähr ja doch wie geht's dir denn gerade? ähm ich würde sagen okay ja doch ich würde sagen okay ja also nichts besonderes eigentlich ne sie noch sehr sauer auf mich? würde ich jetzt nicht sagen habt ihr ja noch immer nicht miteinander gesprochen ich hab sie heute nur kurz gesehen ähm das war von Afrodunis da hatte ich ihm gesagt Harald war dabei äh wenn ihr noch irgendwie Mützen haben wollt die haben noch die haben sie zwei Minuten zu und dann ist sie ganz schnell in das Auto gerutscht und ist dann reingerannt aber es hat sich auch nicht negativ angehört oder so ne ich denk die also kann ich mich dazu setzen oder soll ich aufstehen halten? natürlich und ich denke das Gespräch zwischen euch wird gut sein ja ich hoffe okay also dann weißt du bescheid ich mich die Karten du denkst dann ne? ne ich denke doch nicht ich denke gerade richtig hart daran sehr gut ich geb mir richtig Mühe diese Kerze das ist mit ja nein das bin nur ich meine Gedanken sind schmutzig alles gut aber diese Kerze was ist mit der Kerze? sie ist so ich weiß nicht ich sie ist ähm schön schön ja nicht abblinken also ja nur denken ja ok ja ok gut so ok ja ich glaube ich glaube schon ich hoffe ja und Mein BH ist heute viel zu eng Hm, bitte was? Mein BH ist heute viel zu eng, ich hätte ihn eigentlich ein bisschen lockerer machen können Okay Okay Schnitt mir wirklich alles ab gerade Mixer ist okay? Ja Siehst du, dass ich gerade die Karten ordne? Ja, aber so aggressiv Nee, normal, es sind halt viele Gut Willst du drei oder vier Karten? Hm, drei Okay Ähm Sekunde Das ist die Kerze, ich bin jetzt nur ich? Die ist so vom Design Weiß nicht, warum die so Weiß nicht Also sie sieht jetzt kein Penis aus Aber irgendwie ist die so So, wisst ihr, wie ich mein? Oh mein Gott, Max, was ist los? Ist alles gelogen, ich glaube nicht Ich glaube an den Kram nicht mehr Okay, dann müssen wir es ja nicht weitermachen Oh mein Gott, was steht denn? Ihr habt gemacht was Was soll ich machen? Keine Ahnung Bestimmt müssen wir das einfach noch richtig deuten Und können die Karten anzünden Okay, das vielleicht nicht Also, ja gut Okay Drei Kälche So umgedreht Bedeutet Es geht so Richtung Gossip Ähm Du kennst doch dieses Wort Backstabbing, ne? Ja So, dieser Song Nein, 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 nein Ja Ähm Die Karte steht auch für Backstep Und ein Geheimnis Was dir nicht erzählt wird Okay Die Karte steht auch für Betrug Moment, was? Nicht unbedingt beziehungsmäßig Oh mein Gott Es gibt ja viele Arten von Betrug Gut, mit den anderen kann ich leben Okay Die Sterne Ähm Hoffnung Frieden Und ähm Steht auch für Mitgefühl Und die Karte steht auch für Hilfe Von einer Von einer Person Von der man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte Okay Und dass sich Wünsche erfüllen Ja, aber dann ist doch alles super Also da gehe ich jetzt richtig mit einem positiven Gefühl raus Weil die anderen beiden haben mich schon wieder vergessen Aber ich habe dir gerade nur zwei genannt Achso, okay Es gibt noch eine Gut Die Karte steht auch für Schutz Oh, Gott sei Dank Ähm Ähm Die Vier Schwerter Ich sage nichts zu dem Ja, gut Mhm Meine Güte Bin ich wach Es wird anscheinend irgendwas Passieren So Was dich auf jeden Fall Mitnehmen wird Beziehungsweise Dich vielleicht so ein bisschen erschöpft Je nachdem Ob jetzt körperlich oder Psychisch kann ich dir nicht sagen Aber die Karte sagt Dass du auf jeden Fall Viel Zeit für dich nehmen sollst Ähm Bevor So Die nächste Sache passiert In deinem Leben So quasi Sobald du merkst So Vielleicht was Großes Ne Nimm die Zeit für dich Weil es passiert auch Danach nochmal was Großes Okay Aber das hat jetzt nichts damit Also ich könnte jetzt nicht Also da steht jetzt nicht Dass ich irgendwie Tod umfalle Oder sowas Also wenn du Tod umfallst Ist nichts mehr für das Großes Okay Äh Das weiß ich nicht Ob es negativ oder positiv ist Auf jeden Fall ein großes Ereignis In deinem Leben Und Danach solltest du dir Auf jeden Fall Eine Pause gönnen Oder halt Ne Dich wieder So ein bisschen Ich weiß nicht Fassen Weil Dauert nicht lange Bis daraufhin Wieder Was Größeres passieren wird Gute Okay Hey Juske Willst du auch? Nö Nö Ja ich bereue das gerade auch ein bisschen Aber okay Wieso Kein Problem Nö Ich weiß genau Was in der Zukunft passieren wird Ist das so? Dann können wir die ja legen Und bestätigen Dann mach das mal Ich sag aber nicht Worum es geht Ja gut Also muss man schon sagen Ob es jetzt in Richtung Einfach Nächste Zukunft geht Geht um Zeit Geht um Zeit Geht um Zeit Moment Du wirst nicht erfahren Was am 27. Ist Wir legen dafür Nicht die Karten Ich durchschaue dich Ich durchschaue dich Ich hab tatsächlich Ich hab tatsächlich Geheims vor dir Dass ich die nicht erziehe Ach jetzt Seht sie mit gutem Bund Nicht Okay Okay Denkt an die Uske Ich misch die Karten Ich geh mal auf die Tonette Okay Kommst aber wieder Ne Ich komme wieder Ja Aber ihr könnt schon anfangen Ich nick auch mal Kleinigkeit Bis gleich Es gibt ja schon Geheimnis Tatsächlich Aber es ist ein Sehr sehr positives Geheimnis Nein Das hat mit der Zeit In der Zukunft Was zu tun Weißt du eigentlich Wie lange Chronium braucht Um etwas zu liefern Ne Hab ich Samstag Hab ich das Es ist ein bisschen Komplizierter Weil da noch Etwas gemacht werden Jeez decir Wie lange Menschen Hä Pratic Wie lange Wie legst du dir selbst eigentlich auf die Karten? Ah, warum nicht? Oh. Ja, was Schlimmes passiert dann. Das ist natürlich nicht so schlimm. Das ist natürlich nicht so schlimm. Was ist los? Ach so, allgemein magst du loben oder was? Wo? Mach auf den ersten Moment. Eigentlich sollte die hier drin bleiben, oder? Okay. 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 So. Darf ich? Ja, klar. Du darfst immer zu mir. Okay. Okay. Und die Seite der Pentagramme. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ja. 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 eine Person, die ziemlich unberechenbar ist und wie er Charisma, Scham, wie auch immer, die man ziemlich gut nutzen kann, um das zu bekommen, was die Person möchte. Ja. Und vor allem steht die Karte auch für die Unsicherheiten, die man versucht zu kompensieren. Mhm. Und die Seite der Pentagramme hatten wir ja gerade, also das mit, ähm, also, das mit eine Feminine Person, die, äh, ziemlich motiviert ist, äh, zu lernen und zu investieren, ähm, und auch ziemlich enthusiastisch ist und allgemein steht die Karte auch für eine Vision in die Zukunft und, ähm, entweder ein neuer Job oder auch neue Gelegenheiten und Optimismus. Diesmal kann ich mir gar nicht so untervorstehen. Ja, gut. Juski, möchtest du mal mit Genki anfangen oder, ähm, was du anders bedeutest? Ich hatte nicht vor, äh, irgendwo anders anzufangen. Gut. Gut. Dankeschön, Max. Kein Problem. Ähm, Max möchte wieder kein Geld nehmen fürs Haare machen? Ja. Das war doch so, oder? Ja. Möchtest du vielleicht irgendwas anderes haben? Was soll denn anzubieten? Äh, lass mich mal in mein Portemonnaie schauen. Ich habe Zigaretten. Nee. Ein Up-to-Date-Gutschein über einen Dollar. Was? Ähm, Paracetamol? Nee. Geld? Nein. 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 Je bin Hajarter. Wir will. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Ariane hat jetzt einfach die Idee geklaut. Ja, gut. Komm einfach auf der Anwaltsseite raus und wir laufen erstmal weg. Auf der Anwaltsseite da raus, komm? Ja, auf diese Straße, wo die Leute letztens zu schnell gefahren sind. Okay. Okay. Bis bald. Das ist ja furchtbar. Aber ich habe auch nur 30 Dollar beigabt. Das ist nicht mehr die Welt. Nun. Gut. Ähm, schön. Ja. Ich habe deinen Trick geklaut, aber er hat auch bei mir nicht funktioniert. Hm. Ja doch, im Prinzip hast du noch nicht das Geld zurückbekommen. Hat er es dir vielleicht zugesteckt? Nein. Ach, du bist so süß. Ich könnte eigentlich die ganze Zeit auch nichts mit dir tun. Muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, du meinst im Sinne... Okay, ich glaube, das kurz war schon schon... Achso, was hast du denn verstanden? Ich bin... Dass du nichts mehr mit mir tun möchtest. Nein. Ich könnte auch mit dir gar nichts tun. Das wäre wunderschön. Hm-hm. Das reicht vollkommen aus, wenn du meine Nähe bist. Ja. Ich eh nicht. Und... Hm? Und? Nix. Mit was denn? Nix. Oh doch, sag es mir. Nein. Hast du Geheimnisse von mir? Eins, ja. Gut, ich habe 500. Ich habe ein Geheimnis von dir, was etwas sehr Gutes und Positives ist. Und aus gutem Grund, den ich verraten kann. Ich habe auch ein Geheimnis von dir, was ein sehr Gutes und Positives ist. Und ich dir auch aus Gründen nicht verraten kann. Ja. Also haben die Karten mit den Geheimnissen ja ein bisschen recht gehabt. Schon irgendwie? Hm-hm. So, wie... Was machen wir jetzt? Sollen wir schauen, ob Matt noch da vorne ist? Wir können Sneaky schauen, dort hinten um die Ecke gehen, da wo diese Büsche sind und mit dem Fernglas rüber schauen, ob er noch drin sitzt, ja. Okay, dann machen wir das. Finde ich gut. Lange, der nicht böse ist, dann? Nein. Wir müssen ja noch nicht. Das sehen wir doch den Jugula schon. Das sieht nicht so aus, als wäre Max da. Schau mal auf mal. Ich sehe... Ich sehe keinen Max. Aber wer... Ich bin mir nicht sicher. Er saß hinten drin. Okay, aber ich sehe von hier aus sich nichts bewegen. Das nicht, aber es sieht ein bisschen so aus. Das könnte der Sitz sein, das könnte aber auch eine Person sein. Ich weiß, was du meinst. Scheiße. Ich bleibe doch nicht einfach da drin. Das ist... Was ist hier los? Das ist nicht. Hat er dir vielleicht eine Nachricht geschickt? Nein. Bist du ein bisschen wacher? Ja. Ich bin wirklich so müde. Nein, gar nicht. Ich bin nur so müde. Ich glaube, da sitzt keiner drin. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich frag mich, was da mit Barbaras Auto... Ups. Oh. Chill. Max, jetzt... Chill. Wir sind erwachsen. Chill jetzt. Mhm. So. Max, jetzt komm. Maun chill, ja, du mal. Oh, ich kann auch rennen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hey, bitch, what? Ja gut, hat mir das Geld... Ich dachte eigentlich, du gehst in die andere Richtung. Ich mach das Auto zu, dass er nicht einsteigen kann. Und ich fahr weg. Und dann hole ich dich ab. Warte, um die Uhrzeit nicht, dass ich denke. Aber es ist letztendlich mit Barbaras Auto. Ja, das hab ich mich grad aufgefragt. Ich glaub, das ist... Äh, ich... Äh... 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 Das sieht halt so offen aus, gerade. Oh mein Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Was machst du denn jetzt? Aber meinst du... Ey, warum fährt der denn jetzt? Warum fragst du dich nicht, was mit Barbaras? Ist du überhaupt nach Hause gekommen? Äh, ja, die ist nach Hause gekommen. Also ich glaube tatsächlich... Ist alles in Ordnung. Okay. Ist halt auch, der Lack ist jetzt nicht so vom Vorteil. So... Oh Gott. Gut, ich glaub, wir fahren dann rein. Ja, gut. Ja. Hat das einen Grund, warum deine Autos gleich lackiert sind? Hm... So per se... Ja, schon irgendwo... Rote Lack hat so ein bisschen was... So familienfarbemäßig, was du... Hast du, in der Rot, hab ich mir schon gedacht. Aber auch mit dem Matsch-Wagen. Hm... Dunkle Autos sieht man, äh... In der Nacht nicht so direkt. Oh, okay. So, wohin möchten Sie jetzt, Madame? Ähm... Gerne in deiner... In deiner Arme, aber wir sind... Ja... Ja... Das war gerade eine Herausforderung zu einem Rennen. Ach. Komisch, was passiert mit meinem Tulip überhaupt gar nicht. Ist das so? Hm. Zumindest verpeiten wir, wäre es eine Aufforderung zum Rennen. Gut, dass man nie weiß, wer, äh... Im anderen Auto sitzt. Hm. Du kannst mir... Du kannst mir das Driften irgendwann richtig beibringen. Okay. Ich hab's ein bisschen versucht. Dann hab ich gemerkt, oh, das ist ganz schön gefährlich. Da sollte ich mir das doch mal irgendwann von dir beibringen lassen. Was? Wann hast du das dann nochmal versucht? Ich glaub, das war sogar heute, dass ich eine Sache mal versucht habe, aber in dem Auto... Mit deinem... Mit welchem Auto? Mit deinem, also mit dem... Realty. Okay. Können uns umziehen gehen, und dann, äh... Gehen wir nochmal wo hin. Ja, aber ich glaub nicht, dass du musst dir wirklich richtig, richtig erklären. Du musst... Also Antinamts. ... während der Handbremse werden. Wie wach muss man das versuchen? Da wär... Da wär... Da, wo wir das versuchen, ähm... Kann nicht so viel passieren. Okay, gut. Hauptsache nicht in dieses Parkhaus. Ne, ne, ne. Das ist, äh, schon fortgeschritten. Ich fand dich sehr, ähm... Anziehend, als du das gemacht hast. Ja, lag an der Schwerkraft durch das Driften wahrscheinlich. Ja. Hast du immer zu mir rübergefallen bist, oder so? Ja, ja, genau das meinte ich auch hier. Oder was hast du gemeint? Ja, genau das, was du gesagt hast. Okay. Hm, möchtest du dich umziehen, oder so? Ich würd mich umziehen. Okay. Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Hm, was denn? Das Ticket. Ja, ich hab's, äh, mitgenommen. Alles gut. Nicht, dass jemand irgendwie die Scheibe einschlägt und das dann da rausholt. Oh man, du bist ein bisschen enttäuscht von mir. Warum? Weil, regulär, wenn ich unterwegs bin, mit Freunden oder mit Namus unterwegs war, hab ich ja auch immer an alle Sachen gedacht. Und bei dir ist es irgendwie, bei uns ist es genau umgekehrt. Ich wirke wie die vergessliche, verpeilte, unorganisierte. Find ich gar nicht. Ja, doch, ich bin schon. Ich find dich überhaupt nicht. Ich will dir das für uns ergänzen. Weil manchmal vergess ich auch Sachen, da organisierst du Sachen. Das ist ein Geben und Nehmen eigentlich. Ich hoffe, dass es so ist. Es ist so. Gut, wenn du das sagst, dann glaub ich die. Hm. Hier wird nicht gezweifelt. Ja. Ja, das wird nicht, genau. Da geben wir uns beide ja große Mühe. Ja, ich zweifle nie. Das tust du ganz bestimmt. Weißt, glaube ich, auch schon, was ich mir anziehe. Weißt schon, was ich mir anziehe. Moment. Ich kann dir ja wirklich auch andere Sachen tragen ohne Mütze. Guten Tag. Hallo. Hallo. Oh, leider die flachen Schuhe. Wo ist er? Nee, der ist es nicht. Das ist jetzt witzig. Wieso? Weil ich überlegt habe, auch eine roten Schal anzuziehen. Ja, wir sind miteinander verbunden. Das ist richtig. Bitte? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen los. Alles gut. Soll ich dir helfen? Ja, such du aus. Ich... Du hast gesagt, du musst helfen. Ja, gut, das... Ich war... Warte mal. Ein passendes Rehann-Outfit. Okay, warte, warte. Warte, lass mich nur ganz kurz nochmal hier was reinlegen. Hast du jetzt Jacke rausgenommen aus dem Schrank? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe noch eine Jacke passiert, ne? Ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott, bitte. Bitte jetzt ein bisschen spüren. Weil ich nicht weiß, ob... Das ist überhaupt gar nicht mein Gebiet. Komm, wir mal. Die Hose ist nicht so schwarz wie oben. Ja, okay, gut. Das ist... Nein, das... Das war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Soll ich doch lieber zugreifen? Ja, bitte. Okay. Das... Das... Was? Hä? Oh, ne. Ne, keine... Äh, Leute, Leute, keine Leaks. Leaks werden hier nicht verteilt. Jeder, der was wegen den Leaks schreibt. Sorry, time out. Ach, ist das widerlich, ey. Bitte? Nein, ist tatsächlich offiziell. Ist es ein Leak oder ist es offiziell? Echt? Der hat... Ist es wirklich? Ich muss mal ganz dringend auf Turnette gehen. Okay. Ist der offiziell? Das heißt, ob ich offizieller Trailer, weil der Trailer geleakt ist, haben die den offiziell rausgehauen. Also... Also jetzt wirklich? Okay. Sekunde. Weiß der Dennis das? Drüben? Ach, der liegt weiter. Also das ist wirklich assi. Aber okay. Moment, wenn es offiziell ist. Ich finde, was ist denn? Es geht gerade live. Ach, der geht nichts dafür. Okay. Dann, wir schauen mal, was hier kann. Let's go. Wenn möchte ich. Okay. 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 What? Lucia. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Oh. Was ist das cool aus? Oh. Was? Was? She said she cared about me. She tried to make my world. The way she thought it should be. Yeah, we were desperate to be. Boah, Alter, be nice. To have each other in a pose. Boah, sindi geiler. Oh, mein Gott, yes! Woo! Woo! Alter. Well, look who's back. The moron! The only way we're gonna get through this. Is by sticking together. Being a team. Woohoo! Trust. Trust. Boah. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, wie? 2025? Oh, nein! Niemals! Oh, mein Gott! Noch ein Jahr? Also, Entschuldigung. Wie krass gut sahen denn bitte diese Charaktere jetzt aus? Wie krass! Oh, mein Gott! Was für geile Körper und was für Variationen waren denn bitte jetzt bei den Charakteren? Wie geil sah das denn aus? Lebt denn das noch? Ich glaube, der ist gestorben, wirklich, ey. Alter, ich gehe mal ganz kurz zum Erik, ja? Sekunde, ich bin sofort wieder da. Oh, nein! Oh, nein! Ich bin sofort imثurb mit! Ich bin sofort imverbärke巧. pins sind dieி Vielen Dank. 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 Ja. Die Woche, wo... Und dann... Das war... Das wollte ich... noch reinge... Ach so... was... ... nicht... an der... ... ... ... ... ... ziehst... ... 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 Wenn ich etwas können möchte, dann kann ich das. Dann mache ich das so lange, bis ich es kann. Stolz. Ich habe da jetzt gar nichts gesagt. Also möchtest du wieder fahren? Ich würde schon als Beifahrerin gerne noch, wenn du hier noch so ein bisschen. Also ich hätte da jetzt nichts dagegen. Ja, aber nicht die ganze Zeit auf dem Parkplatz hier. Würde ich sagen. Ja, okay. Kannst du eine Sache machen? Können wir nochmal zurück zum Parkplatz fahren? Ja. Müssen wir nochmal mal rum. Entschuldigung. Wir wissen es mit dem Trainer. Wir haben ihn geguckt. Ich habe das mal gesehen in seinem Video. Kannst du um so eine Laterne komplett drumherum rüften? Durchgehend? Durchgehend kann er schwierig werden mit dem Auto. Kannst du es so hier? Kannst du es so rum dann hier die ganze Zeit? Ja. Ja. Das wäre der größere Züge. Warum? Ich frage mich gerade, ob es das ist, was ich gesehen habe. Aber ich glaube schon. Was denn? Sag mal, hier in diesem Flugbecken und sowas alles, gibt es da auch richtige Wettbewerbe? Hattest du mir da nicht was erzählt? Ich weiß nicht, was da unten passiert. Ich war halt am Tag da auf einer Tür dort unten. Du musst mal so auszudrücken. Da konnte man halt so ein Auto ausfahren. Warum? Weißt du, aber du kennst da gar keine Leute? Ich kenne schon Leute, die Leute kennen. Weiß nicht. Ich könnte mir dich da gut vorstellen. Ich bin Kopf, Ari. Moment mal, das ist doch nichts Illegales, oder doch? Da unten ist es halt Privatgrundstück. Das heißt, dass das halt okay ist. Nur ich bin Kopf. Ich bin eine Red Flag. Ach so meinst du das? Ja. Du hast kurz verwundert, wieso das illegal sein soll. Wenn es doch auch mal auf dem Fenster steht. Okay. Ja, gut. Schade. Nur so, ich hätte dich da gern gesehen. Und dich angefeuert. Die Sache ist, meine Fahrzeuge sind nicht getunt. Tatsächlich, da ist es eher schwierig, da überhaupt bei sowas mitmachen zu können. Na gut. Ja, stimmt. Ich würde es mir trotzdem gerne irgendwann mal anschauen. Auf jeden Fall. Ich würde auch gerne einmal mit dir da hingehen. Und wo möchtest du jetzt hin? Frag mich nicht immer. Aber ich würde es das gerne wissen. Warum soll ich immer die Entscheidungen treffen? Okay, dann fahren wir auf den Schrottplatz. Ich würde gerne auf den Schrottplatz fahren. Mir ist das egal. Ist das so, oder? Wir dürfen noch nicht in... Wir dürfen noch nicht in rostige Neger treten. Hatte ich nicht vor. Hier könnte ich schwimmen gehen. Du meinst, auf den Hinterhof? Vielleicht. Können wir auch machen. Wir sollten nur herausfinden, ob das wirklich Polis warm ist. Da wäre aber ein Whirlpool dort. Der ist definitiv warm. Ja, dann fahren wir wieder hin. Sicher? Sicher. Ich würde gerne für die ganzen Abende, wo wir uns halt... halt nach... Wo wir uns dann halt... Alles gut. Nach der Arbeit sehen. Da würde ich am liebsten wieder... immer irgendwas organisieren. Es fehlt ja gerade nur die Zeit dazu. Und ich möchte aber auch nicht, dass ich das zu oft mache. Und du dich vielleicht... Oder wir uns irgendwann daran gewöhnen. Weißt du, wie ich meine? Ich möchte, dass es eher was Besonderes bleibt. Es ist... Ja, aber nur so, wie sie sind. Okay. Eigentlich. Ich würde ja mit dir irgendwo auch hinfahren, aber... Da aus bei der Lokalitäten ist... Um gewisse... Ist schon sehr eingeschränkt. Ja, das stimmt. Ich meine, wir waren mal beim Addis. Nein. Ja. Und... War interessant. Sehr interessant sogar. Ähm... War ein spannendes Ereignis, ja. War ein sehr spannendes Ereignis, ja. Ähm... Lolitas sehe ich eher ein bisschen kritisch. Sehe ich auch eher kritisch. Ähm... After hours, nach dem, was ich heute gehört habe, auch. Ja, ist der Drogenhandel halt, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das so... Äh... Stattbar ist, tatsächlich. Ähm... Ist halt ein Veranstaltungswort. Ist halt nicht so untypisch, dass man da dealt. Ja, aber das ist gar nicht. Aber da, wo es nie passiert. Ja. Ja, im Yellowjack waren wir auch schon. Gut, das... Das brauche ich tatsächlich nicht in meinem Leben. Ne, das brauche ich auch nicht. Das eine Mal hat gereicht. Ich habe jetzt nicht immer die positivsten Erfahrungen da gemacht. Wo stimmt, wir wollten noch was zu trinken. Ne, ich weiß. Ne, passt doch. Hm... Warte mal kurz. Du hast da was an dein Schal. Ja. Oh, dein Schal hat sich leider in der Tür verhangen. Da habe ich gerade versehentlich einen Knoten reingemacht. Jetzt kannst du nicht aussteigen. Ähm... Ich habe es leider dran gefesselt. Oh, ist das ärgerlich. Das heißt, also... Lass mich doch auch bitte mal bezahlen. Lass mich doch einfach bezahlen. Das ist doch... Das ist doch nicht direkt. Der Tankschlauch ist doch laut, bitte. Wieso ist das... Also laut war der jetzt auch nicht. Jetzt habe ich endlich Zeit, dir zu helfen, den Knoten wieder rauszumachen. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Witzig schön. Kann sowas nur passieren? Mann, Mann, Mann. Es hat wirklich immer Spaß mit dir unterwegs zu sein. Ist das so? Weil du dich rotzelfrech manchmal bist. Ich bin noch niemals frech. Hm. Aber, ähm... Kann auch noch Schumisch fahren. Was? Weil ich schon will, ob es dein Adventskalender für dich gibt. Ähm... Ich brauche keinen Adventskalender. Ja. Ja. Ich weiß, du hast gesagt. Ich bin ein Türchen, aber... Ich dachte, das ist so ein Ding für dich. Nein, eigentlich nicht. Okay. Möchtest du einen Adventskalender haben? Nicht zwingend. Ich wollte die Teelichter kaufen. Die sind jetzt endlich wieder, ähm... Kaufbar bei dem URS Ladenverkauf da. Das werde ich nochmal die Tage nachholen. Dann möchte ich eins draußen im Hinterhof an den Kätzchen. Möchte ich so zwei Stück hinstellen. Rechts und links. Wo kriegt man die? Nee. Da, wo ich sie kaufen werde. Ist das so? Wo denn? Nee. Wie, nee? Das kannst du ja vergessen. Ja, der Name heißt nee. Der Name heißt, äh, nein, Juske. Nein. Ist das so? Das ist genau so. Moment. Hm, nein. Nein. McKinney, du Nacht-Olle. Ich wusste doch, dass du noch im Dienst bist. Weißt du, wo man in San Andreas, äh... In San Andreas, ähm... Teelichter kaufen kann? Ja. Bitte? Ja, ja, das ist irgendwo... Ist da wohl so ein Verkauf, wo man die halt kaufen kann. Wie der sein kann, das ist... Bei der Herbal-Vituary, okay. Oh, Gott. Nee, perfekt. Du hast... Perfekt. Ähm... Die Frage wurde mir gerade durch deine Reaktion hier im Auto schon beantwortet. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen angenehmen Feierabend. Matane. Herbal-Vituary also. Nicht ganz. Hat sie die Teelichter schon kaufen? Ich wollte es nicht, äh... dir das wegnehmen. Ja, aber was soll das denn? Warum... Warum kannst du mich einfach mal... Du... Du lässt... Nie locker. Komm, ich mach's dann... So frech immer. Ich kann das unterlassen. Nein, bitte unterlass das nicht. Aber ich reg mich trotzdem auf. Okay. Ignorier das einfach dann. Das wird nicht passieren. Hm, doch. Einfach nur frech. Komm mal mit. Oh, okay. Oder auch nicht. Eigentlich wollte ich fragen, ob du einen Lebkuchen ausbauen möchtest mit mir. Oh, ich hatte... Und dann bist du drauf fast. Oh, ich hatte letztes... Ähm, ich hatte letztes... Ja, eins... Ich hab's nie ausgepackt. Nie. Und danach bist du weggeworfen. Wie ist das hier nicht mehr da? Dann bist du wohl ein paar, äh... 24-7s abfahren. Und das möchtest du jetzt machen? Oder möchtest du schlafen gehen? Nein. Dann machen wir das jetzt. Dann schau, ich gucke jetzt auf mein Konto. Ja. Das Wasser kaufen am Ende, würde ich sagen. Ich kann's auch jetzt kaufen und dann... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, ich hab jetzt diese ganzen Six Packs Soll ich dir was abnehmen? Nein, das geht schon Bist du sicher? Ja, das geht schon Nicht schlimm, wenn du ja sagst Wenn du den Koffer rum aufmachen War Du nennst mich Oh, komm Ich bin kein Sturkopf, ich kann das alles alleine Ich sag auch nicht, dass du es nicht alleine kannst Aber ich würde trotzdem gerne helfen Du hilfst mir aber bei Ungefähr allen Was denn? Auf dich zu entschuldigen Das ist immer das Ich bricht mir immer das her Warum? Ich will dich das herzbrechen Oh mein Gott Nein, so Mann So einfach Okay Okay Das ist immer so ein Traurig Das hört sich immer traurig an, wenn du sagst Sumimasan Weiß ich nicht Sumimasan Ja, genau Das hört sich traurig an Ja Ähm Ja? Da war auch gerade jemand traurig Äh Okay Gut, genau Das meine ich Ähm Ich habe das Gefühl Heute sollte ich kein Auto fahren Naja Das gefühlt ich heute auch Ähm Dass du keins fahren sollst Hast du recht Ähm Nein, dass ich auch keins fahren sollte Und ich habe es aber in der Regel immer Deswegen das äh Zählt nicht Mhm Ich bin ja echt auch am Hin und Her überlegen Wegen der Verhandlung Von ähm Ähm Maria und Evan Genau Ähm Ich kann ich samstags nicht Aber ich könnte einen Call verschieben Weil ich finde das gerade Ähm Mit dem was ich jetzt mit Herrn Lars mache Finde ich es super interessant Da einfach die Erfahrung Irgendwie beizuwohnen Und einfach mal zuzuhören Vielleicht ein paar Notizen zu machen Weil Evan ja ziemlich manipulativ ist Und ich auch gerne wissen würde Wie die Anwälte da arbeiten Nach dem was ich sonst gehört habe Bist du auch dabei? Wahrscheinlich nicht Hm Ich hatte es nicht vor zumindest Ich hatte ja nur gefragt Ob ich dich begleiten soll Wenn du es möchtest Normalerweise Also ich bin nicht so oft samstags unterwegs Ja Verstehe ich Ne Alles gut Also wenn doch Kannst du ruhig sagen Wenn nicht Also willst du wahrscheinlich nicht alleine dort sein Ja das weiß ich tatsächlich noch gar nicht Also Herr Weiß sollte eigentlich auch da sein Aber er hat es wahrscheinlich schon wieder vergessen Sag das auch Ich denke schon Wenn doch Wenn doch Kannst du mich halt auch fragen Ja du kannst dich auch zuhause mal ein bisschen ausruhen Okay Ich meine wir müssen erst mal Freitag Überleben Ja stimmt Und wer weiß was Freitag alles passiert Positives Naja wir werden Freitag Ähm Ein schönes Foto auf jeden Fall Das würde ich aber wirklich gerne machen Aber meistens sieht man auf anderen Fotos immer so doof aus Wir machen ein Foto vom Weihnachtsbaum Die wir besprochen haben Und Lassen wir uns sofort machen Oder nicht Du dringest dich ja an alles Nee Dann schau mal nach ne'n Lebkuchen aus Können aus Olivenöl eins machen Oh ich hab eins Und gekauft Und Hab eins gefunden Hab eins bei Hier ist es Perfekt Dann Bring mir das mal sicher nach Hause Weißt du denn wie das funktioniert Nöp Ich hab noch nie sowas gemacht Ich tatsächlich auch gar nicht Irgendwitz Unser erstes Mal Wir haben wirklich viele erste Male Vor dem ersten Mal Wir haben wirklich viele erste Male Irgendwie schon Aber Das ist doch Schön Oder Das heißt aber dann auch Also Wenn du Wenn deine Beziehung gar nicht so lang war Wie ich ja die ganze Zeit vermutet hatte Und dir gar nicht so die Zeit verbracht hat Wie ich ebenfalls vermutet hatte Dann sind viele Dinge Die ich für dich tun würde Ja jetzt auch komplett neu für dich Das kann schon gut möglich sein Ja Hm Ich hab ein paar Dinge Was für Dinge denn? Ja die sag ich dir natürlich nicht Natürlich nicht Wenn ich dir jetzt sage Dann weißt du es Hm hm Am liebsten wäre es mir Wenn du irgendwann Du kommst halt von der Arbeit Und denkst Wir hängen einfach nur miteinander ab Und dann passiert etwas Mit dem du gar nicht rechnest Sowas Hm Es gibt eine Sache Ja? Sowas wie gestern Wo du von mir angekellnert Bedient wurdest Oh das war so süß Ja Da hab ich mich wirklich gefreund Das Beste Ich möchte auch das Beste für dich Gibt es Aber weißt du was Oh ist doch das Beste Nein 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 Noch Hm 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 Gibt es bessere Daten Hm So richtig tolle Oh ist das Beste Oh stell dir vor Du hast eine richtig tolle Krasse Officerin an deiner Seite Die hat richtig richtig gut Nein Hast du nicht Die hat auch so Weiß ich nicht Officerin Sondern auch so eine So eine Sergeant Frau Will ich gar nicht Weil ich dich habe Aber du könntest Nein Weil ich dich habe Und ich möchte auch nur durch Ich diskutiere Ich diskutiere Nein Ich habe genau die Frau An meiner Seite Dich an meiner Seite Haben möchte Ich möchte mit dir auch mal ein Motorrad fahren Ich Frau Hm Hier ist noch das Wasser drin Ne Ja Ich kann leider jetzt nicht alles nehmen Ich habe noch das Häuschen Okay Aber Dann gebe ich mir die Wohnung Und ich hole den Rest Nein Nein Ein bisschen was kann ich ja mitnehmen Alles gut Was ist das Häuschen doch in der Hand Ja Aber ich kann trotzdem hier Guck mal Ich lege das einfach Auf den Karton drauf Hier so zwei Sixpacks Oh mein Gott Ist das hoch Gut Und dann geht das auch schon Das ist ganz ganz Einfach Warte 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 Alles gut Die sind hier oben Moment Ja Ne Das ist ein bisschen wackelig Warte doch Ich warte Ich warte Ich warte So Bevor dir irgendwas hier runterfällt Haben wir Kleine Ladungssicherung mit meinem Schal So So Oh ja Das war's Perfect Eine Sargent Frau Wunderschöne Wunderschöne Gutherzige Superfrau Meine Frau mit kürzerer Nase Du könntest nicht Deinen kaputten Japaner haben Kaputten Japaner Ja Das ist aber wirklich Quatsch Ich hab hier keinen kaputten Japaner Ich kann nicht So du wartest hier Bis gleich Da passt kein Wasser mehr Okay Okay Ich wollte letztens Ein paar Sachen hier probieren Aber du kommst hier wirklich nirgendwo drauf Wirklich nirgendwo Du kannst dich nicht hinsetzen Du kannst nichts machen Schade Da hab ich mir gedacht Ich nehm vielleicht die Blume Stell die da hin Und hüpfe von da aus Ah ne Die wollten ja vielleicht noch In den Doof Schwimmen Ja GTA 6 Trailer haben wir jetzt Ungefähr tausendmal gelesen Den haben wir auch schon Im Chat geguckt Geht einfach davon aus Dass die Streamer Das schon wissen Weil sie vom Chat Sehr dezent Darauf hingewiesen worden sind Geht einfach davon aus Ja Wieso Hat die nicht so Ne das hat die leider nicht Die hat eigentlich so eine Unpüchama Wir haben doch irgendwo ein Bikini Die Bikini sind eigentlich hier bei Und die Ach Und darfst jetzt irgendwas zum Überziehen Ne Ich habe mein Bikini drunter Komm mal Hübsche Frau Das Zimmer Fast wie dein Partner Fast Hey was ist das da hinter dir an der Wand Ich werde nicht drauf rein Da ist was Da hängt was rundes Ich werde nicht drauf Ja Was Also Ich wollte nur deinen Po pieksen Ja Ich werde nicht drauf Können die Ich bin jetzt gerade ein Teenager. Ich weiß nicht, wie ich mit sowas umgehen soll. Ich mache die ganze Zeit Witze. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Bestimmt nur aus Vorsehen. Ja, da wollte ich nur gucken, ob ich wirklich ein Bikini anhabe. Genau. Gut. Okay. Ja, ich werde das ganz cool tun. Ganz cool. So. Das hilft mir jetzt nicht wirklich. Okay. Gut. Ich gehe dann jetzt mal nach draußen. So. Habe ich was falsch gemacht? Wusstest du, dass es Katzen gibt? Die sind ganz klein und die gehören mit zu den gefährlichsten Tieren und den meisten Mord an anderen Tieren der Welt. Ich friere wirklich sehr. Sumimas. Warum ziehst du dir keine Flappen an? Weil ich keine besitze. Dann sollten wir gleich nochmal fit genug sein. Kaufen wir dir die Lüpflapps. Nein, alles gut. Wenn ich jetzt mit meinen kalten Füßen ins Wasser gehe, wird es sich überhaupt gar nicht anfühlen wie Lava. Das wissen wir beide. Gut. Dann gehst du jetzt erstmal hier hinten auf die Liege. Hopp. Du setzt dich jetzt hier hin. Eine Sekunde. Da. Wie setzen wir hier hin? Und hier ist ein Handtuch. Ja. Packst du erstmal deine Füße. Wenn deine Füße nicht warm rubbeln, weil ich finde Füße nicht angenehm. Ich weiß. Und hier noch eine Decke. Guck mal, mein Fuß. Schön. Mein Fuß. Super. Oh. Aber super. Ich kann damit laufen und Füße sind eigentlich was tolles. Sie tragen so eine große Last mit sich. Hm. Vielleicht magst du ja insgeheim Füße. Nein. Und kämpfst dagegen an. Nein. Was machst du? Ich suche das, wie man das anmacht. Oh. Also ohne Blubberbläschen geht's auch. Es sollte ja schon auch etwas warm sein, oder? Willst du es mal probieren? Also mich wird das, äh, die Temperatur des Wassers nicht so stören. Ja, okay. Kannst du mal schauen, ob es für mich auch warm ist? Ich, äh, guck gerade. Ach. Wie ist so eine Luke? Meine Güte. Ach, da sind da keine Racken drin. Ja. Soll ich lieber gucken? Nee, hier ist nichts drin. Alles gut. So ein bisschen, pfff, Dreck, pfff. Nicht, dass dir da was... Na, ah, sorry. Bitte? Gar nicht. Ach, guck mal, wie es anfängt zu blubbern. Oh, wunderbar. Ich glaube, hier ist auch eine Temperaturanzeige. Ja. Ich brauch 120. Nein, Spaß. Da bin ich gut durch. Ja. Ich guck grad mal. Hm. Hm. Weißt du was? Hm? Oh. Erheb dich jetzt auch. Komm. Und wir gehen hoch mit unserem Jakuzi. Wie? Oh, okay. Ja. So, ich trag dich hoch und du wirst nicht den Boden berühren. Ja. Oh, okay, okay. So. Oh, schade. Das wird irgendwie nicht wärmer. Gott, also du könntest dich da jetzt reinsetzen. Ja. Oh. Meine Güte. Ist okay so, wo ich dich berühre. Ist das völlig egal. So. Mach die Treppen hoch hier. Oh mein Gott, mir grault es die ganze Zeit davor, wenn es einmal irgendwie hier so passiert. Die will wissen ja, ich guck dir das ab. So. Hab ich niemals wieder so ausgespielt, weil jeder das anders macht. Ich mir... Oh Gott, nein. Oh, fall nicht hin. Fall nicht hin. Das war knapp. Oh, gut. Also... Nee. Ich lass dich hier nicht runter. Hopp. So, hier lang. Nein, ich lass dich nicht runter. So. Und... Jetzt lass dich hier rein. Okay. Okay, aber... Ich kann... So. Mein Oberteil kann ich ja ausziehen, ne? Ja, klar. So. Siehst du, ich habe ein Bikini an. Mhm. Ein Bikini. Es war schon schlimmer. Und hier... Machst du da... Hier spür eine Kugel. Und zack. Ich geschlafen. Nein! Das... Das machst du jetzt nicht? Nein. Ach, ich dachte jetzt schon. Aber ich hole noch was. Oh mein Gott, was ist denn? Warte mal. Nein, ich weiß, die Kürze ist nicht wahr. Whisky ändert Ariana so. Let's go. Oh mein Gott, ey. Ich denke immer an die Cringe-Momente von Sora und... Boah, Sora und Kowalski waren so lustig, ne? Es war... Oh mein Gott, wie sie irgendwann meinte so... Äh... Ja, jetzt machen sie jetzt endlich mal Licht aus. Oder irgendwie so. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch so super süß ist. Aber ich weiß ja nicht, wann ich aufhören soll zu reden. Einfach so. Diese Hose. Ist jetzt deine Badehose? Ja. Glas, Glas. Und hier noch... Ein bisschen Wein. So, ich stelle dir hier vorne hin, ne? Hm, Dankeschön. Ist das warm genug oder ist das noch wärmer? Das ist warm genug. Das ist... Für mich tatsächlich ein bisschen wie die Baby-Notch. Besser aber, privater. Hm. Hm. Hier kann keiner kommen. Nein. Kanpai. Kanpai. Ja, ähm... Also, das mit den Driften bekomme ich noch hin. Aber dafür muss ich glaube ich doch ein bisschen wacher sein. Und ähm... Vorher ein bisschen üben. Vorm Üben möchte ich ein bisschen üben. Ja. Alles gut. Du musst dich da nicht stressen, ne? Zumindest weiß ich jetzt, wo ich ihn fangen kann. Ja... Mal mehr, mal weniger. Wieso? Also, ich würde das nicht so Ewigkeiten dort machen. Selber noch auch Leute, wo die da arbeiten, ne? Ja, ja, das sowieso. Natürlich zu einer Uhrzeit, wo Leute da hoffentlich nicht arbeiten. Ja, sie... Es hat ein Elektrizitätswerk. Da arbeiten immer Leute, aber... Die Uhrzeit hat eher so... Nachpersonal. Würde ich sagen. Gut, dann, äh... Übe ich in meinen Gedanken. Die Reihenfolge sage ich mir dann immer wieder auf. Vore Spiegelung. Ja, die Sache ist, ähm... Dass man nicht immer runter kann auf diese Rennstrecke. Also perfekt dazu üben, finde ich. Immer wieder andere Kurven. Da kriegst du ein bisschen ein Gefühl für. Kennt dich aus dem PD eigentlich irgendjemand so wie ich? Nein. Wenig. Ich glaube, da würden ein höchstes Gabriel, Elena und Thilo rankommen noch. Hm. Aber nicht so... Komplett. Wie du. Eigentlich schon. Hm? Nein, weißt du auch? Du weißt auch ein paar Sachen mehr als, äh... Die Person... Andere Person da. Tido? Meinst du Elena und äh... Samuel? Ne, ne. Die andere Person da. Kate? Ja. Okay. Aber ist okay, das zu sagen. Ja, ist okay. Entschuldigung. Ja. Hast du das Gefühl, du kannst mir alles erzählen? Warum fragst du das grad so? Mich interessiert das. Gebe ich dir da genug Sicherheit? Ich vertraue dir schon sehr, ja. Aber... paar Sachen... Habe ich noch nicht so erzählt. Weil... Ich nicht gerne über manche Sachen einfach spreche. Das ist aber auch okay. Dich zwingt ja keiner. Ich möchte nur, dass du dich bei mir wohlfühlst. Und weißt, dass du mir alles erzählen kannst. Und das bleibt auch nur bei mir. Ich fühle mich auch wohl bei dir. Mhm. Und... Ich hoffe, das ist andersrum genauso. Auf jeden Fall. Ich hoffe, du weißt auch, dass ich... Dass du mir alles erzählen kannst. Was weißt du? Was willst du denn wissen? Hm... Hm... Das ist immer fies, die Frage. Wenn man die einfach so stellt. Ja, das stimmt. Was ist das erste... Was du... Nächste Woche in Japan ausprobieren möchtest? Essen. Ich möchte ganz viel essen. Essen? Ja, ich möchte was essen, was es nicht hier in Asandas gibt. Karage. Unter anderem, ja. Wir können Curry essen gehen, zum Beispiel. Meinst du, wie vom Inder? Nee, japanisches Curry. Ist immer ein bisschen anders. Ist immer ein bisschen anders. Ich bin sehr. Okay, ja gerne. Ich kann dir ein Geheimnis verraten, weil es nicht klappen wird. Okay. Okay. Ich habe heute erfahren, dass es leider nicht klappt. Ähm... Es sollte eigentlich... Am 27. Dein Leibgericht geben. Das wollte der, ähm... Chef von Genki aber auch nur frisch machen. Und, äh... Er hat aber gesagt, dass, äh... Es wird da nicht klappen. Aber wenn es klappt, wirst du definitiv der Erste sein, der es jemals hier probieren wird. Und es hat sich angehört, als würde es irgendwann in naher Zukunft klappen. Dass er da an ein gutes Rezept und gute Zutaten kommt. Du bist wirklich... Warum verdiene ich dich? Es hat ja nicht geklappt. Noch nie. Aber du hast es versucht und das ist halt so eine Geste, die so viel aussagt. Und einfach mir so viel bedeutet. Mehr als du grad denkst. Joske, das ist nichts anderes, als das, was du für mich auch machst. Mach nur Dinge. Ja, siehst du? Ich wollte gerade sagen, dann sagst du, ja, aber ich mach doch nichts. Oder ich, ähm... Ja, ich bin einfach ich. Und mir bedeutet das alles auch sehr viel. Sehr, sehr viel. Weil ich hab... Gegendeilige Erfahrungen gemacht. Aber du hast versucht, etwas... Zu holen... Machen zu lassen, was es regulär nicht so wirklich gibt. Und es ist ein ganz seriöses Geschäft und... Das ist einfach... Eines meiner Lieblingsgerichte. Hallo? Kann man nur so... Unglaublich sein wie du. Hörst du, du wirst es sowieso irgendwann hier essen, aber... Aber... Ja, du weißt dann, was ich denken werde. An dich. Mh... Mh... Weil du... Es versucht hast, etwas... Möglich zu machen. Was sind noch viel mehr, Jusuke? Alles... Was versuchst du denn noch, etwas unmöglich zu machen? Sag ich dir nicht. Mh... Mh... War ein Versuch wert. Mh... Du bist... Einfach un... Unglaublich. Du bist unglaublich. Du hast so viel Geduld mit mir in manchen Sachen. Mh... Wie meinst du das? Naja... Ein paar Schwächen habe ich schon. Offensichtlich mein Gedächtnis. Weil ich eigentlich immer dachte, dass ich damit keine so großen Probleme habe. Inzwischen zeige ich nicht. Wenn du mal was vergisst, vergisst du halt mal was. Mh... Mh... Ich bin etwas verpeilter in den letzten Monaten geworden. Mh... Und das ist jetzt schlimm, weil... Mh... Du quasi mit, äh... Dinge dann übernehmen musst, die ich dann verpeile. Und das sollte nicht so sein. Und gebe ich dir das Gefühl, dass mich das stört? Nein, aber ich weiß, dass du sehr viel zu tun hast. Und ich weiß, dass du auch sehr viel zu tun hast. Und das weißt du überhaupt gar nicht. Du hast gesagt, ich habe so viele Ideen und das und das und das und das will ich umsetzen. Du merkst es selber, ne? Hast du gerade meine Stimmlage nachgemacht? Nein. Oh, du hast meine Stimmlage nachgemacht. Nein. Das hast du gerade getan. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich hab das jetzt genau gehört. Du hast so viel Schaum hier irgendwie... Nee. ...in den Ohren. Nee, nee, nee. Das habe ich genau gehört. Das ist das erste Mal, dass du das gemacht hast. Ich weiß nicht, wovon... Ich muss schon sagen, du kamst dem schon ziemlich nah. Ganz gruselige Art und Weise. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube, du hast wirklich zu viel Schaum bekommen und Wein und irgendwie... Natürlich. Das war eine der Puppen dort oben. Ja, für den Puppen. Hau sie die Puppen da oben. Das ist komisch. Das ist komisch. Dass da einfach diese Wutung Puppen... Einer hast du ja hingestellt, ne? Ja. Aber die andere kann ja nicht einfach von alleine da angesprungen gekommen sein. Das muss ja irgendjemand da hingestellt haben. Ja. Und ich spüre, ich war es nicht. Ist halt die Frage, ne? Also... Eine meiner Freunde war es nicht. Die gehen nicht hier oben hin. Hm, Max habe ich mal reingelassen. Kaya noch... Kaya war kurz drin, aber wir sind direkt auf den Hinterhof gegangen. Kann es also auch nicht gewesen sein. Barbara sollte mal unten warten. Da habe ich mich hier oben umgezogen. Und sie war noch mal ein zweites Mal hier drin, aber da habe ich alle Schränke abgeschossen. Weil nachdem sie einfach im Kühlschrank dann ist, dann habe ich auch den Kühlschrank da so ein bisschen. Damit sie nicht aufmachen können. Okay. Ja, jetzt musst du Detektiv spielen. Fingerabdrücken nicht. Ach. Alles gut. Irgendjemand will sich mal verklappern. Ja, hoffen wir es. Einfach mal in dem nächsten Gespräch mit irgendwelchen Leuten Voodoo-Puppen erwähnen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Ich glaube nicht, dass die Leute dich dann seltsam angucken werden, wenn du auf einmal mit Voodoo-Puppen um die Ecke kommst. Die von alleine ins Badezimmer fliegen und sich dann auf eine Lampe setzen. Ich kann mich einfach hinstellen und sagen, Mensch, boah krass. Du bist hier bei uns in der Wohnung, weil jetzt ist was ganz Kurioses. Da ist eine Voodoo-Puppe auf einmal im Badezimmer aufgetaucht und da stand ein Name drauf. Diese Voodoo-Puppe wird die Person halt heimsuchen, weil sie an den Platz verschoben wurde, wo sie nicht hin möchte. Mal gucken, wie die Person reagieren. Gut, das ist wirklich sehr selbstverständlich. Wenn du das so sagen würdest, ich würde da beschreiend wegrennen. Bummimassen, ich wollte nicht groß nicht sein. Nein, ich meine für andere Personen. Ich weiß ja, dass das nicht stimmt. Okay. Entschuldigung. Ist gut. Naja, ist ja auch eine tolle Badebombe. Was heißt denn die Badebombe? Eine Badebombe. Ist ja auch eine schöne drin. Mhm. Alles mit Kirschblüten. Du weißt, dass ich das Gesprächsthema von gerade nicht vergessen habe. Welchen? Den vergessen und so. Dass du verpeilt sein sollst angeblich. Ja, bin ich? Nein, bist du nicht. Also. Das wollte ich gar nicht so sagen. Ich wollte sagen, das ist nicht schlimm. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ach so. Warte, wann es wirklich war. Wieso habe ich jetzt gerade was verpeilt? Nee, hast du nicht? Du hast ab vom Thema abgelenkt. Ja gut, das kann ich aber ziemlich gut. Du hast ja irgend so einen behaupteten Raum geworfen, wo sie Voodoo vorbei war. Und dann waren wir auf einmal ganz woanders. Mir hat aber nichts mit Spreithalt zu tun, dass es tatsächlich immer so ist. Mhm. Du musst dir das so vorstellen. Ich habe ein großes Karussell in meinem Kopf. Und dieses Karussell hat ganz viele Pferdchen. Und an jedem Pferdchen sind Zettel dran. Und da steht immer ein Thema drauf, das mich gerade beschäftigt oder mir einfach durch den Kopf schwirrt. Und dieses Karussell ist sehr schnell. Und irgendwann stoppt es und in dem Moment geht schon mein Mund auf und ich sage, was auf dem Zettel steht. Ist das so? Ja, das ist so. Mhm. Da bringst du echt viele gute Themen und Sätze raus, wenn das so sein sollte. Ist das so? Ja, so ist das. Wir müssen uns Wärmepflaster holen, falls du mal Rückenschmerzen hast. Wie kommst du jetzt auf Wärmepflaster? Fürs Karussell. Achso. Oh. Okay. Hm. Du kannst einfach Stopp sagen und ich werde dir irgendwas erzählen. Du musst dich mal umdrehen. Umdrehen? Ja, deine Ecke ist irgendwie... Irgendwas, was du mich gerade... Ich merke, weil ich bin. Lass dich mal am besten hin. Okay. Was ist an dieser Ecke echt merkwürdig? So. Ähm. Jetzt wirst du massiert. Achso. Oh. Ja. Danke. Warum? Was habe ich getan? Einfach so. Einfach... Moment mal. Sollte ich nicht eigentlich deine Narben eincremen? Soll ich das nicht eigentlich dann machen? Jetzt massiere ich dich gerade. Und schaust du in die Ecke. Ich schaue in die Ecke. Alles gut. Weißt du, ein kleiner Fernseher wäre hier nicht schlecht. So ein kleines Tablet. Dann kann man da immer hinschauen und währenddessen kann der eine den anderen am Rücken massieren. Also ich mache dir den Rücken und du schaust dann ja dort im Fernsehen. Und das hört sich jetzt ein bisschen faul an. Hast du das jetzt? Das ist das, wie du es gerade gesagt hast. Aber ich habe da jetzt ganz faul rein interpretiert. Wusstest du, wenn Eulen sich hinstellen, haben die ganz, ganz lange Beine? Nee, das wusste ich nicht. Da kommst du mal ganz schön in den Karussell? Hm. Das ist jetzt deine Antwort immer darauf, wenn ich das frage. Du weißt was? Warum du das so gerade erzählst. Hm. 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 Das ist jetzt so ein neues Ding einfach. Ist das so? Spiegel, Karussell, Wende, Schneefnacke, Kirschblüte, Mochi, Murmelchen. Und ja, das habe ich auch mal ausgefasst. Ja, das Murmelchen, wie wir gerade an sie reingeworfen haben, würde Kirschblüten gedönst. Gedönst? Apropos Murmelchen, warum nennt mich eigentlich Weiß Murmelchen? Hä? Ich habe ihm nichts gesagt. Ist das so? Ja. Weil er hatte vorhin nämlich gesagt, Natschi die Creme, also zu Natschi Creme und zu mir Murmelchen. Er fährt mit Creme und Murmelchen auf Streife. Hä? Also ich habe ihm nichts gesagt. Hm. Und das ist ein sehr kreativer Mann. Ja. Hat er das so gefunkt? Bitte sagt nein. Nein, hat er nicht. Ah, gut. Puh. Aber der hat sich vor irgendwelchen Office angesagt. Och nee. Ja, doch. Wie hat er Herr Kokum genannt? Creme. Was ist denn mit der Creme und Herr Kokum, immer? Keine Ahnung. Er will sich auch irgendeine Serie oder so John Creamer nennen oder so. John Creamer? Ja. So, jetzt bin ich aber dran, ne? Nein. Hm. Seht ihr gerade Schmollmund? Deine Wange hat etwas aufgeflustert. Schmollmund gar nicht. Hm. Hm. Bist du ein bisschen nervös gegen Freitag? Ich muss sagen, etwas, weil ich noch nicht weiß, wie wir beide tanzen sollen. Und ich möchte, dass ein schöner Tanz ist, wo es passt. Für die Veranstaltung, weil das dein erster Ball ist. Und laut dem Buch über Bälle für Fortgeschritten habe ich gelesen, dass es für die Frau ein sehr wichtiges Ereignis ist und wie eine Prinzessin behandelt werden muss. Also quasi so, wie du mich jeden einzelnen Tag behandelt. Keine Ahnung, ich behandle dich ganz normal. Nein, nein, wirklich nicht. Ich behandle dich wie meine Freundin. Du solltest wirklich Kurse geben. Warum? Ich bin unerfahren. Bist du überhaupt gar nicht unerfahren. Aber vielleicht ist ja gerade dieses Unerfahrene das, was dich so ausmacht. Vielleicht bist du deswegen so süß und behandelt mich deswegen so gut. Du verdienst es ja auch. Du bist halt Ariane nochmals. Nochmals? Soll ich da mal näher drauf eingehen? Ja. Was? Was? Kannst du mir einen gefeindeln? Ja. Kannst du meinen Vornamen mit deinem Nachnamen mal sagen? Ariane Kurayama. Fällt euch, wie man macht? Äh, ja. Gut, ich bin wieder da. Okay? Bitte nicht? Also. Wow. Ey. Wo kommst du? Ich halte dich. Okay. Alles gut. Alles gut. Ja. Ja, es geht wieder. Muss ich das Emly rufen? Nein. Nein. Alles gut. Hä, warum? Ich hab da nur Ariane Kurayama gesagt. Oh, mein Gott. Oh. Bin mir ein bisschen schummrig. Ich glaub, das liegt auch ein bisschen daran an dem Badewasser. Es ist doch schon ziemlich warm. Lehn dich an. Was ist korrekt? Warm. Der Wein auch. Dann lehn dich an. Ähm. Ja. Warum reagierst du so, wenn ich... Hä? Sag doch nur Ariane Kurayama. Ich ertränke mich gleich, weil ich das langsam nicht mehr aushalte. Kannst du gar nicht, weil ich dich festhalte. Ich kann mit... Ich kann mit dem Kopf... Nein. Ich halte dich ganz fest. Nein. Ich bin aus hier schon im Wasser. Ja, und jetzt... Au, jetzt tut mir das. Dann knutsch ich dich. Okay. Ich ertränke mich natürlich nicht. Und ich reiße dir auch nicht die Augenbrauen ab. Ariane? Ja. Du willst Zeit, dass du so ein Vampir wirst? Ja, vielleicht. Ich wollte gerade sagen, dass ich deine Haut gerne tragen würde, aber das wäre dann doch ein bisschen zu viel... Oh mein Gott, ja. Was willst du? Nein, ich will deine Haut nicht tragen. Ich will deine Haut nicht tragen. Nein. Das war das Karussell. Ich wollte irgendwas Extremes sagen. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Bist du ein Kannibale? Nein, noch nicht. Ich meine, du schon ein bisschen lecker aussiehst. Eich dir rüber. Eich dir rüber. Nun. Nun. Möchtest du noch in der Wanne sitzen? Ich möchte jetzt ein Lebkuchenhaus bauen. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Abendpunkt. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Au. Das war er. Oh mein Gott, ich halte dich nicht auf den Juck. Das war... Es war durch die Tür gegenüber der Stirn, super. Wenn ich hier hin, halt gut vor. Ich rubbel dich trocken mit den Handtuch. Du musst nicht knien. Ich sag auch so ja, aber du kannst dich hinstellen. Du kannst dich nicht so spüren. Ich mach dich trocken, ist schon okay. Lach mich ruhig aus, Ariane, ist schon okay. Ich rubbel dich auf Wunden. Oh mein Gott, auch so. Ich hab's so kaum gesehen. Ich hab's vollkommen gesehen. Einfach brauche ich dir so richtig. Ja, es ist wirklich ein schönes Bild, Ari. Also kann man schon mal drauf starten. Ich muss ihn umziehen. Was war das denn? Lachst du mich oder das blick gerade aus? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das Bild. So, ich zieh mich jetzt um. Äh, ich zieh mich an. Ja, ich glaub ich, das ist einfach mal so das Oberteil hier drüber. Und dann fisch ich mir die Tränen aus dem Gesicht. So traurig heute. Ihr verfreulich. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Scheiße. Was will ich denn tun? Boah, das hat jetzt, okay, das hat Barbara Sturz jetzt übertroffen, ne? Es gibt einen Sturz von Barbara, der war auch legendär. Aber das, das hier ist jetzt der beste Sturz, bis jetzt, wie ich jemals gesehen habe. Oh Gott, ich muss hier raus. Okay, nicht, ich krieg mich gleich wieder. Das, die ganze Stimmung, einfach nicht so. Ich versuch, als Ariane. Okay, Ariane, die hatten gerade, ihre Badewanne, die wachsen jetzt total süß, ihr Haus, Häuschen zusammen. Na bitte, geh weg. Alles okay. Alles okay, ja. Gut, dann basteln wir mal. Was fährt euch mit auslachen? Hör einfach bitte auf, okay? Wie keine entspannten Hosen hier. Wie? Du hast doch, du hast doch noch schillige Hosen, meine ich. Ja, nur eine Jogginghose, aber die ist jetzt irgendwie nicht so cool. Also eine Sache. Ja. Das ist hier unser Zuhause. Ja. Die Fenster sind bei diesem Gebäude verspiegelt. Von außen kann niemand reinschauen. Ja. Was hält dich davon ab, nur in Boxershorts rumzunaufen? Das ist nicht so mein Ding. Hast du es denn schon mal ausprobiert? Ja. Und? Stell dir mal vor, ich würde jetzt hier irgendwie einen Herzinfarkt bekommen und sterben. Dann würde ich hier in Boxershorts liegen. Dann gucken wir irgendwie ein Dealer hier rein und sehen, dass, oh nein, halbnackt gestorben. Wenn mit Stil. Gut, so weit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Aber du hast natürlich einen Punkt. Mich können die Rüste finden. Ist okay. Ich finde sie gar nicht mal so schlecht. Ja, sie ist hart, hart. Äh, gut aus. Also, ähm, meinst du wirklich? Was? So, denkst du nicht, das ist ein bisschen zu kurz? Wenn du dich so hinstellst hier. Na gut. Aber es sieht doch gut aus an dir. Ich mag das tatsächlich auch. Vielleicht würde ich mir irgendwann mal davon reinfahren. Richtig, 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 gut. Gut, gut, gut. Nicht so fantastisch wie du. Äh, gut. Was war das? Lebkuchen. Der Pullover war okay. War zu viel Farbe. Okay, das ist ein bisschen Magenta. Warmes Magenta. Also. Nein, nein. Ich fand da... Okay, was hältst du von ohne Pullover? Ah, der hat sich ein T-Shirt an. Ich geb's auf. Hä, warum? Alles gut. So, wo haben wir's... Entschuldigung. Äh, wir haben's hier reingepackt. Ich hab's hier reingepackt. Ja. So. Oh, oh. Gib's dir mal. Ja. Äh. Hm? Ist das so? Hm, hm. Da muss ich schon meine Hände aus meiner Hoodie-Tasche holen, ne? Ja, du bist, äh, das... Ja. Du willst dich da schön rausmuggeln. Muggeln? Was ist denn Muggeln? Muggeln. Muggeln. Ach so. Muggeln. Ach so, nein, ja. So. Dann komm mal her. Nee, Flocke. Dann hol das mal aus der Packung raus. Okay. So, das ist das. Muggeln. 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 Aber ich richte tatsächlich schon was aus der Packung. Okay. Wir können's doch einfach so auflisten tatsächlich. Muggeln. Muggeln. Warte, lass mich... Okay, ich halte die Packung mal und kipp das ganz leicht, damit da alles rauskommt. Okay. Krümmel ein bisschen. Ja, dann müssen wir gleich hier putzen. So. Und weil ich ja weiß, dass du das nicht magst. Nee, weißt du was? Die Packung lege ich mal zur Seite. Die schmeiß ich noch nicht weg, weil wir brauchen hier noch die Anleitung. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wisst ihr? Wisst ihr? Nix. Gebt dem hier die Packung für mal, ne? Ja. Okay, ja gut. Ja. Ist da die Anleitung? In der Packung? Nun, lass mich mal reinschauen. Ja. Dann schau mal in diese Anleitung rein. Ja, dieser Karton sieht tatsächlich ziemlich leer aus. Ja. Aber wir brauchen keine Anleitung. Dann haben wir unser perfektes eigenes Haus. Ich... Oh, Entschuldigung. Ich zerreißen mal ganz kurz den Karton und schmeiß ihn schon mal weg. Ich muss ein bisschen langsamer laufen. Ah, jetzt. Alles gut. So, jetzt mache ich dich hier mal weg. Du brauchst da gar nicht so stehen. So, ich darf hier nur ein bisschen rum, ein bisschen langsamer. Okay, weißt du was? Ich kann das nicht. Gerade läufst du ein bisschen entspannt. Ja, gut. Finde ich auch. Aber trotzdem süß. Was soll ich tun? Oh, ich weiß, was ich machen kann. Ich hole mal ein Schälchen. Ja. Und... Schnapp mir jetzt mal dieses Schälchen mit dem weißen Bullen. Pulver hier. Wie hält das eigentlich zusammen? Ja, das zeige ich dir jetzt, denn das kenne ich. Ja. Und dann mache ich nur ein kleines bisschen Wasser auf dieses Pulver. So, und jetzt rühre ich das an. Wann, habe ich zu viel? Na, okay, das... Warum bist du so auf Abstand? Weil ich versuche, keine blöden Sprüche bei dieser Flüssigkeit zu machen, weil ich ein manchmal doch färgeliger, lustiger Mensch bin und ich wahrscheinlich gleich ein Teenager-Spruch heißen werde. Und du wirst ihn nicht verstehen. Okay. Inwiefern? Also, das ist jetzt die Flüssigkeit, die unsere Haushälfte zusammenhalten wird. Ja. Die Konsistenz ist... Die ist jetzt ein bisschen klumpig. Warte, lass mich... Moment, ich rühre mal weiter. Einfach noch ein bisschen mehr Wasser. Oh, nur ein bisschen. Das reicht. So, und jetzt rühre ich hier mal mit dem kleinen Schneebesen ein bisschen weiter. Ja. Das ist jetzt unsere Flüssigkeit, zu der es nichts zu sagen gibt natürlich, weil wir sind ja erwachsen und du würdest es, glaube ich, eh nicht verstehen. Was kann denn für diese Flüssigkeit so perplex sein? Bei der weißen Flüssigkeit. Kommt sie dir bekannt vor? Bisschen cremig, halt. Sieht halt ein bisschen aus wie Sahne. Na, nicht wirklich wie Sahne. Okay. Meine Güte, du bist so unschuldig. Das ist so sinnvoll. Okay. Oh. Du hast ein bisschen... Zuckerguss an mir hinterlassen. So lange er nicht auf mir ist, ist ja alles gut. Gut, also, ähm, dann lass mich das nochmal nicht, dass das jetzt hier irgendwie fest wird. Ich hab dann mal die Schüssel in der Hand, nicht, dass die mir jetzt auch so sehen, aus der Hand rutscht und auf deine Hand rutscht und auf deine Hand rutscht. Gut. So. Was hast du gemacht? Ja, war Zuckerguss an meinem Oberteil. Das dürfte nicht ganz anders hier. Gut, also... Das sieht aus wie Boden. Wie Boden? Hier. Das sieht aus wie Boden, ja. Da. Boden. Boden, okay. Gut. Also, das ist so der Boden, das ist der Boden, also die Größe von dem gesamten Haus jetzt. Oder was meinst du? Okay. Ja, ich glaub, es ist ja aus wie der Boden. Keine Ahnung, ich kenn sowas nicht, Ari. Ja, da das das größte Teil ist, bitte. Helf. Ja, ich helf dir. Weißt du was? Du kannst gerade richtig froh sein, dass wir das nicht mit Barbara und Max machen. Du würdest verstört hier rausgehen. Wieso? Tja, das weiß ich auch nicht. Du musst den Boden mit dieser weißen Flüssigkeit jetzt irgendwie beschmieren, damit die Haushälfte da irgendwie... Genau. Nicht den ganzen Boden, sondern nur so seitlich, weil ja da die Wände dann drauf sind. Ich halte den Boden fest und du beschmierst das. Okay, aber du musst... Ich mach mal zwei Wände und die zwei Wände musst du aber auch festhalten. Das muss ein paar Sekündchen festkleben. Gehen wir fest? Also, ich halte fest? Genau, okay. Dann... Ich hab mir mal das drauf. Mit dem Pinsel, genau, mit dem Pinsel. Den Zuckerguss zum Festkleben hier. Gut. Soll ich jetzt das drauf schieben? Halten, drücken? Äh, nein, einfach nur festhalten erstmal. Okay. Guck, wenn du die beiden Wände jetzt hier festhältst und die ab und zu langsam leicht loslässt, aber nicht ganz loslässt. Fühlt sich das stabil an? Also meinst du, das bleibt so stehen? Nee, das ist schon ein bisschen wackelig an, ne? Okay, dann machen wir folgendes. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel und pinsehe jetzt noch die beiden anderen Seiten und dann halte ich die nochmal fest. Dann halten wir zusammen die vier Seiten einfach. Ich kann auch noch hier nur so ein Halter nehmen, solange du da beschmierst. Hm, das geht schon, okay. Ja. Kunde. Da, und... Ja. Ich halte es fest. Okay. Und dann warten wir mal. Okay. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich verkneife mir gerade sämtliche Dinge. Was für Dinge? Kannst du ruhig... Hä? Weißt du, wenn man so ein Lebkuchenhaus baut, kann das eine sehr doppeldeutige Sache sein. Warum? Kann nur ein Lebkuchen aus. Ich will dich nicht verstören. Okay. Lass mal deine Hälfte langsam los. Ja, ich lass die Hälfte mal los. Oh, sieht doch aus, als würdest du stehen. Ja. Gut, dann lass ich meine Hälfte aufmachen. Okay. Gut, wir haben also einen Boden und vier Wände. Hm. Das heißt, wir machen jetzt... Hm... Vorne zwei Dreiecke für das Dach, vorne und hinten. Und dann zwei Hälfte um drauf für das gesamte Dach an der Seite. Moment, ich hol's. Noch ganz viele bunte Dinge. Gut, dann... Pinsel ich noch mal. Genau, pinsel jetzt hier oben aus. Ja, pinsel mal. Ja, pinsel mal. Ich... Okay, fertig. Ja. Und jetzt musst du hier, sind so Dreiecke. Dann machst du eins vorne und eins hinten. Das sind die Vorder- und die Rückseite vom Haus. Und das jetzt so fest. Und dann pinsel ich noch mal oben drauf. Mhm. Und so. Und während... Warte. Fertig. Jetzt nehme ich nämlich die beiden anderen Hälften. So. Mhm. Und klappe die dann so dran. Jetzt müssen wir es beide aber erst mal in einem Gündchen halten. Mhm. Weißt du, ich rede gerade überhaupt gar nicht doppeldeutig. Aber alles, was ich sage, klingt doppeldeutig. Verstehe ich nicht, wie du es meinst. Ich verstehe es leider schon. Aber ich halte wohl... Deine Hand. Die Hand ist ein bisschen klebrig, ne? Ja, das kann sein. Das kann sein. Das ist ja auch eine... Flüssigkeit zum Kleben. Okay, wir können jetzt... Hat also Zuckerwurst so an sich. Ja, natürlich. Ja, genau so ist das nämlich. Das stimmt. Da muss man dann noch nicht ins Bade ziehen. Also jetzt können wir das langsam los... Natürlich musst du das Bade ziehen. Du musst mit deiner Hand waschen. Das ist natürlich auch wahr. So. Und es hält. So, und was müssen wir als nächstes tun? Das sind auch so komische bunte Sachen. Ich glaube, wir müssen das schmücken. Somit sieht es auf der Verpackung so aus. Mhm. Dann würde ich... Verziehen. Möchtest du vielleicht das Haus mal anstreichen mit der Flüssigkeit? Weil dann können wir nämlich einfach die ganzen bunten Sachen zum Dicken... Ja. Ich nehme mal die Flüssigkeit hier und streiche das Haus mit dem Pinsel an. Ja. Gut. So. Du hast schon viel Flüssigkeit noch, ne? Ja. Willst du den Rest aufschlöfen? Okay, ich denke mal, du möchtest nicht den Zuckerkuss aufschlöfen, okay? Nein, danke. Das ist völlig okay. Warum nicht? Möchtest du das denn? Ne, ich bin nicht so der Zuckersüßigkeiten-Mensch, weißt du doch. Naja, aber vielleicht hast du es ja noch nie so und bist einfach neu gefeiert. Weißt du was? Ist auch völlig egal. Ich meine wirklich damit jetzt den Zucker... Hier, so. Ich mache jetzt mal hier... Das sieht aus wie so bunte Schoko... Warum halten wir uns eigentlich an diese komische Packung und individualisieren das nicht zu unseren Bedürfnissen? Soll ich mir so eine Welle mit diesem weißen Zuckerguss machen? Okay, warte, wenn du eine Welle machst, dann nehme ich aber hier von den Schokotropfen nämlich aber dann noch ein paar blauen und püriere das noch ein bisschen, dann ist es nämlich wirklich eine Welle. Okay. Wenn, ist es ein Haus, was nach unseren Ausstellungen ist oder nicht. Scheiß auf die Packung. Es steht. Ich mag, wie du denkst. Ich mag dir dabei, dich anzustarten. Ich mag, dass du so ein unschuldiger Süßermann bist. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass ich was falsch mache? Es ist gar nichts falsch. Du bist einfach zuckersüß. Wie der Zuckerguss. Nur süßer. Ich glaube, wenn man dich naschen würde, dann würde man sterben, den Süßungstod. Außer ich bin immun. Hm. Gibt es da eigentlich was? Ja, hier wirst du goldenes, so. Ich wusste, dass du eine Sonnenblume machen willst. Ich wusste das. Du willst eine Sonnenblume machen. Achso, nee. Thilo gehört hier nicht mit in das Haus. Ich möchte aber, dass du eine Sonnenblume jetzt traust. Ja, dann machen wir eine Sonnenblume. Aber erst möchte ich da einfach so einen goldenen Kreis machen. Keine Ahnung, oben aufs Dach. Warum? Einfach so. Goldenen Kreis. Ein bisschen verziert. Okay. Sieht doch schön aus, so ein goldenen Kreis auf dem Dach. Ja, wir haben hier nur so gelbe Schokodrops. Die gehen hier auch? Ja, dann machen wir was mit gelben. Dann lassen wir ein paar zur Seite neben die Sonnenblume und ein paar zur Seite hier. Bitteschön. Gibt es da auch so weiße? Oder wir können ja mit weißen ein bisschen diesen goldenen Kreis oder gelben Kreis da verzieren. Okay. So, du verzierst. Nee, ich soll erst einen Thilo hier machen. Ja, also ich habe gesagt eine Sonnenblume. Thilo hast du jetzt gesagt. Dann nehmen wir hier so einen Braunschokodrop und vier gelbe. Ja. Und da ist die Sonnenblume. Gut, ich habe das jetzt verziert. Ist das so richtig? Ja. Perfekter Kreis. Und verziert. Jetzt packen wir noch einen blauen und einen rosen-und-schokodrop in diesen Kreis rein. Warum einen blauen und einen rosen? Einfach nur so. Ach so. Haben wir was anderes gesagt? Okay. Ja. Das könnte schon fast die Farbe an der Kirschblütte und die Farbe an der Welle sein, ne? Das ist ein Zufall. Ich habe die letzten zwei Ideen. Willst du die hören? Mhm. Und wenn es irgendwo mal eine Motto-Party gibt, wo wir uns verkleiden sollen, dann ziehe ich mich komplett schwarz an und warte umgekehrt. Ich werde mich komplett weiß anziehen und werde eine Perücke mit meiner Naturhaarfarbe aufziehen. Schwab. Und du willst dich komplett schwarz anziehen. Und dann gehen wir als Yin und Yang. Ich finde das irgendwie witzig. Ich finde das ist eine sehr coole Idee. Ich glaube, das wird ganz cool sein. Das müssen wir uns definitiv merken. Echt? Werde es mir merken. Hm. Und? Ich möchte irgendwann mal an einem Abend, mir völlig egal wann, mich einfach komplett in rosa anziehen und du komplett in blau anziehen. Das ist jetzt nichts wirklich allzu krasses, aber ich finde es irgendwie ganz lustig. Das ist schon irgendwie sehr süß. Hm. Vielleicht ein blaues Oberteil nur und ich ein rosa Oberteil. Mhm. Warte. Ich ein rosa Oberteil und eine braune Hose und du ein blaues Oberteil und eine weiße Hose. Aber du umgekehrt. Eher umgekehrt. Mhm. Können wir so machen. Okay. Oh, die Yin und Yang Idee, die finde ich ganz gut. Die ist wirklich sehr gut. Okay. Okay. Dieser blaue Drop und der rosa Drop sind du und ich. Dann habe ich mir doch gedacht. Ja. Was ist das andere? Sagst du. Und Tilo ist auch da unten. Sind das andere Handschellen? Wie? Andere Handschellen? Also. Wie das goldene? Sind das goldene Handschellen? Nö. Ich sag dir nicht, was das ist. Lass deine Fantasie Freiden laufen. So. Ach. Du kannst Tilo doch nicht alleine so stehen. Das müssen wir noch eine Elena dazu packen. Gut. Dann nehmen wir die roten Drops auf jeden Fall. Und zwar viele wenige langen Haaren. Auf jeden Fall. Aber. Was ist mit Max und Barbara? Die müssen da auch hin. Warte, warte. Okay, warte. Aber ich möchte bei Elena. Aber die sind im Vorgarten, nicht oben auf dem Dach. Okay, okay. Ich möchte einmal so ein, wie so ein langer Schweif für die langen Haare. Dann nehme ich ein paar rote Drops nach unten, ein paar gelbe und das ist Feuer. Aber irgendwie stelle ich mir das bei ihr so vor. Die Frau hat auch Feuer. Oh ja, das passt sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Okay, wie würdest du, also, was machst du mit Max und Barbara? Ich komme gerade nicht auf Max Haarfarbe, warum auch immer. Alt Rosa. Alt Rosa und der hatte doch so ein Pullover letztens an, wo so Killsblüten auch drauf waren. Ich glaube, das ist sehr passend. Ach, du meinst, das Trikot. Ja, das haben wir versucht für mich zu kriegen. Damals, als wir beim, ich glaube, das war ProLabs. Ich wollte das unbedingt haben. Unbedingt. Das gibt es leider nur für Männer. Möchtest du das haben? Nee. Ich glaube, das passt nicht so zu mir. Ich würde es unbedingt haben. Naja. Ja, vielleicht gibt es das ja mal in deiner Größe. Ja, das wäre ganz schön. Gut. So. Also Barbara muss ich aber, warte mal. Wir haben ja hier die Krümmel, ne? Ich habe eine Idee. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Krümmel von dem Lebkuchen hier. Ja. Jetzt kommt ein cooler Trick. Hast du das in meine Hand? Lass ein bisschen Wasser drauf und zermatsch mir das. Achtung, ich weiß genau, was ich tue. So. Ja. Jetzt habe ich hier diesen, ich mache hier so einen kleinen Kreis aus, so roten Drops. Mhm. Nehme dann jetzt, äh, roll mir jetzt daraus so kleine, ja wie so Würstchen. Und dann mache ich daraus böse Augenbrauen. Und zwei Augen. Und einen Mund, der ein bisschen laut ist. Ne? Ist denn Barbara? Du willst mit Tumor nehmen, das ist Barbara, so. Ja. Was machst du? Den Boden sauber. Du hast ein bisschen gekleckert. Naja, ich, äh, ja, ich stehe da auch drin. Entschuldigung. Oh nein, jetzt. Ach Gott. Jetzt, oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich den ganzen Boden dreckig gemacht. Hm, ja, ich hole schon den Mob. Aber das kann ich hier nicht weg. Meine Füße sind dreckig. Ne, das ist ja kein Problem. Zeig dir, wie das geht. So, dann geh mal deine Füße her. Oh mein Gott, wirklich? Ja. So. Okay, warte, warte, warte. Ja, ja, warte, warte, warte. Kitzelt vielleicht ein bisschen, ne? So, hier. Oh, ja. Hier. Oh, ja. So. Unter dir habe ich da auch sauber gemacht. Und den Fuß, das kannst du wieder runterpacken. Danke schön. Und der andere Fuß. Und der andere Fuß. So, ich bin hoch. Perfekt. Also wirklich? Ja. Gut. Okay. Fantastisch. Dann mache ich den Rest auch sauber. Und dann schaue ich mir Barbara an, wie du sie gestaltet hast. Ja. Ich glaube, jeder, der Barbara doof kommt, wird nicht lange leben. Das glaube ich dir. Aber warum sollte man hier doof kommen? Ja gut, sie hat eine Leiche geschändet, ne? Aber das ist jetzt nicht etwas, wofür man jemanden die ganze Zeit verurteilen sollte. Ich meine, der war ja schon tot, oder? War das ein Lieber oder ein böser Mensch? Das war ein Mensch, der irgendwie rumgeschossen hat damals in diesem Haus. Und keine Ahnung, es hat ihm was gesagt mit, du hast eine Freundin entwickelt. Vielleicht bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie es war. Okay. Wie war es hier draufgeschlagen und dann hat er gefurzt. Das war schon ziemlich widerlich. Äh. So, dann lass mal schauen, wie du Barbara hier gebaut hast. Oh mein Gott, du musst mir ein Gefeind tun. Ja. Erst einmal, ich muss noch zum Bestatter, okay? Zweitens. Ja. Wenn ich irgendwann sterben werde, müssen die meinen Darm rausnehmen, weil es darf auf keinen Fall passieren. Das ist super peinlich. Ich möchte nicht, dass mir das dann auch passiert. Wie wäre es mit, dass wir gar nicht erst über so ein Thema reden? Ja, aber du musst mir den Gefeind tun, dass die das dann rausnehmen vorher. Ja. Ich werde sagen, dass man meiner Freundin den Darm rausnehmen soll. Okay, gut. Gott sei Dank. Dankeschön. Gut, dass du noch Warns bist, ne? Wieso? Nur so. Also noch ist es sehr schwierig, wenn ich das so sagen würde, aber man kann sich ja ändern. Gut, so, Barbara, du siehst doch ganz nett aus. Ja, nett. Okay, ich kann natürlich auch die Augenbahn ein bisschen drehen, dann würde sie freundlich gucken, aber dann würde ich Barbara. Das wäre so real. Genau, sie hat auch Feuer, richtig Feuer. Ja, ich glaube, Elena und Barbara würden sich gut verstehen. Ich glaube tatsächlich auch, die würden sich sehr gut verstehen. Vielleicht sollten die beiden mal trinken gehen zusammen. Also ich fühle ihn, ja. Und dann laden wir nachher Kowalski ein. Dann crasht Harald die Party. Wer lässt denn Harald rein, ist die Frage. Wer weiß. Davon muss ja auch hier sein. Du wolltest ihn zu Thanksgiving einladen. Ja, Thanksgiving ist er leider vom Tisch und oh. Ja, also irgendjemand, ich glaube, Ray und ich haben es so unterhalten und er ist irgendwie vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber er hat es mitbekommen und meinte, wie Thanksgiving. Wo? Da habe ich gesagt, ja, so Fingersuss-Apartment ist bei der. Aha, und wann wollten sie mich einladen? Da habe ich gesagt, sie werden tatsächlich noch eingeladen. Ja, obwohl du schon eingeladen hast, nur nicht zugehört. Ist das so? Ja, aber dann läufe ich in den Satz mal. Oh. Ja. Ja, nun, wir haben alles gegeben. Ja, Fingersgiving war ja auch großartig, was wir veranstaltet haben. Ich muss den Totan aber noch machen, aber den mache ich, dann kannst du nämlich ein bisschen was zu arbeiten nehmen, zu essen. Ja, oder wir machen nur ein Vorweihnachtsessen mit den anderen, wann auch immer wir das unterbringen wollen. Ja. Ja? Warte mal. Ja. Hm. Sonntag? Es wird so kurzfristig, ne? Sonntag ist schwierig, weil ich ja wahrscheinlich sonst nach bei der Verhandlung bin und am Sonntag hier ein bisschen zu Hause mich ausruhen würde. Okay. Besser ist das, du sollst dich auch auf dich achten. Mhm. Ich kann an den Tag auf mich achten, ja. Vielleicht schaue ich ein paar Horrorfilme. Ähm, ich, äh. Was für ein Horrorfilm? Ich habe tatsächlich einen japanischen Horrorfilm geguckt. Da geht es darum, dass man nach Hause geht und seltsame Dinge passieren. Genau. Ach so. Ja, ich habe da mal einen Trailer zu diesem Horrorfilm gesehen. Nee, das ist tatsächlich ein, ähm, ein eher unbekannterer Horrorfilm, der tatsächlich von, ähm, nur einer Person gedreht wurde. Ist ja auch egal. Ach so. Oh. Ja. Weißt du, ich muss noch die Kartonreste nach draußen bringen in den Müll. Wo finde ich denn hier ganz nah eine Mülltonne? Irgendwo. Aber hier liegt doch so viel Karton. Ähm. Ja. Packst du doch erstmal hier vorne rein. Oh ja, das ist eine gute Idee. Genau, das mache ich. Perfekt. Dann schauen wir uns auch mal unser gutes Lebkuchenhaus an. Okay, aber bevor ich das mache, muss ich noch einmal... Ach so, holst du jetzt wohl nicht da was aus dem Kühlschrank, oder? Ja, aber warte mal. Jungs, geh ich euch das doch nicht auf? Nö, aber... Schau dir doch mal dieses wunderbare Lebkuchenhaus an. Ja. Das ist schön geworden, ne? Ja. Ja. Sehr schön geworden. Hm. Hm. Was machen wir jetzt damit? Damit. Kühlschrank stehen. Oder auf den, äh... Hier vorne. Ich würde es erstmal in den Kühlschrank stellen, damit nämlich auch der Zuckerwurst ein bisschen fester werden kann. Mhm. Hm? Die Kirsche ist aber nicht die Kirsche, die ich behalten habe. Hm, da ist eine kleine Kirsche drin. Okay. Dieser Kühlschrank ist nun relativ voll. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Der ist sehr voll, das ist richtig. Ist das super, oder? Ja, das ist super. Ja, noch nett aus. Ich finde es schön. Also, wenn jetzt Freunde kommen, die denken, wow. Was scheint da? Was scheint da? Besonders wird sich Barbara bestimmt freuen, wenn sie reinschaut. Die ist das Lebkuchenhaus, der wäre ja voll sauer. Das wird gegessen, das Lebkuchenhaus, ne? Ja, von uns aber, ne? Okay. Du weißt, ich weiß, das ist das erste Mal, aber das wird dich nicht hier drin aufbehalten. Das ist kein Tortenstück. Nun, ach so, meinst du das? Ja, warte mal, du bringst mich gerade auf Ideen. Das ist unser erstes selbstgebautes Lebkuchenhaus, Joske. Wenn du, ich esse das alleine auf, ne? Wenn du das hier nicht zusammen bist. Nein, du willst es nicht essen. Das ist unser erstes. Wir brauchen, kann man Großküchen mieten, eventuell. Warum? Wir könnten alle unsere, wir könnten Tortenstücke, das Lebkuchenhaus, unseren ersten gemeinsamen Trutan-Teller, den würde ich dann irgendwie schockfrosten, den können wir da aufbewahren. So viele Erinnerungen. Super. Es muss doch irgendwas geben, was du auch sammelst. Ich habe meine Erinnerungen im Kopf. Siehst du, ich habe mich ja nicht so. Und ein paar Sachen packe ich in meine Erinnerungskiste. Aber Essen werde ich nicht aufbeheben. Na gut. Wir essen das Lebkuchenhaus. Ja, wir essen das Lebkuchen. Nachdem ich ein Frotbuchen gemacht habe. Das kannst du machen, ja. Natürlich kannst du das machen, aber das essen wir zusammen. Gut. Okay. Wir haben nicht so einen riesigen Kühlschrank. Nun, ich könnte mit mir gelten Olzen reden. Der Alkoholschrank wird nicht wegentfremdet, nein. Nein, das natürlich nicht. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Dass wir, ähm, wie wichtig ist hier eigentlich diese Glasscheibe hier? Ich meine, hier könnten wir auch ein paar Kühlschrankchen hinstellen. Die ist mir wichtig. Wenn ich dich sehe, wie du Filme guckst, dann, äh, beobachte ich dich. Beobachtest du mich? Ja. Möchtest du nicht irgendwelche peinlichen Sachen da machen? Nein, eigentlich, wenn du da so sitzt und was schaust und ich nach Hause kommst, schleiche ich mich da hin, gucke, ob du da sitzt. Dann schleiche ich mich zum Kühlschrank und bringe dir etwas. Mac, ähm, Nico, siehst du diesen Bug hier bei der Frisur und wie hinten der Übergang? Der ist ein bisschen zu lang, oder? Was meinst du? Irgendwas ist mit der Frisur. Aber, ja, haben wir ein Lebkuchenhaus erbaut. Wir waren zusammen in einem Jacuzzi. Und jetzt fehlt noch etwas. Was denn? Besser für das? Ich glaube, du bist heute nicht so ausgelastet, findest du, hm? Warum? Wusche, was ist das so? Hast du viel Energie? Ist das so? Mhm. Echt? Eigentlich wollte ich sagen, wir können aber gucken, was wir hier am Freitag tunzen. Oh, ja, das kennen wir wirklich. Okay, okay. Also, erinnerst du dich noch, wie wir auf der Hochzeit getanzt haben? Nicht mehr gar, also ich erinnere mich, wie wir getanzt haben, ja. Aber du musst es mir nochmal zeigen. Und du hattest dich tatsächlich so getanzt. Ja. Genau. So hatte ich getanzt. Und du hattest dich so ein bisschen von rechts nach links bewegt. So ungefähr, äh. Nein? So ungefähr. Boah, wie war das denn nochmal? Da muss ich wirklich nochmal ganz hart überdenken. Nein, so war es tatsächlich nicht. So, also da steht ja auch sehr gut, aber das war es auch nicht. Ich wollte sowieso ein paar verschiedene, äh, ich meine, je nachdem, wie die Musik ist, weißt du? Ich glaube, bei dir war es so. Du hast sehr langsam getanzt. Also so. Genau. Ja, ich erinnere mich halt an dir. So hast du getanzt und so habe ich getanzt. Und irgendwie waren wir beide in unserer eigenen Welt. Ja, ja, eigene Welt, ja. Genau, und jedes Mal, äh, wenn die Musik im Pass, weißt du, ich habe dann immer, jeder hat ja so die Art, eine eigene Art zu tanzen. Und das hier zum Beispiel mache ich immer, wenn schnelle Musik da ist. Immer mein eigenes Ziel, immer das. Okay. Als wäre ich in einem richtig tollen Club. Hast du das gemacht? So? Ja gut. Da sehe ich mich jetzt. Ein bisschen feminin tatsächlich. Ja, ich bräuchte mir die perfekte Musik dafür, das wäre toll. Ja, da müsste ich mein Tablet irgendwo holen und dann anschließen. Das wäre ja viel zu anstrengend. Nein, das wäre viel zu anstrengend. Genau. Aber weißt du, so werden wir gleich richtig müde sein. Ja. Aber du hast tatsächlich, wie war das denn nochmal? Weißt du, ich habe dich die ganze Zeit angehimmelt dabei und ich dachte wirklich, ich wäre ein anderer und ich wäre so. Ja. Sekunde. Mhm. War das vielleicht so? Oh, das war tatsächlich so. Sagen wir mal. Moves kenne ich ja von mir noch, ne? Meine Güte, wie lange ist das hier mit der Hochzeit? Drei Jahre. Ja, aber jetzt mal wirklich, oder? Ja. Vielleicht auch das hier. Weißt du, das sind zwar schöne Tänze, die wir hinbekommen, aber eigentlich meinte ich das ein bisschen anders. Oh. Wir brauchen einen Tanz für uns beide. Moment, meinst du so, dass wir so in den gleichen Tanz tanzen? Romantisch tanzen. Romantisch? War das nicht romantisch? Doch, aber schon wirklich passend zu einem Ball. Ich habe das in diesem Buch gelesen. Okay. Dadi, das Buch gelesen, das musst du es mir zeigen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das da in dem Buch stand. Ja. Wie romantisch. Hm? Hm. Wie war das denn nochmal? Ich hatte da mir extra so eine Anleitung. Moment. Ja. Degen wir mal das Tablet hier hin. Kürzer Wasser. Ja, okay. Romantische Tänze. Hm. 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 Es gibt doch gar keine anderen mehr, oder? Oh, ich weiß nicht, was er meint. Ich könnte so tanzen. Das habe ich mal bei Herrn Weiß gemacht. Aber oh. Dann würde ich mir die Füße brechen. Ja, warum kannst du dann so tanzen? Ja, mehr kann ich auch nicht. Wir haben einen Dance-Battle gemacht in Gruseldorf in Uniform. Und alle haben dann cool getanzt. Auch Herr Weiß. Und ich hatte dann mal den hier gemacht. Er hat gesagt, Frau Bounce, was machen Sie da? Und wurde sehr laut. Hm. Okay. Und den Dance-Battle habe ich halt ein bisschen missverstanden. Ich hatte da mal so ein Video, ne? Ja. Extra rausgesucht von uns. Aber irgendwie. Hast du? Jetzt sehen wir mehr. Ja. Das ist der Max-Arsch-Wackel-Tanz. Das mache ich nicht. Das macht Max immer und wackelt dabei mit dem Hintern. Nee, das war schon etwas, wo wir beide wirklich zusammen tanzen. Ja. Und ich drehe es. Ich finde dieses Video nicht mehr. Das ist, wo wir uns das ein bisschen anschauen können. Wir müssen die Leute ja wegdänzen hier, ne? Ich bin so verfehlt. Okay. Habe ich das Falsches gesagt? Es ist mir jetzt peinlich. Ich werde jetzt oben üben. Ich möchte nicht, dass du zuguckst. Ja. Hä? Ich glaube sogar, jetzt weiß ich was. Aber der ist mir ein bisschen zu extrem, oder? Das müsste einer von den... Der ist es nicht. Showdance. Warte, der ist es auch nicht, oder? Nee, der ist es auch nicht. Ähm... Es könnte sein, dass... Ja, da drehen die sich nämlich auch. Das ist es nicht. Auch nicht. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Auch nicht. Boah, es wäre aber sehr schön, wenn es sowas geben würde. So richtig, also wo man wirklich sowas machen kann. Wir sind es auch nicht. Tracy auch nicht. Abbrackt den. Boah, das würde bestimmt cool bei ihm aussehen. Der auch nicht. Der auch nicht. Könnte sein, dass... Ja, aber... Oh, das finde ich übrigens allgemein voll süß. Aber ja, da dreht man sich. Ich habe den tatsächlich bei Barbara gesehen, den Tanz. Nee, Challenge? Der auch nicht. Nee, auch nicht. Scheiße, wie war das? Animation für Pärchentanz. Boah, das wäre richtig nice. Nein, auch nicht. Oh, der ist ja irgendwie süß. Oh, nee. Nee. Bitte, lass den... Oh, ich habe den nicht wieder rausgemacht. Wenn es genau getanzt hat, fand ich das immer so weird, weil er immer genau die hässlichsten Tänze genommen hat. Da war nur ein Tanz, wo das wirklich immer gut aussah. Ich muss immer noch mal die Tänzeinladung... Nein, nein, ihr dürft auch nicht mithelfen, ne? Aber ich mache ja eh hier gerade alles nacheinander. Hm. Wie die Rock? Ich weiß, was er meint. Aber ich glaube, ich kann sein, dass es die nicht mehr gibt. Wo bist du denn nett? Nein. Ich weiß genau, welchen der meint. Verdammt, nochmal. Da dreht man sich nämlich wirklich so. Ah, schade. Gerade war der echt süß irgendwie. Nein. Nein. Nee. Nee. Das war sowieso, das war auch so ein bisschen J-Pop, K-Pop mäßig. Den mag ich auch. Den mag ich richtig. Nice. Auf dem Männer was machen hier. Ich weiß genau, glaube ich, welches Video du meinst. Ich habe das auch mal gesehen. Aber irgendwie finde ich es auch nicht mehr. Ich habe das Video ins Hände geschaut, wo du Pro-Dinges gesagt hast. Ich glaube, das war das, was ich gemeint habe. Ärgerlich. Oh. Hm. Findest du? Das ist aber irgendwie nicht so. Nein. Es gab mal ein Video, was ich gesehen habe. Komm mal her. Ja. Mach die Schritte mal nach. Wobei, du kennst die wahrscheinlich von Max. Und. Ja, ich kenne die. Ich gebe dir einen Takt vor. Ich kenne die natürlich von Max. Ja. Und zwar. Das hier in dem Video nennt sich das irgendwie Tüla oder so. Äh, ja. Okay. Ich gebe dir einen Takt vor und wir müssen versuchen, Takt vor zu machen. Bist du dir sicher, dass du diesen Takt... Okay. Ja, ich bin konzentriert. Okay. Auf drei, zwei, eins. Gut. Ähm. Das sieht bestimmt voll doof aus. Oder? Siehst du, wieso ist der Max Arsch-Wackel-Tanz jetzt? Äh, Po-Wackel-Tanz. Entschuldigung. Ja, weil jetzt, wenn es... Tanzt man ja so zusammen und dann kommt man sich näher. Haut sich jetzt hin zu stehen und dann geht man wieder weg. Okay. Weißt du was? Ich muss eine Sache ausprobieren. Aber unbedingt jetzt. Jetzt will ich es wissen. Mischst du das auf Toilette raus? Nein. Warte, du willst... Nein, nein, nein. Ich komme sofort wieder runter. Ja. Ich probiere es unten aus. So, ich habe es jetzt nicht richtig zugemacht, das Kleid hinten. Ja. Aber ich muss mich ja in dem Kleid auch bewegen. Du, Anzug ist ja so... Also, das Kleid ist halt wirklich ziemlich eng. Ja, du willst auch nicht, dass ich schlafen kann? Ja. Nö. Ja. Okay. Dann gib nochmal den Takt vor. Ja. Ich gebe nochmal den Takt vor. Du bist konzentriert. Ich bin konzentriert. Fokussiert. Guck mir in meine Augen. Ich bin nicht mehr konzentriert. Takt drei, zwei, eins. Ähm, ich habe... Du warst nicht konzentriert. Ich war nicht konzentriert. Nein, nochmal. Okay. Drei, zwei, eins. Okay. Mhm. 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 Das... Ja, doch, das geht. Ja. Das geht. Guck mal, wie schön dein Kleid dabei fällt. Schon, oder? Hast du ein bisschen was für eine Geisterfrau? Ja, wieso? Aber hübsch, weiß nicht. Einfach nur so. Warum denn? Das ist so ein Spruch. Den habe ich mal gelesen im Internet. Aber... Wenn es nicht gut... Wenn es nicht richtig sitzt, das teilt beim Tanzen, musst du mir das sagen. Nein, das sitzt perfekt. Perfekt an deiner Hüfte. Perfekt an dir. Hey. Das darf nicht der einzige Tanz sein, den wir üben. Ich finde, wir sollen am Mittwoch uns noch ein bisschen was überlegen. Können wir machen. Aber ist ja so schlimm, der Tanz für dich? Nein, jetzt nicht. Jetzt gerade, in diesem Moment. Nein. Im Gegenteil. Du machst das gut. Naja, ich gebe mir Mühe. Du machst das sehr gut. Aber wir können gerne noch was anstudieren am Mittwoch. Soll ein perfekter Abend werden. Für dich und mich. Siehst du? Ich habe gesagt, diesmal auch für mich. Ich habe es wunderbar. Ich bin sehr, sehr stolz. Ich glaube, ich muss duschen. Was? Ja, das fühlt sich komisch an, zu sagen, dass man selbst auch... Moment, Moment, Moment. Was meinst du? Ja, für mich, das hat sich falsch angehört. Nein, Quatsch... Oh mein... Nein! Warum? Sag doch sowas nicht! Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn du irgendwie in eine richtige Richtung gehst, bestrafst du dich insgeheim dafür selbst. Und da hältst du dich dann selbst zurück. Das ist doch doof. Mach das nicht. Das bricht mir das ernst. Ich will nicht dein Herz brechen so mit Massen. Dann hör auf, blöd von dir selber zu denken. Das ist ein Schwachsinn. Dir wurde halt irgendwas eingeredet und dir irgendwas beigebracht. Und du weißt selber, dass das alles falsch ist. Und ich weiß aber auch, dass man sowas nicht von heute auf morgen los wird. Darauf meine Erfahrung gemacht, aber... Trotzdem. Alles okay? Ja. Alles, alles okay. Dann... Es ist gut, was in deinem Kleid. Du siehst viel besser aus. Ich trage eine Jogginghose. Barriere, ne? Ja, und weißt du, warum das besser aussieht? Gerade in dem Moment jetzt besser als der Anzug? Weil du gerade wirklich mein Yosuke hier zu Hause bist. So wie nur ich dich kenne. Natürlich wirst du draußen auch mal vielleicht so ähnlich Klamotten tragen, aber... Du wirst ja nicht im Barfuß rumlaufen. Ich mag den Jogginghosen zu Hause, Yosuke. Oder mein Yosuke. Okay. Und jetzt gehe ich mich noch mal umziehen. Okay. Ja, GTA-Trader. We know, we know. Wir knowen es wirklich sehr. Ich muss gleich wirklich hier schlalalala auf den Gehen. Glaubt... Eigentlich sollten wir es nicht machen, aber ich glaube, ich koche den Erik und mir was. Ich habe nämlich was geholt und ich glaube, der freut sich, wenn ich das gleich zu essen mache. Oh, Babymännchen. Das bricht einem ja fast OOC, das Herz, zu der Charakter manchen gespielt wird. Das ist ja ganz schön... Gehen wir gleich nach oben? Mhm. Alles okay? Ja, alles okay. Gut. Ich mag es nicht, wenn ich dich traurig mache irgendwie. Ich würde es mir schon einen großen Gefeind haben, wenn du dich nicht selbst traurig hielst. Ich verspreche dir sehr, sehr viel, aber das ist etwas, was ich glaube, nicht einfach so versprechen kann. Ich weiß, Stück für Stück dann. Gumi, Marcel. Komm, wir geh nach oben. Okay. Okay. Ich freue mich auf den Freitag mit dir. Oh, ich freue mich auf, aber ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen nervös. Und so wie machst du dann mit der Limousine irgendwie, ich glaube, das wird nichts. Und du musst dich natürlich nicht dafür entschuldigen und ich werde eine organisieren. Aber, das Problem ist, ich glaube, viele organisieren an dem Tag eine Limousine. Ähm. Finger damit überlegen. Dann machen wir einen unbekannten Anruf auf die Leitestelle und sagen, dass es sind ganz viele Leute in der anderen Klamotten, die Drogen bei sich haben, die immer durchsucht werden. Kennst du jemanden, der nicht auf den Snowball geht? Weiß ich gar nicht, ob Elenda und Tilo habe ich nicht gefragt, ob die da sind. Weiß das. Also gut, hier ist mit Foley da. Oh. Mhm, okay. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur, irgendwie Commission hat gesagt, die sollen sich das Pärchen ausgeben. Äh. Undercover. Okay, gut. Ja gut, ob Herr Weiß uns mit einem Streifenwagen... Ach, da weißt du, das wäre sowieso nicht so gut. Ähm. Wenn wir in einem Streifenwagen sitzen mit Herr Weiß, werden wir nicht auf diesen Ball landen, sondern im Zaufer lässt. Gut, das möchte ich dann auch nicht in den Klamotten. Äh. Mittwoch, ich, äh, oder vielleicht, wenn ich nochmal mein Handy in der Hand suche, einmal was zu machen. Ariane, kannst du auch einfach entspannen. Entweder haben wir eine oder wir haben keine. Wenn Downtown Cap es nicht schafft, uns Telefon zu gehen, und ich habe da wirklich schon oft jetzt angerufen... Dann werde ich LSD anrufen. Ähm, also nicht eines Taxis, sondern dann hole ich einen Bus. Dann fahren wir halt mit dem Bus dorthin. Hm, dann... Wer ist das denn? Weißt du was, wir fahren mit normalen Ihnen im Bus dorthin. Weil warum denn nicht? Das ist irgendwie... Okay, sehr. Ich kann so ein Bus fahren. Gut, okay, alles. Weißt du, Ari, ich bin hier angekommen, hat am ersten Tag eine Busfahrt mit Leuten gemacht, die ich kennengelernt habe. Und dann hat mir dieser Busfahrt die ganze Zeit schlechte Witze erzählt. Wirklich, die ganze Zeit, über 20 Minuten. Boah. Ich werde nie wieder in so einen Bus einsteigen. Gut. Wenn es nicht freiwillig ist. Weißt du, wenn du das schlimm findest, Joske, dann bist du noch nicht mit Barbara Bus gefahren. Es waren ein paar Leute im Bus und Barbara hat auf dem Handy so einen Groschen-Erotik-Roman ausgesucht und diesen vorgelesen. Es war so abartig, wir konnten nicht aufhören zu lachen und haben sie trotzdem gebeten, weiterzulesen. Du wärst in diesem Moment im Erdboden versunken, was ältere Frauen so für Fantasien haben und was die so für Bücher rausbringen. Also seitdem, ich glaube, das ist schlimmer und ich habe mir von Lamos ein und dieselben Witze über zwei Jahre angehört. Ich kann es sehr gut verstehen, dass einem das auf die Nerven geht. Ja, okay, Lamos ist ja auch ein Neandertaler, also von daher. Ist ein alter, weißer Mann. Ja, ein Neandertaler. Ja, gut, dann von mir hörst du keine Witze. Wir sind einfach witzig, wir beide. Du bist Witz. Du bist, ich habe heute sehr über dich genannt. Ja, du hast mich ausgelacht, weil ich mir wehgetan habe da drin. Nein, nein, aber ich wollte dir helfen. Ich konnte nichts sehen, es war alles verschwommen. Ja, das habe ich gemerkt. Du wirst dann die ganze Zeit so, die ganze Zeit. Ich helfe dir nicht so. Ich helfe mich gar nicht einfach. Ich bin da schon wieder an. Oh mein Gott. Deine Lache ist wirklich viel heller als meine. Ich lache nicht. Nee, gar nicht. Ich lache 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 nicht so ein Bewegbild machen, so ein GIF, weißt du. Ja, du kannst ruhig die Hand runterziehen. Äh, ja. Es ist gut jetzt. Es ist sehr spät jetzt, Leute. Es ist sehr spät. Ja, sehr spät. Ich lache nicht. Ich lache nicht. Nein. Oh Gott. Ich wünsche, es würde die Animation geben, das ist nämlich auch so Sonnenliegen von der aus dem Ariane Intro, wo sie so die Hand hinten am Po, also so, aber nicht auf dem Po, auf der Hüfte macht und so. Oh Gott, ich sterbe, ne? Ich muss, ich werde mir das so hart angucken. Ich gucke jetzt schon mal, ob es da jetzt schon, bestimmt gibt es da schon ein GIF im Discord, oder? Warte mal kurz. Aber 115 muss ich doch da ein GIF. So. Ich darf mir das nicht angucken, woher. Ja. Ja. Ist das wirklich bequem mit diesem Vodoro? Ja. Nein. Nein. Ich... 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 Juhu. Äh, juhu. Ach so, und den Fernseher unten angelassen. Was war das denn? Ich hab mich kurz gefreut. Das war voll entschuldigt. Weil du, äh, UNO-Wartei schiefst. Ich kann das doch wieder anziehen. Das ist kein Problem, wenn das so unangenehm ist. Nein, das... Ich habe mir einen Grund, warum mir das unangenehm sein würde. Wollte? Würde, würde. Warte. Wir haben über das Heiraten geredet. Könntest du... Was ist denn hier eigentlich los? Naja, du hast mir drei Anträge gemacht. Also, erstmal habe ich gar nicht... Na, ich hab dreimal Ja gesagt. Ja, dann wären wir gar nicht verlaut, aber wir haben keinen Ring. Also, zählt das nicht. Doch, wir haben Doc-Tags. Nein, das zählt nicht. Ja, in meiner Welt schon. Nein, hör auf. Äh. Du hast... Mit diesem Doc-Tag... Also, hast du gestern gegeben, dass du Ja sagst, wenn... Ja, genau. ...ein Ring irgendwie reinrollen würde oder so. Ein Ring reinrollen würde? Ja. Wie rollt denn bitte ein Ring rein? Keine Ahnung. Sag Tilo, hey, pscht. Wenn wir so liegen auf dem Bett und uns unterhalten, rollen Ring rein. Stell dir mal vor. Stell dir einfach mal vor. Tilo steht einfach die ganze Zeit in irgendeinem Schrank oder in einer Nische und wartet einfach stundenlang darauf. Und dann vergessen wir den und dann lebt er da ewig drin. Und irgendwann machst du den Schrank so auf und dann sagt er so... Wasser! Ich glaube, vorher wird Elena das ganze Gebäude abreißen, den Suchen. Ich vermisse Tilo. Wir müssen mal wieder was mit dem machen. Wir müssen überhaupt mal was mit dem machen. Ach so, ja, auf der Hochzeit war... Ja, okay, auf der Hochzeit, da waren ja auch andere. Ja. Das soll... Keine Ahnung. Kriegen wir das die Woche denn hin? Am Mittwoch. Können wir so denn schreiben, ob die Mittwoch was machen möchten? Oder soll ich fragen? Okay, ich schreibe eben. Okay. Warte, die Fliege hast du und in der Tante habe ich die Ausbildung und so weiter und so fort. Moinchen. Hallo. Hallo. Komm, wann war meine Sonnenblume? Ach, ich weiß, das schreibst du wirklich? Nein. Ach so. Komm, wann war... Wollen du und Elena? Elena? Elena am Mittwoch. Mit Ari. Ja. Du hast das Unternehmen. Ja, hast du... Du, Elena, am Mittwoch. Hm? Ja, alles gut. Jetzt gerade noch. Ja. Oh, 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 oh. Oh. Liegst du bequem? Ja. Ja. Akura, ja, bedingen Sie sich bitte einmal hin. Ja. So. Oh, oh, oh mein Gott. Entschuldigung. Hast du dir gefallen, der hätte dich ausgelacht und hätte dir nicht geholfen. Jetzt mal hier Schicht im Schacht. Das hat man so in Kindergay gesagt. Schicht im Schacht. Was bedeutet Schicht im Schacht? Bist du einfach so ein Kind? Hilfst du mich dann in den Schacht und machst den Schacht dazu, oder? Nein, dann ist einfach Schicht im Feierabend. Das heißt, wir zuckern dann raus, oder? Bitte? Was? Was hast du gesagt? Keine Ahnung, hab ich vergessen. Nee, ich hab das aber wirklich nicht gehört. Das finde ich jetzt, äh, würde ich gerne hören. Ich hab gesagt, schleißen wir dann die Zunge raus, oder wie? Nein. Das würde ich nie tun. Also nicht bei dir. Also du würdest es tun? Ähm, nicht bei dir. Und ich weiß nicht, ob ich dann so, ob ich jetzt so einfach so Sprüche klopfe und das eventuell mich nicht trauen würde. Wenn's da auch ankommt, würde ich. Okay. Genau. Du bist schon kaputt, ne? Warum? Also müde, kaputt, nicht kaputt, wegen der Sache, die du grad gesagt hast. Das ist okay. Also das wird tatsächlich auch okay, wenn du nichts gesagt hast. Du bist kaputt. Ja. Ich finde, du bist super. Hm. Wie sieht denn so sein, dein... Ich mein, gehst du morgen... Also, was machst du morgen so? Hm. Also morgen hatte ich nicht vor, das Haus zu verlassen, warum? Vielleicht können wir eben was Schönes gucken oder so. Können wir gerne machen. Gut. Dann, äh, machen wir. Okay. Und Mittwoch vielleicht. Entschuldigung. Pill Date mit Tilo und Elena. Oh nein, ich muss... Was denn? Nee, nee, alles gut. Mir fällt nur ein, ich muss Mittwoch das Worttraining noch vorbereiten, was wir da machen. Ach, Pamela ist ja grad krank. Wenn's Mittwoch nicht klappt, dann klappt's einfach nicht. Nein, 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 nanan, nein, nein. Daran liegt's nicht. Alles gut. Mit dem Vortraining ist ja 18 Uhr. Also würde so anwilligen bleiben. Mach ich. Verstress dich nicht, Sophie. Hm, nö. Alles gut. So leicht zu stressen bin ich nicht. Das machst du so. Ich glaube, eventuell könnte das schon passieren, aber du würdest es nicht zugügen. Ich empfinde keinen Stress. Gar nicht? Natürlich gar nicht. Also wirklich bei keinerlei Sache. Wie meinst du das? Es ist tatsächlich wirklich relativ warm hier. Es ist gemütlicher. Okay. Okay. Und dir ist es nicht kalt? Nein, überhaupt gar nicht. Wir sind jetzt auch so. Okay. Ja. Dann schlaf gut. Mhm. Ich versuch's. Mhm. Oya Sumi. Oya Sumi. Oya Sumi. Oya Sumi. Oh Gott. Ich hoffe, dass sie das nie machen werden, tatsächlich, weil das einfach immer sehr witzig und sehr niedlich ist. So. Oya Sumi.